Kapitel 1 von Die Familie Pfeffling Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen gibt es bei LibriVox.org Die Familie Pfeffling von Agnes Sapper Erstes Kapitel Wir schließen Bekanntschaft Ihr wollt die Familie Pfeffling kennenlernen? Da muss ich euch weit hinausführen bis an das Ende einer größeren süddeutschen Stadt, hinaus in die äußere Frühlingsstraße. Wir kommen ganz nahe an die Infanteriekaserne, sehen den umzäunten Kasernenhof und Exerzierplatz. Aber vor diesem, etwas zurück von der Straße, steht noch ein letztes Haus und dieses geht uns an. Es gehört dem Schreiner Hartwig, bei dem der Musiklehrer Pfeffling mit seiner großen Familie in Miete wohnt. Um das Haus herum, bis an den Kasernenhof, erstreckt sich ein Lagerplatz für Balken und Bretter, auf den Knaben und Mädchen fröhlich herumklettern, turnen und schaukeln. Meistens sind es junge Pfefflinge, die da ihr Wesen treiben. Manchmal sind es auch ihre Kameraden. Aber der eine kleine, den man täglich auf den obersten Brettern sitzen und dabei die Ziehharmonika spielen sieht, das ist sicher kein anderer als Frieda Pfeffling. Um die Zeit, da unsere Geschichte beginnt, ist übrigens der Hof verlassen und niemand auf dem weiten Platz zu sehen. Heute ist nach den langen Sommerferien wieder der erste Schultag. Der Musiklehrer Pfeffling, der schlanke Mann, der immer noch ganz jugendlich aussieht, war schon frühzeitig mit langen Schritten den gewohnten Weg nach der Musikschule gegangen, um dort Unterricht zu geben. Sechs von seinen sieben Kindern hatten zum ersten Mal wieder ihre Bücher und Hefte zusammengesucht und sich auf den Schulweg gemacht. Die lange Frühlingsstraße mussten sie alle hinunterwandern, aber dann trennten sich die Wege. Die drei Ältesten suchten weit drinnen in der Stadt das alte Gymnasiumsgebäude auf. Die zwei Schwestern hatten schon etwas näher in die Töchterschule und Frieda, der noch in die Volksschule ging, hätte sein Ziel am schnellsten erreichen können. Aber das kleine, runde Kerlchen pflegte in Gedanken, verloren dahin zu gehen und sich mehr Zeit zu lassen als die anderen. Im Hause Pfeffling war nach dem lauten Abgang der sieben Familienglieder eine ungewohnte Stille eingetreten. Es blieb nur noch die Mutter zurück und Elschen, das jüngste niedliche Töchterchen, sowie die treue Wahlburg, die in der Küche wirtschaftete. Frau Pfeffling atmete auf. Die Stille tat ihr wohl. Was war das für ein Sturm gewesen, bis der Letzte die Tür hinter sich zugemacht hatte, und was war eine Unruhe all die Ferienwochen hindurch? Während sie ordnend und räumend von einem Zimmer ins andere ging, war ihr ganz fest täglich zumute. Sie war von Natur aus eine stille, nachdenkliche Frau und gern in Gedanken versunken. Aber das Leben hatte sie als Mittelpunkt in einen großen Familienkreis gestellt, und es drehten sich lauter lebhafte, plaudernde, fragende, musizierende Menschen um sie herum. Während nun die Mutter sich der Ruhe freute, wusste Elschen gar nicht, wo es ihr fehlte. Allein zu spielen hatte sie ganz verlernt. So ging sie hinunter in den Hof, wo die großen Balken lagen. Oft hatte sie sich in den letzten Wochen geärgert, wenn sie ängstlich auf den glatten Balken kleine Schrittchen machte, dass die Brüder das so flink konnten und sie ihnen immer Platz machen sollte. Jetzt hatte sie alle die Baumstämme allein zu ihrer Verfügung, aber nun machten sie ihr gar keine Freude. Sie ging weiter zu den Brettern, die übereinander aufgestapelt lagen. Dort oben war Frieders Lieblingsplatz, auf dem er immer mit der Ziehharmonika saß. Wenn er gar zu lange spielte und sie gar nicht beachtete, war sie manchmal ungeduldig geworden und hatte sogar einmal gesagt, die Harmonika sei eine alte Kröte. Aber jetzt, wo es überall ganz still war, hätte sie auch die Harmonika gern gehört. Sie setzte sich auf Frieders Platz und dachte an ihn. Es war so langweilig heute Morgen, fast zum Weinen. Da tat sich oben im Haus ein Fenster auf und der Mutterstimme rief, »Elschen, flink, Essig holen!« Einen Augenblick später wanderte auch Else die Frühlingsstraße hinunter, zwar nicht mit den Büchern in die Schule, aber mit dem Essigkrug zum nächsten Kaufmann. Im unteren Stock des Hauses wohnte der Schreiner Hartwig mit seiner Frau. Es waren schon ältere Leute und er hatte das Geschäft aufgegeben. Sie war eine freundliche Hausfrau, die aber auf Ordnung hielt und auf gute Erhaltung des Besitzes. Als diesen Morgen die Pfefflinge nacheinander die Treppe hinuntergesprungen waren, hatte sie zu ihrem Mann gesagt, »Hast du schon bemerkt, wie die Treppe abgenutzt ist? Seit dem Jahr, wo die Pfefflings bei uns wohnen, sind die Stufen schon so abgetreten worden, dass mir wirklich bang ist, wie es nach einigen Jahren aussehen wird.« »Verwehr's ihnen, dass sie so die Treppe herunterpoltern,« sagte der Hausherr. »Ich will ja gar nicht behaupten, dass sie poltern. Sie sind ja rücksichtsvoll. Aber hundertmal springen sie auf und ab und es eilt ihnen so. Ein Gehen gibt's bei ihnen gar nicht. Sie müssen immer springen. Ich will sie aber gleich heute aufmerksam machen auf die abgetretenen Stellen.« »Thus nur, aber das Springen wirst du ihnen nicht abgewöhnen. Springt doch der Vater selbst noch wie ein Junger. Was es um so eine neunköpfige Musikerfamilie ist, wie wir ihnen voriges Jahr selbst unsere Wohnung angeboten haben, in ihrer Wohnungsnot. Und jetzt haben wir sie, und zu kündigen, brächtest du doch nicht übers Herz. Nein, nie, aber du auch nicht. »Dann sprich nur bei Zeiten mit deinem Schwager, dass er Bretter für neue Böden bereithält,« sagte der Hausherr. Und die Frau ging hinaus, stand bedenklich und sinnend vor der Treppe, wischte mit einem Tuch über die Stufen, aber sie blieben doch abgetreten. Die Vormittagsstunden waren endlich vorbeigegangen. Die kleine vereinsamte Schwester stand am Fenster, sah die Straße hinunter und erkannte schon von Weitem den Vater, der mit raschen Schritten auf das Haus zukam. Bald darauf tauchten zwei Mädchengestalten auf. Das waren die Zwillingsschwestern, die Elfjährigen, Marie und Anne, die der Bequemlichkeit halber oft zusammen Marianne genannt wurden. So rief auch Else jetzt der Mutter zu. »Der Vater ist schon im Hause, und Marianne sehe ich auch, aber sie stehen bei anderen Mädchen und machen gar nicht voran. Aber jetzt kommt der Frieder und dahinter die drei Großen. Jetzt muss ich entgegenlaufen.« Die Schwestern hatten sich den Brüdern zugesellt, und so kamen sie alle zugleich ins Haus herein, wo ihnen die Kleine laut lachend vor Vergnügen entgegenrief. »Alle sechs auf einmal!« Sie wollte zu Frieda, der zu hinterst war, aber die Schwestern hatten sie schon an den Händen gefasst, und alle drängten der Treppe zu, als die Tür der unteren Wohnung aufging und Frau Hartwig herbeikam. Flugs zogen die Brüder ihre Mützen, denn die Rücksicht auf die Hausleute war ihnen zur heiligen Pflicht gemacht, und die ganze Schar stand seit dem letzten Umzug in dem Bewusstsein, durchaus keine begehrenswerte Mietpartei zu sein. So blieben sie auch alle stehen, als Frau Hartwig ihnen zurief. »Wartet ein wenig, Kinder! Ich muss euch etwas zeigen! Schaut einmal die Treppe an! Seht ihr, wie die Stufen in der Mitte abgetreten sind! Voriges Jahr war davon noch keine Spur! Wer hat das wohl getan?« Eine peinliche Stille. lauter gesenkte Köpfe. »Das habt ihr getan!« fuhr die Hausfrau fort. »Weil ihr mit euren genagelten Stiefeln hundertmal auf- und abgesprungen seid. Wenn ihr nicht acht gebt, dann richtet ihr mir in einem Jahr meine Treppe ganz zugrunde.« Sie standen alle betreten da, die Blicke auf die Treppe gerichtet. »So schlimm kam ihnen diese wohl nicht vor, aber die Hausfrau mußte es ja wissen.« In diesem peinlichen Augenblick kam Karl dem Großen, der Mutter Hauptregel, ins Gedächtnis, nur immer gleich um Entschuldigung bitten. »Es ist mir leid!« sagte er, und alle Geschwister wiederholten das erlösende Wort. »Es ist mir leid!« Und darauf fing Karl, der Große, an, langsam und behutsam die Treppe hinaufzugehen. Ihm folgte Wilhelm der Zweite und Otto der Dritte. Ihnen nachschlichen unhörbar Marie und Anna mit Elschen. Nur Frieda, der vorhin zuhinterst gestanden war und deshalb den Schaden der Treppe noch nicht hatte sehen können, der verweilte noch und betrachtete nachdenklich die Stufen. Dann sagte er zutraulich zu der Hausfrau, »Nur in der Mitte sieht man etwas. Warum denn nicht an den Seiten? Kleines Dummerle«, sagte Frau Hartwig, »Kannst du dir das nicht denken?« »In der Mitte geht man wohl am öftesten.« »So, deshalb«, sagte der Kleine, »dann gehe ich lieber an der Seite.« Und indem er dicht am Geländer hinaufstieg, rief er noch freundlich herunter, »Gell, so wird deine Treppe schön geschont.« »Ja, so ist recht«, sagte die Hausfrau, und indem sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, sprach sie vor sich hin. »Den guten Willen haben sie. Was kann man mehr verlangen?« Oben an der Treppe hatte Elschen schon auf Frieda gewartet. Sie zog ihn ins Zimmer und rief vergnügt, »Jetzt sind sie alle wieder da!« Den Eßtisch hatte Frau Pfäffling gedeckt, ihr Mann war dabei, lebhaft hin und her zu laufen, und hatte ihr erzählt, was Neues von der Musikschule zu berichten war. Je mehr aber Kinder hereinkamen, um so öfter lief ihm eins in den Weg, so gab er das Wandeln auf und klatschte mit seinen großen Händen, was immer das Zeichen war, zu Tisch zu gehen. Da gab es schnell ein Schieben und Stuhlrücken, einen Augenblick lautloser Stille, während die Mutter das Tischgebet sprach. Es war nicht alle Tage dasselbe, sie wusste viele. Sie fragte manchmal den Vater, manchmal die Kinder, welches sie gern hörten, und richtete sich danach. Heute sprach sie den einfachen Vers, »Du schickst uns die Arbeit, du gönnst uns die Ruh, Herr, gib uns zu beiden den Segen dazu.« Das Essen, das die große Wallburg aufgetischt hatte, schmeckte allen, aber das Tischgespräch wollte heute den Eltern gar nicht gefallen. Sie kannten es schon, es war immer das Gleiche beim Beginn des Schuljahres. »Wir müssen jetzt ein Physikbuch haben.« »Die alte Ausgabe von der Grammatik, die ich von Karl noch habe, darf ich nimmer mitbringen.« »Zum Nähtuch brauchen wir ein Stück feine neue Leinwand.« »Bis Donnerstag müssen wir die richtigen Turnanzüge haben.« »In diesem Jahr kann ich mich nicht wieder ohne Atlas durchschwindeln.« »Mein Reißzeug sei ganz ungenügend.« So ging das eine Weile durcheinander, und als das Essen vorbei war, umdrängten die Plagegeister den Vater und die Mutter. Nur Frieda, der kleine Volksschüler, hatte keine derartigen Wünsche. Er nahm seine Ziehharmonika und verzog sich. Hälschen folgte ihm hinunter auf den Balkenplatz, wo eine freundliche Herbstsonne die Kinder umfing, die sich noch sorgenlos in ihren Strahlen sonnten. Herr Pfäffling suchte sich dem Drängen seiner Großen zu entziehen, indem er hinüberflüchtete in das Eckzimmer, das sein Musik- und Stundenzimmer war. Dort wartete ein Stoß neuer Notenhefte auf ihn, die er prüfen sollte. Aber es währte nicht lange, so folgten ihm seine drei Lateinschüler nach, und ein jeder brachte wiederholt sein Anliegen vor und suchte zu beweisen, dass es dringend sei. »Ich glaube es ja«, sagte der Vater, »aber alles auf einmal können wir nicht anschaffen. Ihr müsst eben warten, bis sich wieder Geld angesammelt hat.« »Woher denn so viel Dasein?« »Eben jetzt nach den langen Ferien.« »Wenn sich nun wieder Stundenschüler einfinden und das Geld ins Haus bringen, dann sollt ihr Atlas, Reißzeug und die neuesten Ausgaben der Schulbücher bekommen, aber jetzt reicht es nur für das Dringendste.« Herr Pfäffling zog eine kleine Schublade seines Schreibtisches auf, in der Geld verwahrt war. »Schaut selbst herein und rechnet, wie lange es langt«, sagte er. »Es war nicht viel in der Schublade.« Jetzt fingen die Jungen an zu rechnen und miteinander zu beraten, was das Unentbehrlichste sei. »Für Marianne muss auch noch etwas übrig bleiben«, bemerkte einer der Brüder. »Bei ihr gibt es sonst gleich wieder Tränen. Leinwand zu einem Nähtuch wollen sie. Ob das wohl recht viel kostet?« So unterhandelten sie miteinander, gaben von ihren Forderungen etwas ab und waren froh, daß das Geld wenigstens zum Allernotwendigsten reichte. Es blieb kein großer Rest mehr in der kleinen Schublade. Als kurze Zeit darauf die Lateinschüler und die Töchterschülerinnen sich wieder auf den Schulweg gemacht hatten, kam Frau Pfäffling zu ihrem Mann in das Musikzimmer, wo sie gerne nach Tisch ein Weilchen beisammensaßen. »Sieh nur, Cecilie«, sagte er zu ihr, »die trostlos leere Kasse. Es ist höchste Zeit, daß wieder mehr hereinkommt. Wenn sich nur auch neue Schüler melden, die Besten vom Vorjahr sind abgegangen und es sind jetzt wieder so viele Musiklehrer hier. Von der Musikschule alleine könnten wir nicht leben.« »Es werden gewiss welche kommen,« sagte Frau Pfäffling, aber sehr zuversichtlich klang es nicht und eines wusste vom anderen, daß es sorgliche Gedanken im Herzen bewegte. In die Stille des Eckzimmers drang vom Zimmermannsplatz herauf der wohlbekannte Klang der Harmonika. Frau Pfäffling trat ans offene Fenster und sah die beiden kleinen Geschwister auf den Brettern sitzen. »Es ist doch schon zwei Uhr vorbei,« sagte sie. »Hat denn Frieder heute Nachmittag keine Schule?« Und sie rief dieselbe Frage dem kleinen Schulbuben hinunter. Die Harmonika verstummte, die Kinder antworteten nicht, sie sahen sich nur bestürzt an, und die Eile, mit der sie von den Brettern herunterkletterten und durch den Hof rannten, dem Hause zu, sagte genug. »Er hat wahrhaftig die Schulzeit vergessen,« rief Herr Pfäffling. »Daran ist wieder nur das verwünschte Harmonikaspielen schuld.« Als Frieder die Treppe heraufkam, ohne jede Rücksicht auf abgetretene Stufen, streckte Vater ihm schon den Arm entgegen und nahm ihm die geliebte Harmonika aus der Hand mit den Worten. »Damit ist's aus und vorbei, wenn du sogar die Schulzeit vergisst.« Frieder beachtete es kaum, so sehr war er erschrocken. »Sind alle anderen schon fort? Ist's schon arg spät?«, fragte er, während er ins Zimmer lief, um seine Bücher zu holen. Elschen stand zitternd und strampelnd vor Aufregung dabei, während er seine Hefte zusammenpackte, rief immer verzweifelter »Schnell, schnell, schnell!« und hielt ihm seine Mütze hin, bis er endlich ohne Gruß davoneilte. Auf halber Treppe blieb er aber noch einmal stehen und rief kläglich herauf. »Mutter, was soll ich denn zum Lehrer sagen?« »Sage nur gleich, es tut mir leid,« rief sie ihm nach. So rannte er die Frühlingsstraße hinunter und rief in seiner Angst immer laut vor sich hin. »Es tut mir leid!« Die Vorübergehenden sahen ihm mitleidig lächelnd nach. Es war leicht zu erraten, was dem kleinen Schulbuben Leid tat, denn es schlug schon halb drei, als er um die Ecke der Frühlingsstraße bog. Herr Pfeffling nahm die Harmonika und besah sie genauer, ehe er sie in seinen Schrank schloß. »Redlich abgenützt ist sie,« sagte er sich. »Sie wird bald den Dienst versagen und den kleinen Spieler nicht mehr in Versuchung führen. Es hat wohl auch keinen Tag gegeben in den letzten zwei Jahren, an dem er sie nicht benutzt hat. Er ist ein wahrer Künstler auf dem Instrument, aber er weiß es nicht und das ist gut und von den Geschwistern hört er ja auch keine Schmeicheleien. Sie ärgern sich ja nur über den kleinen Meister. Ich wollte, ich hätte auch nur einen Schüler, der so begabt wäre wie Frieder. Aber dass er seine Schule über den Musik versäumt oder ganz vergisst wie heute, das ist doch ein starkes Stück. Am allerersten Schultag, das geht doch nicht an. Und nun wurde die Harmonika eingeschlossen. War Frieder als letzter in die Schule gekommen, so kam er auch als letzter heraus. Die Geschwister daheim hörten von der kleinen Schwester, was vorgefallen war und berieten, wie es ihm in der Schule ergangen sein mochte. Sie hatten viel Erfahrung bei allerlei Lehrern gesammelt und die Wahrscheinlichkeit sprach ihnen dafür, dass es glimpflich abgehen würde. Aber Frieder hatte einen neuen Lehrer, den kannte man noch nicht und die neuen waren oft scharf. Als nun endlich der Jüngste heimkam und ins Zimmer trat, wo alle beisammen waren, sahen sie ihn begierig, zum Teil auch ein wenig spöttisch an. Aber das Spöttische verging ihnen bald beim Anblick des kleinen Mannes. Er sah so kläglich verweint aus. Keine Frage, der Lehrer war scharf gewesen. Zuerst wollte Frieder nicht recht herausrücken mit der Sprache, denn der Vater war auch im Zimmer und das war in Erinnerung an sein zürnendes Gesicht und die weggenommene Harmonika nicht aufmunternd für Frieder. Aber Herr Pfeffling ging ans Fenster, trommelte einen Marsch auf den Scheiben und achtete offenbar nicht auf die Kinder. Da hatte Marie bald alles aus dem kleinen Bruder herausgefragt, denn sie hatte immer etwas Mütterliches gegen die Kleinen, auch der Mutter Stimme. So erzählte denn Frieder, dass der Lehrer ihm zuerst nur gewinkt hätte, sich an seinen Platz zu setzen. Aber nach der Stunde hatte Frieder vorkommen müssen, ja, und dann, dann stockte der Bericht. Aber seine Geschwister kannten sich aus, sie nahmen seine Hände in Augenschein, die waren auf der Innenseite rot und dick. Wie viel? fragte Marie. Zwei. Das geht noch an, meinte Karl der Große. Es kommt darauf an, ob's Gesalzene waren. Und nun erzählte Wilhelm der Zweite, bei uns hat einer auch einmal die Schule vergessen. Dann hat er zum Lehrer gesagt, er habe Nasenbluten bekommen und dann ist er ohne alles durchgeschlupft. Der war schlau. Da hörte auf einmal das Trommeln an den Fensterscheiben auf. Der Vater wandte sich um und sagte, der war ein Lügner und das ist der Frieder nicht. Geh her, du kleines Dummerle, du. Wenn dir der Lehrer selbst einen Denkzettel gegeben, dann brauchst du von mir keinen, du bekommst deine Harmonika wieder, aber... Die gute Lehre, die dem kleinen Schulknaben zugedacht war, unterblieb, denn in diesem Augenblick kam durchs Nebenzimmer Frau Pfeffling und sagte eilfertig, Kinder, warum macht ihr nicht auf? Ich habe hinten im Bügelzimmer das Klingeln gehört und ihr seid vorne und achtet nicht darauf. Schuldbewusst liefen die der Tür am nächsten Stehenden hinaus und riefen bald den Vater ab, in freudiger Erregung verkündend, es handelt sich um Stunden, eine vornehme Dame mit einem Fräulein ist da. Und ihr habt sie zweimal klingeln lassen, wenn sie nun fortgegangen wäre, sagte die Mutter vorwurfsvoll. Manchmal ist's recht unbequem, dass die Walburg taub ist, meinte Anne, und Else fügte altklug hinzu, es gibt Dienstmädchen, die hören ganz gut, die hören sogar das Klingeln, wenn wir eine hätten. Seid ihr ganz zufrieden, dass wir unsere Walburg haben, erklärte Frau Pfeffling, wenn sie nicht bei uns bleiben wollte, könnten wir gar keine nehmen, sie tut's um den halben Lohn. Und wie viel tut sie uns, es ist traurig zu denken, weil sie ein solches Gebrechen hat, muss sie sich mit dem halben Lohn begnügen, wenn ich könnte, würde ich ihr den doppelten geben. Unvermutet ging die Tür auf und die, von der man gesprochen hatte, trat ein. Unwillkürlich sahen die Kinder sie aufmerksamer an als sonst, sie bemerkte es aber nicht, denn sie blickte auf das große Brett voll geputzter Bestecke und Tassen, das sie aus der Küche hereintrug. Walburg war eine ungewöhnlich große, kräftige Gestalt und ihr Gesicht hatte einen guten, vertrauenerweckenden Ausdruck. Vor ein paar Jahren war sie aus einem Dienst entlassen worden, wegen ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit, die nun fast Taubheit zu nennen war. Als niemand sie dingen wollte, war sie froh, bei kleinem Lohn in der Familie Pfeffling ein Unterkommen zu finden. Seitdem sie nicht mehr das Reden der Menschen hörte, hatte sie selbst sich das Sprechen fast abgewöhnt. So tat sie stumm, aber gewissenhaft ihre Arbeit und niemand wusste viel von dem, was in ihr vorging und ob sie schwer trug an ihrem Gebrechen. Durch der Mutter Worte war aber die Teilnahme der jungen Pfefflinge wach geworden und mit dem Wunsch, freundlich gegen sie zu sein, griff Marie nach den Bestecken, um sie einzuräumen. Die anderen bekamen auch Lust zu helfen und im Nu war das Brett leer und Walburg sehr erstaunt über die ungewohnte Hilfsbereitschaft. Freundlichkeit ist auch ein Lohn, sagte Frau Pfeffling, wenn ihr den alle sieben an Walburg bezahlt, dann wird sie kolossal reich, vollendete Karl. Unser Musiklehrer kam vergnügt aus seinem Eckzimmer hervor. Ein guter Anfang des Schuljahres, sagte er, eine Dame hat mir ihre Tochter als Schülerin angetragen, zwei Stunden wöchentlich in unserem Haus. Das Fräulein mag 17 Jahre alt sein und kommt mir allerdings vor, als sei es noch ein dummes Gänzchen, aber ein freundliches. Es lacht immer, wenn nichts zu lachen ist, und kam in Verlegenheit, als die Frau Mama nach dem Preis fragte, mit der Bemerkung, sie zahle immer voraus. Sie zog auch gleich ein hochfeines Täschchen heraus und zählte das Geld auf den Tisch. Wenn es auch nur eine Bagatelle ist, sagte die Dame, so bringt man doch die Sache gerne gleich in Ordnung. Darauf empfahl sie sich, das Fräulein knickste und lachte, und morgen wird die erste Stunde sein. Da ist das Geld, du wirst es nötig haben, schloss Herr Pfäffling seinen Bericht ab und reichte seiner Frau das Geld hin. Die Kinder drückten sich an die Fenster, sahen hinunter und bewunderten die Dame, die mit ihrem seidenen Kleid durch die Frühlingsstraße rauschte, begleitet von ihrer Tochter, die mehr noch ein Kind als ein Fräulein zu sein schien. Hat je eines von euch schon diesen Namen gehört? fragte Herr Pfäffling und hielt ihnen die Besuchskarte der Dame hin. Sie schüttelten alle verneinend den Kopf. Der Name war ganz schwierig heraus zu buchstabieren. Er lautete Frau Privatiere Vernagelding Ende von Kapitel 1 Kapitel 2 von Die Familie Pfäffling Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper Kapitel 2 Herr Direktor November du düsterer nebeliger nasskalter Monat Wer kann dich leiden? Ich glaube unter allen Zwölfen hast du die wenigsten Freunde Du machst den Herbst Freuden ein Ende und bringst doch die Winterfreuden noch nicht Aber zu etwas bist du doch gut zur ernsten regelmäßigen Arbeit Was wurde allein in der Familie Pfäffling gearbeitet an dem großen Tisch unter der Hängelampe die schon um 5 Uhr brannte Von den vier Brüdern schrieb der eine Griechisch der andere Lateinisch der dritte Französisch der vierte Deutsch der eine stierte in die Luft und suchte nach geistreichen Gedanken für den Aufsatz der andere blätterte im Wörterbuch der dritte murmelte Reihen von Zeitwörtern der vierte kritzelte Rechnungen auf seine Tafel Dazwischen wurde auch einmal geplaudert und gefragt gestoßen und aufbegehrt auch gehustet und gepustet wie es der November mit sich bringt Die Mutter saß mit dem Flickkorb oben am Tisch neben sich Elschen die sich still beschäftigen sollte was aber nicht immer ganz gelang Marie und Anne die Zwillingsschwestern saßen selten dabei sie hatten ein Schlafzimmer für sich und in diesem ihrem kleinen Reich konnten sie ungestört ihre Aufgaben machen zwar war es ein kaltes Reich denn der Ofen der darin stand wurde nie geheizt aber die Schwestern wussten sich zu helfen sie lernten am liebsten aus einem Buch dabei rückten sie ihre Stühle dicht zusammen wickelten einen großen alten Schal um sich und wärmten sich an einander nur mit der Beleuchtung hatte es eine Schwierigkeit es wäre ihnen auch nicht in den Sinn gekommen einen solchen Anspruch zu machen aber im Vorplatz auf dem Schränkchen stand eine Ganglampe sie musste immer brennen wegen der Stundenschüler die den langen Gang hinunter gehen mussten bis zu dem Eckzimmer in dem Herr Pfäffling seine Stunden gab hatte aber ein Schüler den Weg gefunden und hinter sich die Tür des Musik zimmers geschlossen so konnten die Mädchen wohl auf eine Stunde die Ganglampe rauben dann war es freilich stockfinster im Vorplatz und manchmal stolperte eines der Geschwister wenn es über den Gang ging und begehrte ein wenig auf aber das nahmen die Schwestern kühl auf schlimmer war es wenn sie etwa überhörten dass die Musikstunde vorbei war und die Schüler im Finstern tappen mussten dann erschraken sie sehr stürzten eilig hinaus um zum Schluss noch zu leuchten entschuldigten sich und waren froh wenn der Vater es nicht bemerkt hatte aber einmal ging die Sache nicht so gut ab Fräulein Vernagelding hatte Stunde die Ganglampe war weg aus der Ferne hörten die Mädchen das Spiel jetzt wurde es still rasch gingen sie hinaus mit der Lampe aber die Stunde war noch nicht aus sie lauschten und hörten den Vater sprechen das ist doch nicht wie heißt denn diese Note sie sind noch nicht fertig sagten sich die Schwestern und gingen wieder an ihre Arbeit aber Herr Pfäffling sagte nur noch etwas rasch zu seiner Schülerin ich glaube es ist genug für heute besinnen sie sich daheim wie diese Note heißt und gleich darauf kam fräulein vernagelding heraus und stand in dem stock finsteren gang jede andere hätte ihren rückweg im dunkeln gesucht aber das fräulein gehörte nicht zu den tapfersten sie kehrte um klopfte wieder am Eckzimmer an und sagte mit ihrem gewohnten lachen ach bitte Herr Pfäffling mir graust so vor dem langen dunklen gang würden sie nicht Licht machen da entschuldigte sich der musiklehrer und leuchtete seiner ängstlichen schülerin aber gleichzeitig rief er gewaltig marianne und die schwestern mit der lampe kamen erschrocken herbei sie wurden noch in gegenwart von fräulein vernagelding gezankt so dass dieser ganz das lachen verging und sie so schnell wie möglich durch die treppentür verschwand das arbeiten im eigenen zimmer musste also mit mancher aufregung erkauft werden aber sie mochten doch nicht davon lassen so lernten denn die jungen pfäfflinger an den langen winterabenden das eine mehr das andere weniger im ganzen hielten sie sich alle wacker in der schule machten ihre aufgaben ohne nachhilfe und brachten nicht eben schlechte zeugnisse nach hause an einem solchen novemberabend war es dass herr pfäffling in das zimmer trat und seiner frau zurief cäcilie komm doch bitte einen augenblick zu mir herüber aber bitte gleich und er hatte kaum hinter ihr die tür zu gemacht als er ihr leise sagte ein hoch wichtiger brief sie folgte ihm über den gang dieser war wieder stockfinster aber sie beachteten es nicht und die die klavier ein brief leib 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 reichte er seiner frau liess nur und als er sah dass sie mit der fremden handschrift für seine ungeduld nicht schnell genug vorwärts kam sprach er die erste seite ist nebensächlich die hauptsache ist eben krausholt aus marstadt schreibt es solle dort eine musikschule gegründet werden und er wolle mich wenn ich lust hätte als direktor vorschlagen ob ich lust hätte in einer größeren aufblühenden stadt eine musikschule zu gründen alles nach meinen gedanken einzurichten ein mit festem gehalt angestellter direktor zu werden anstatt mich mit vernagelding und ähnlichem zu plagen zezilie hast du lust frau direktor zu werden da wiederholte sie mit fröhlichem lachen seine eigenen worte ob ich lust hätte wie kann man nur so fragen und nun setzten sie sich zusammen auf das kleine altmodische kanapé und besprachen die zukunftsaussicht die sich so ganz unvermutet eröffnete und sprachen so lang bis elschen herüber gesprungen kam und rief walburg hat das abendessen hereingebracht und nun werden die kartoffeln kalt eine ganz pflicht vergessene hausfrau sagte herr pfäffling neckend folgte mutter und töchterchen und war den ganzen abend voll fröhlichkeit ging singend oder pfeifend im familienzimmer hin und her und die glückliche stimmung teilte sich allen mit ob obwohl nach stiller übereinkunft die eltern zunächst vor den kindern noch nichts von dem unsicheren zukunftsplan erwähnten herr krausholt aus marstadt der durch seinen brief so freudige aufregung hervorgebracht hatte war herrn pfäffling aus früheren jahren gut bekannt doch hatte er die familie pfäffling noch nie besucht bei diesem anlass nun kündigte er sich zur Vorbesprechung der angelegenheit auf den nächsten mittwoch an zeitig am nachmittag wollte er eintreffen und mit den fünf uhr zug wieder abreisen herr pfäffling war in einiger aufregung wegen des gastes er ist ein etwas verwöhnter herr sagte er zu seiner frau ein jung geselle der nicht viel sinn für kinder hat am wenigsten für sieben auf einmal sie sollten ganz in den hintergrund treten du wirst ihn wohl im musikzimmer empfangen dann stören die kinder nicht sagte frau pfäffling aber zum tee möchte ich ihn wohl herüber ins esszimmer bringen die kinder können ja gerade irgendwo anders sein dann richtest du für uns drei einen gemütlichen teetisch am mittwoch wurde bei tisch den kindern mitgeteilt dass sie an diesem nachmittag möglichst unhörbar und unsichtbar sein sollten der vater zu den kleinen lasst euch nur nicht blicken wer weiß wie es euch sonst geht wenn der kinder feind kommt zunächst mussten alle zusammen helfen die schönste ordnung herzustellen bis der vater mit dem fremden vom bahnhof herein käme das wetter war leidlich sie wollten sich unten im hof aufhalten am fenster stand immer einer der brüder als posten und als nun der rannte die ganze junge gesellschaft die treppe hinunter und verschwand hinter dem haus dort war der boden tief durchweicht und mit dem zäh an den schuhsohlen haftenden lehm ließ sich nicht gut auf den balken klettern elschen fiel gleich beim ersten versuch herunter und weinte kläglich denn sie sah übel aus die schwestern bemühten sich mit wischen und reiben ihr kleid wieder zu säubern da tat sich ein Fenster auf im unteren stock und die hausfrau rief kinder ihr macht das ja immer noch schlimmer das kann man ja nicht mit ansehen kommt nur herein ich will euch helfen es ist doch auch heute so kalt geht lieber hinauf es ist ja der kinderfeind droben rief elschen kläglich oh weh sagte die hausfrau mit freundlicher teilnahme was tut auch ein kinderfeind bei euch dann kommt nur herein zu mir aber streift die füße gut ab die mädchen ließen es sich nicht zweimal sagen aber frieder wusste nicht recht ob auch er mit der einladung gemeint sei er sah sich nach den brüdern um die waren hinter den balken verschwunden so wollte er doch lieber mit hinein zu der Hausfrau inzwischen waren aber auch die Schwestern weg und bis er ihnen nach ins Haus ging hatten sie eben die Tür hinter sich geschlossen anklingeln wollte er nicht eigens für seine kleine Person so hielt er sich wieder an seine treueste Freundin die Ziamonika und bestieg mit ihr den Thron hoch oben auf den Brettern im neuen Schuljahr wurden neue Choräle eingeübt die wollte er auf seine Harmonika heraus bringen darein vertiefte er sich nun und hatte kein Verlangen mehr nach den Brüdern obwohl er sie von seinem hohen Sitz ausgleich entdeckt hatte die drei standen an dem Zaun der den Balkenplatz von dem Kasernenhof und Exerzierplatz trennte im Oktober waren neue Rekruten eingerückt die nun täglich ihre Turnübungen ganz nahe dem Zaun machten unter diesen Soldaten war ein guter bekannter ein früherer Lehrling des Schreiners Hartwig diesen nun in Uniform zu sehen ihm beim Turnen und Exerzieren zuzuschauen war etwas ganz Neues er kam auch manchmal an den Zaun und plauderte freundschaftlich mit Karl aufmerksam sahen die jungen Pfefflinge nach dem Turnplatz hinüber unter den Rekruten die jetzt eben am Turnen waren und den Sprung über ein gespanntes Seil üben sollten waren drei die der eine zeigte eifer er nahm immer wieder einen anlauf um über die schnur zu kommen und wenn es ihm fünfmal mißlungen war so kam er doch das sechste mal hinüber und der schweiß redlichste anstrengung stand ihm auf der stirn die beiden anderen machten träge bewegungen als die abteilung zur kaserne zurückkommandiert wurde mußten sie nachexerzieren das war ein menschenunwürdiger anblick dazu fing es an zu regnen große wässerige schneeflocken mischten sich darunter und die kleinen zuschauer entfernten sich im lebhaften meinungsstreit so wollten sie weder kommandieren noch kommandiert werden sie wollten alle diese übungen schon vorher machen gleich morgen sollte da zwischen den balken ein sprungseil gespannt werden sie kamen an frieda vorbei der hatte auch gemerkt dass schnee und regen herunter fielen und kletterte von seinem brettersitz nun besprachen sich die brüder über ihn er würde vielleicht auch einmal so ein ungeschickter es durfte nicht sein dass er immer nur harmonika spielte und sie wollten ihn auch springen lehren er musste mittun gleich morgen er sagte auch ja dazu aber es war ihm ein wenig bedenklich und mit recht drei übereifrige unteroffiziere gegen einen rekruten als sie an das haus kamen fiel ihnen erst wieder der gast ein der droben die gegend unsicher machte war er vielleicht schon fort die schwestern die noch bei der hausfrau waren wurden gerufen und man beschloss dass sie erkunden sollten wie es oben stünde marie wagte sich hinauf er schien bald wieder an der treppe und winkte den anderen leise nach zu kommen elschen folgte nur zaghaft den geschwistern sie stellte sich den kinderfeind als eine art menschenfresser vor er ist im wohnzimmer flüsterte marie wir gehen in das musikzimmer da hört man uns nicht auf den zehen schlich die ganze kindergesellschaft in das eckzimmer dort fühlten sie sich in sicherheit nur war von allen was sie gern gehabt hätten von büchern und heften oder spielen hier nichts zu haben so standen sie alle sieben herum warteten und fingen an in dem kühlen zimmer zu frieren denn sie waren nass und durchkältet wir wollen miteinander ringen dass es uns warm wird schlug wilhelm vor und otto ging darauf ein karl war auch dabei ich nehme es mit der ganzen marianne auf rief er stellt die stühle aus dem weg sie taten es und dann machten sie es den großen geschwistern nach das gab ein großes gelächter und gekreisch aber auch einen großen plumps weil otto und wilhelm zu boden fielen in diesem augenblick ging die tür auf herr pfäffling hatte ahnungslos seinen besuch zu gemeinsamem klavierspiel aufgefordert und so traten sie miteinander ins kinderzimmer nein auch für einen kinderfreund wäre dieser knäuel sich balgender knaben und ringender mädchen kein schöner anblick gewesen und nun erst für den kinder feind er prallte ordentlich zurück elschen schrie beim anblick des gefürchteten fremden laut auf und ergriff eiligst durch den anderen ausgang die flucht alle geschwister ihr nach aber unter der tür noch besann sich karl kehrte zurück grüßte und sagte entschuldige vater wir wollten drüben nicht stören deshalb sind wir alle hier gewesen und dann stellte er rasch die stühle an ihren platz und rettete dadurch noch einigermaßen die ehre der pfäfflinge die sich wohl noch nie so ungünstig gezeigt hatten wie eben diesem fremden gegenüber eine kleine weile danach reiste der gast ab von Herrn pfäffling zur Bahn und bald saßen sie in der gewohnten weise an ihren aufgaben doch war ihnen allen bang wie der vater wohl die sache aufgenommen habe und was er sagen würde bei seiner rückkehr von der bahn die mutter war ja nicht dabei gewesen sie konnte es nicht wissen nun kam der vater heim eine merkwürdige stille herrschte im zimmer als er über die schwelle trat er blieb einen augenblick stehen betrachtete das friedliche familienbild dann sagte er da sitzen sie nun wie muster kinder ganz brav bei der mutter sanft wie unschuldige lämmlein nicht wiederzuerkennen die wilde horde von drüben bei diesem scherzenden ton wurde ihnen allen leicht ums herz sie lachten sprangen dem vater entgegen und elschen fragte ist der herr weit weg gereist vater und bleibt er jetzt schön da wo er hingehört jawohl du kannst beruhigt sein er kommt nicht mehr und wenn er käme oder wenn ein anderer kommt setzte herr pfäffling hinzu indem er sich an seine frau wandte dann geben wir uns gar keine mühe mehr unser hauswesen in stiller vornehmheit zu zeigen und in künstliches Licht zu stellen denn so ein künstliches Licht Stunden später als Elschen längst schlief die schwestern gute nacht gesagt hatten und Frieda mit Wilhelm und Otto im sogenannten Bubenzimmer ihre Betten aufsuchten saß Karl noch allein mit den Eltern am Tisch seit seinem 15. Geburtstag hatte er dies vorrecht es wurde allmählich still im Haus auch Walburg hatte gute Nacht gewünscht manchmal lag kein anderes Wort zwischen ihrem guten Morgen und gute Nacht saßen waren ganz schweigsam und bewegten doch ungefähr denselben Gedanken Herr Pfäffling dachte wenn nur Karl auch zu Bett ginge dass ich mit meiner Frau von Marstatt reden könnte die Kinder sollen ja noch nichts davon wissen er zog seine Taschenuhr es war noch nicht spät dann ging er auf und ab sah wieder nach der Uhr und wurde immer ruheloser Herr Pfäffling dachte meinem Mann ist es lästig dass wir nicht allein sind aber er möchte Karl doch nicht so früh zu Bett schicken nein diese Unruhe und dagegen die Ruhe mit der Karl in sein Buch schaut und nicht ahnt dass er stört darin täuschte sich aber Frau Pfäffling denn Karl dachte der Vater schweigt und die Mutter schweigt wenn ich nur zur Tür hinaus ginge würden sie reden über Herrn Krausholt von zum dritten Mal in fünf Minuten seine Uhr er möchte mich fort haben und doch nicht fortschicken und die Mutter auch da ist wohl angezeigt dass ich freiwillig gehe er klappte das Buch zu stand auf und sagte gute Nacht Vater gute Nacht Mutter ich will jetzt auch gehen gute Nacht Karl sie waren überrascht dass er so bald aufbrach es ist Zufall sagte Herr Pfäffling oder er hat woran sollte er das gemerkt haben wir haben nichts gesagt und er hat gelesen dir kann man so etwas schon anmerken erwiderte Frau Pfäffling lächelnd das muss ich noch erfahren sagte Herr Pfäffling und rief seinen Jungen noch einmal zurück sage offen warum du so bald zu Bett gehst einen Augenblick zögerte Karl dann erwiderte er schelmisch weil du dreimal auf deine Uhr gesehen hast Vater also doch so geh du immerhin zu Bett Karl es ist nett von dir dass du Takt hast übrigens wenn du Takt hast dann kannst du ebenso gut hier bleiben dann wirst du auch nicht taktlos ausplaudern was wir besprechen das das ich auch sagte frau pfäffling er wird nun bald 16 jahre komm großer setz dich noch einmal zu uns dem sohn wurde ganz eigen zumute mit einem mal fühlte er sich wie ein Freund zu Vater und Mutter herbeigezogen und in dieser Abendstunde erfuhr er was seine Eltern gegenwärtig freudig bewegte als er sich aber eine Stunde später leise neben seine Brüder zu Bett legte da besann er sich ob irgendetwas auf der Welt ihn bewegen könnte das Vertrauen der Eltern zu täuschen und er fühlte dass keine Lockung noch Drohung stark genug wäre ihm das anvertraute Geheimnis zu entreißen in aller Stille reiste am folgenden Sonntag unser Musiklehrer nach Marstadt um sich dort den Herren vorzustellen die über die Ernennung des Direktors zu entscheiden hatten es kam noch ein anderer jüngerer Mann aus Marstadt für die Stelle in Betracht und nun musste sich zeigen ob Herr Pfeffling wirklich wie sein Freund Krausholt meinte die besseren Aussichten habe unterwegs nach der ihm unbekannten Stadt wurde Herr Pfeffling immer kleinmütiger warum sollten sie denn ihn den Fremdling wählen statt des Einheimischen sie konnten ja gar nicht wissen wie eifrig er sich seinem neuen Beruf widmen wollte und wie ihm dabei all seine bisherigen Erfahrungen an der Musikschule helfen würden in Marstadt angekommen machte er Besuche bei den Herren die sein Freund Krausholt ihm nannte war er bei dem ersten noch verzagt so wuchs seine Zuversicht bei jedem weiteren Besuch denn wie aus einem Munde lautete das Urteil über seinen Mitbewerber zu jung viel zu jung zum Direktor und einmal als er in Begleitung seines Freundes über die Straße ging sah er selbst den Jüngling der sein Mitbewerber war und von da an war er beruhigt das war noch kein Mann für eine solche Stelle der sollte nur noch zehn Jahre warten in froher Zuversicht konnte unser Musiklehrer die Heimreise antreten am Bahnhof von Marstadt bot ein Mädchen Blumen an in seiner hoffnungsfreudigen Stimmung gestattete er sich bei ihm eine ganz unerhörte Üppigkeit er kaufte eine Rose sein Freund Krausholt sah ihn groß an zu was brauchst du so etwas für die zukünftige Frau Direktor antwortete Herr Pfäffling fröhlich und als sein Freund noch immer verwundert schien setzte er ernst hinzu weißt du sie hat es schon manchmal recht schwer gehabt in unseren knappen Verhältnissen sie verabschiedeten sich und Krausholt versprach am nächsten Donnerstag gleich nach Schluss der Sitzung ihm den Bescheid über die Besetzung der Stelle zu drahten als bei seiner Rückkehr Herr Pfäffling seiner Frau die Rose reichte wusste sie alles auch ohne Worte seine glückselige siegesgewisse Stimmung seine Freude dass er ihr auch ein schöneres Los bieten konnte das alles erkannte sie an der unerhört verschwenderischen Gabe einer Rose im November die Sache blieb nicht länger Geheimnis Herr Pfäffling besprach sich mit seinem Direktor in der Zeitung kam eine Mitteilung aus Marstadt über die geplante Musikschule und die zwei Bewerber um die Direktorstelle auch die Kinder hörten nun davon die Hausleute erfuhren es und Wallberg wurde es ins Ohr gerufen Je näher der Donnerstag kam umso mehr wuchs die Spannung auf den Entscheid Am Vorabend lief noch ein Brief von Krausholt ein der keinen Zweifel mehr darüber ließ dass Pfäffling einstimmig gewählt werden würde Gegen Mittag konnte die Nachricht einlaufen Sie waren noch nicht da als Herr Pfäffling aus der Musikschule heimkam so setzten sie sich alle zu Tisch wie gewöhnlich aber die Kinder stritten sich darum wer aufmachen dürfte wenn der Bote klingeln würde die Mutter hatte das aufmerksame Ohr einer Hausfrau sie legte den Löffel aus der Hand und sagte er kommt einen Augenblick später klingelte es und von den dreien die hinausgerannt waren brachte Wilhelm die Drahtnachricht dem Vater der rasch den Umschlag aufriss es war ein langes ein bedenklich langes schreiben es besagte dass noch in der letzten Stunde der Beschluss im nächsten Jahr schon eine Musikschule zu gründen umgestoßen worden sei und dass man eines günstigen Bauplatzes wegen noch ein paar Jahre warten war es zumute wie wenn man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hätte als er las daß die ganze Musikschule die er übernehmen sollte wie ein luftschloß zusammenbrach oh diese traurige tischgesellschaft wie bestürzt sahen die eltern aus wie starrten die buben das unheilvolle blatt papier an wie flossen den mädchen die tränen aus den augen wie schaute elschen so ratlos von einem zum anderen weil sie gar nichts von all dem verstand Frieda der neben der Mutter saß wandte sich halblaut an sie es wäre viel freundlicher gewesen wenn sie das mit der Musikschule schon vorher ausgemacht hätten und das mit dem Vater dann erst nachher oh Frieda rief der Vater und fuhr so leber vom Stuhl auf dass alle erschraken wenn die Marstädter nur so klug wären wie du aber die sind so ich will gar nicht sagen wie das kann man überhaupt nicht sagen dafür gibt es keinen Ausdruck Frau Pfäffling nahm das Blatt noch einmal zur Hand ein paar Jahre wollen sie warten sagte sie vielleicht nur zwei Jahre dann wäre es ja nicht so sehr ferne gerückt es können auch fünf daraus werden und zehn entgegnete Herr Pfäffling inzwischen kommen die die jetzt noch zu jung waren ins richtige Alter und ich komme darüber hinaus nein nein da ist nichts mehr zu hoffen Direktor bin ich gewesen mit diesen Worten verließ er das Zimmer und man hörte ihn über den Gang in das Musik Zimmer gehen die Kinder aßen was auf ihren Tellern fast erkaltet war ich wollte Herr Krausholt wäre gar nie in unser Haus gekommen sagte Anne da stimmten alle ein und der ganze Zorn entlud sich über ihn bis die Mutter wehrte Herr Krausholt hat es nur gut gemeint ihr Kinder habt über dies allen Grund froh zu sein dass wir hier bleiben ihr bekommt es nirgends mehr so gut wie hier draußen in der Frühlingsstraße für euch wäre es kein Gewinn gewesen aber für den Vater und für dich sagte Karl und er dachte an den schönen Abend an dem die Eltern ihm die frohe Zukunftsaussicht anvertraut hatten ja sagte die Mutter aber der Vater und ich kommen darüber hinweg in der ersten Viertelstunde ist man wohl betroffen aber dann stemmt man sich gegen das Ungemach und sagt sich dies gehört auch zu den Dingen die uns zum besten dienen müssen wie alles was Gott schickt und dann besinnt man sich wie muss in Gedanken seid ihr satt Kinder fragte sie nach einer kleinen Weile dann deckt den Tisch ab ich will ein wenig zum Vater hinüber gehen nehmt auch die Rose mit hinaus die Blätter fallen ab im Eckzimmer wanderte Herr Pfäffling auf und ab und wartete auf seine Frau denn er wusste ganz gewiß dass sie zu ihm kommen würde sie hatten schon manches schwere miteinander getragen und nun musste auch diese Enttäuschung gemeinsam durchgekämpft werden als Frau Pfäffling eintrat hatte ihr Mann ein Blatt Papier in der Hand und reichte es ihr mit einem schmerzlichen Lächeln da sie gestern Abend war ich so zuversichtlich da habe ich für dich ein kleines Lied erdacht das wollte ich dir heute Abend mit der Gitarre singen die Kinder hätten im Chor den Schlussreim mitsingen dürfen auf den jeder Vers ausgeht darum rufen wir mit frohem Sinn es lebe die Direktorin nun muss es heißen schlag dir die Ehre aus dem Sinn du wirst niemals Direktorin nein nein werte Frau Pfäffling du musst es anders umändern es muss ausgedrückt sein dass wir trotz allem einen frohen Sinn haben für den Gedanken finde ich jetzt noch keinen Reim sagte er trübsinnig ich brauche auch keinem mit dem Lied kannst du Feuer machen sie sprachen nun noch lange von der großen Enttäuschung und dann kamen sie auf den beginnenden Winter zu sprechen für den noch nicht so viele Stunden angesagt waren als nötig erschien um gut durch zu kommen so erschien ihnen die Zukunft grau wie der heutige November Himmel inzwischen war was wollt ihr der rief dagegen wenig ermutigend der Vater unter der Tür erschienen die drei Schwestern voran die kleine mit strahlendem Ausdruck dann Marie und Anne sie trugen zwei Tassen Kaffee und Milchkanne und stellten das alles vorsichtig auf den Tisch die zwei Großen sahen zaghaft aus wussten nicht recht wie die Überraschung wohl aufgenommen würde was fällt euch denn ein Kinder fragte die Mutter Marie antwortete aber ihre Stimme zitterte und die Tränen wollten kommen wir haben euch heute einen Kaffee gemacht weil ihr fast nichts gegessen habt und Anne flüsterte der Mutter zu von unserem Geld du darfst nicht zanken schnell gingen sie wieder hinaus und hörten unter der Tür wie die Mutter freundlich sagte dann kann ich freilich nicht zanken so war also die Überraschung gut aufgenommen solch ein Kaffee nach Tisch war eine Liebhaberei von Herrn Pfäffling die er sich nur an Festtagen gestattete so kam es ihm auch wunderlich vor sich gerade heute mit seiner Frau an den Kaffeetisch zu setzen er war sich musste es schon den Kindern zuliebe tun sicher würde Marie das Hausmütterchen gleich nachher schauen ob auch die Kannen geleert seien diesem festtäglichen Kaffee gegenüber wich die graue November Stimmung unwillkürlich und bei der zweiten Tasse sagte unser Musiklehrer zu seiner Frau man müsste eben den Schlussreim so verändern Direktor her Direktor hin wir haben dennoch frohen Sinn der letzte Schluck Kaffee war noch nicht genommen da klingelte es Frau pfäffling horchte und rief erschrocken kann das fräulein vernagelding sein donnerstag freilich das ist ihr tag oh die unglückselige stunde die hatte ich ganz vergessen muss die jetzt auch noch gerade heute sein wenn ich die jetzt ertrage zezilie dann bewundere ich mich selber du glaubst nicht wie unmusikalisch das fräulein ist Frau pfäffling hatte das kaffeegeschirr rasch auf das brett gestellt und war damit verschwunden bis fräulein vernagelding im vorplatz am kleiderhalter und spiegel sich hergerichtet und ihre niedlichen löckchen zurecht gesteckt hatte herr pfäffling nahm sich gewaltig zusammen als die unbegabteste aller schülerinnen sich ans klavier setzte und mit holdem lächeln sagte heute dürfen sie es nicht so streng mit mir nehmen herr pfäffling ich konnte nicht so viel üben denken sie ich war gestern auf meinem ersten ball es war ganz reizend ich war in rosa freut mich freut mich sagte herr pfäffling und trippelte bereits etwas erregt mit dem rechten fuß aber jetzt wollen wir gar nicht mehr an den ball denken sondern bloß an unsere tonleiter g dur und nicht wieder f nehmen statt fiss das klingt gräulich für mich schon wieder f wieder f aber sie nehmen ja jedes mal f sie denken wieder an den gestrigen ball nein herr pfäffling entgegnete sie und sah ihn strahlend an ich denke ja an den morgigen ball was sagen sie dazu dass ich morgen schon wieder tanze diesmal in meergrün ist das nicht süß herr pfäffling wurde noch ungeduldiger süß ja süß wiederholte er aber zwischen zwei bellen sie mit der gedur tonleiter zu plagen das wäre grausam auch gegen mich da gehen sie lieber heim für heute ja darf ich sagte sie aufstehend und die hoffnungsvolle schülerin empfahl sich mit dankbarem lächeln und knicks als frau pfäffling durch den vorplatz ging sah sie mit staunen dass fräulein vernagelding schon wieder am spiegel stand sie hatte diesmal entschieden mehr zeit am spiegel als am klavier verbracht herr pfäffling erzählte dass ihm die geduld ausgegangen sei er glaube aber nicht dass es das fräulein übel genommen habe aber frau privatiere nagelding wird umso mehr gekränkt sein sagte frau pfäffling besorgt unnötige sorge als das tanzlustige fräulein daheim von der abgekürzten stunde berichtete sagte die mutter dies ist ein einsichtsvoller herr er gönnt doch auch der jugend ihr unschuldiges vergnügen wir müssen ihm gelegentlich ein präsent machen agathe ende von kapitel zwei kapitel drei von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel drei der leonidenschwarm samstagnachmittag war's und eifrige tätigkeit in haus und hof frau pfäffling und walburg hatten viel zu putzen und zu ordnen und auf die hilfe von marie und anne wurde dabei schon ganz ernstlich gerechnet ob sie gerne das geschirr in der küche abtrockneten und mit vorliebe den staub wischten ob sie mit lust die leuchter putzten oder mit freuden die lampen das wusste niemand aber das wussten alle dass diese arbeiten geschehen mussten und walburg nicht allein mit ihnen fertig werden konnte die brüder hatten auch für etwas einzustehen im haus sie mussten sorgen dass in der holzkammer stets fein gespaltenes holz vorrätig war das hatten sie aber heute schon besorgt und nun waren sie in fröhlicher tätigkeit auf dem balkenplatz der schreinergeselle rembold der als soldat diente und durch den zaun die freundschaft mit den jungen pfäfflings pflegte hatte gesehen wie sie sich mühsam ein sprungseil zu spannen versuchten und nicht zurecht damit kamen darauf hatte er versprochen ihnen zu helfen sobald er frei habe und nun war er herüber gekommen mit seiner anstatten zwei pfähle wurden eingerammt an denen sich das seil in unterschiedlicher höhe spannen ließ ganz wie drüben auf dem militärturnplatz nur dass auf kleinere turner gerechnet werden musste frieder wurde herbeigeholt er war für einen achtjährigen noch ein kleiner kerl und nicht so gewandt wie seine leichtfüßigen brüder es zeigte sich dass man das seil noch viel näher am Boden spannen musste und als er seine ersten sprungversuche machte und fest auf das seil anstatt darüber sprang lachten sie alle und nannten ihn wie in seinen kinderjahren das kleine dummalle er nahm das aber nicht übel umso weniger als rembold der inzwischen frieders harmonika genommen und umsonst versucht hatte etwas wohlklingendes herauszulocken bewundernd sagte wie der kleine kerl nur so umgehen kann mit dem großen instrument gestern haben ihm viele soldaten zugehört da hat es geklungen wie das lied wachet auf ruft uns die stimme ja das war's sagte frieder das lernen wir jetzt in der schule was sagt denn dein lehrer dazu wenn du die lieder so spielen kannst ich nehme doch die harmonika nicht mit in die schule sagte frieder ganz erstaunt nimm sie doch einmal mit entgegnete remboldt da wirst du sehen wie der lehrer achtung vor dir bekommt und alle deine mitschüler frieder machte große augen daheim war eigentlich immer nur eine stimme des ärgers über sein spiel und nun meinte remboldt er sollte seine harmonika absichtlich dahin mitnehmen wo recht viele sie hören würden zweifelnd sah er auf seine alte treue begleiterin bisher hatten sie sich immer möglichst miteinander entfernt von allen menschen und nun sollten sie sich vordrängen ihm kam es unbescheiden vor aber doch auch lockend und so ging er nachdenklich davon während seine brüder sich noch mit remboldt unterhielten dieser erzählte von seinem soldatenleben heute hatte er neues zu berichten gestern nacht war ich auf der wache sagte er vor dem kasernentor da bläst einem der wind eisig um die ohren und die füße werden steif wenn man nicht immer zu hin und her geht man hört auch gern seinen eigenen tritt weil's so totenstill ist man meint man sei ganz allein auf der welt es war so eine finstere nacht kein mondschein am himmel und im westen eine schwarze wand nur im osten war's hell und ein paar sterne am himmel vor mir lag der weite leere kasernenhof hinter mir die lange schwarze kasernenmauer ganz unheimlich sage ich euch da nach mitternacht hat sich der wind gelegt und der himmel ist klarer geworden wie ich wie ich nun so hinauf schaue wie immer mehr sterne herauskommen fliegt einer in großem bogen über den halben himmel und wie ich dem nach schaue kommt wieder einer und zwei auf einmal und so ging's fort und mir war's gerade wie wenn mir zu liebe so ein himmlisches feuerwerk veranstaltet wäre denn dachte ich es sieht ja sonst niemand als du mir war's ganz feierlich zumute ich nahm mir aber vor den kameraden erzählst du das nicht sie meinen sonst du flunkerst aber da kam morgens eine abteilung von einer nächtlichen felddienstübung heim und die hatten es auch beobachtet und fingen gleich an davon zu erzählen ihnen hat ihr hauptmann erklärt dass alle jahre in den nächten um den zwölften bis siebzehnten november herum so ein stern schnuppen schwarm sei der heiße der leoniden schwarm in manchen jahren sei er besonders reich und so in diesem aber erst nach mitternacht und man sehe es nur selten so schön wie in der vergangenen nacht weil die novembernächte meistens trüb seien wenn's heute nacht hell wäre ich wollte gleich wieder auf die wache ziehen um den preis karl der große wilhelm der zweite otto der dritte sie kamen alle mit einem gedanken vom hof herauf den leoniden schwarm mussten sie sehen heute oder morgen wollten sie nach mitternacht hinunter gehen und von den balken aus die sternschnuppen beobachten wenn nur die erlaubnis der eltern zu bekommen war oder konnte man's ungefragt unternehmen es war ja nichts schlimmes sie berieten miteinander die schwestern kamen dazu und wurden eingeweiht in den plan da entschied marie das praktische hausmütterchen ohne erlaubnis geht das nicht weil es nicht ohne hausschlüssel geht die haustür wird nachts geschlossen also musste man bittend an die eltern kommen der vater wollte nicht gern der jugend den hausschlüssel anvertrauen und die mutter meinte so vom bett in die novembernacht hinaus würden sie sich erkälten und alle beide fürchteten sie die hausleute möchten bei nacht gestört werden dagegen sagte der vater seine buben dürften nicht so zimperlich sein dass sie nicht eine stunde draußen in der winternacht aushalten könnten und die mutter erzählte dass sie schon von ihrer jugend an den wunsch gehabt hätte so einen sternschnuppenschwarm zu sehen die drei brüder versicherten dass sie lautlos die treppe hinunterschleichen würden da machte die kleine else die gespannt zugehört hatte ob die brüder mit ihrer bitte wohl durchdringen würden den schluss indem sie erklärte also dann dürft ihr da lachten sie alle und niemand widersprach aber doch war es nur so eine halbe erlaubnis und die brüder hielten es für klug nicht mehr auf das gespräch zurückzukommen überdies fing es am abend an zu regnen ja es regnete auch noch den ganzen sonntag und niemand dachte mehr an die sternschnuppen als aber am sonntagabend kahl zu bett ging bemerkte er dass am himmel ein paar sterne sichtbar waren wenn es nun doch möglich würde er richtete seine weckuhr auf ein uhr und konnte vor erwartung kaum einschlafen während nun stille im ganzen haus wurde und die nacht weiter vorrückte lösten und verteilten sich am himmel immer mehr die schweren wolken ein stern nach dem anderen leuchtete hervor und als vom wecker aufgeschreckt kahl ans fenster huschte um zu sehen ob etwas zu hoffen wäre strahlte ihm der klarste himmel entgegen ja er meinte sogar ein kurzes leuchten wie von einer fliegenden kugel gesehen zu haben es war nun keine leichte aufgabe wilhelm und otto zu wecken ohne dabei das ganze haus aufzumuntern zum glück lag das bubenzimmer nicht neben dem schlafzimmer der eltern die verschlafenen brüder hatten nicht einmal mehr lust zu dem nächtlichen unternehmen aber die stellte sich wieder ein sobald sie ganz wach waren und nun richteten sich die drei in aller stille nebenan schliefen die schwestern plötzlich ging die tür leise auf ein arm streckte sich herein und ein geheimnisvolles geld ihr geht da habt ihr unsern schal wurde geflüstert das große warme tuch flog herein die tür ging leise wieder zu mit klopfendem herzen nahm karl den hausschlüssel vom nagel in strümpfen die stiefel in der hand schlichen sie alle drei über den gang und die treppe hinunter aber ehe sie hinaustraten in den nassen hof mussten doch die stiefel angezogen werden und das ging nicht so ganz ohne jegliches geräusch nicht ohne geflüster auch der schlüssel bewegte sich nicht ohne metallenen klang im schloss und die tür ging nicht ohne knarren in den angeln hingegen ging es sich lautlos auf dem bodenlosen weg nach dem balken und als die drei erst hinter den brettern nahe dem kasernenzaun waren schien ihnen das unternehmen gelungen das wachsame ohr von frau hartwig der hausfrau hatte aber etwas gehört sie wusste zunächst selbst nicht an was sie erwacht war aber sie hatte das gefühl irgendetwas ist nicht in ordnung sie setzte sich im bett auf horchte vernahm ganz deutlich den ihr wohlbekannten ton der sich schließenden haustür und dann ein flüstern außerhalb derselben es ist jemand hinausgegangen sagte sie sich wer hat nachts um ein uhr hinaus zu gehen sie besann sich es war ihr unerklärlich es ist ungehörig sagte sie sich wer solch nächtliche spaziergänge macht der soll nur draußen bleiben und rasch entschlossen ging sie hinaus und schob den nachtriegel an der haustür vor dann legte sie sich beruhigt nieder nun konnte niemand ins haus herein ohne anzuklingeln auf diese weise wollte sie schon herausbringen wer hinausgeschlüpft war war es jemand mit gutem gewissen mochte er klingeln auf frieders hohen brettersitz saßen die drei brüder in der stille der nacht und sahen erwartungsvoll hinauf nach dem sternenhimmel in wunderbarer klarheit wölbte er sich über ihnen das war in schimmern und leuchten aus unendlichen fernen keiner von ihnen hatte es je so schön gesehen wenn auch weiter gar nichts zu sehen wäre sagte karl so würde mich doch nicht reuen dass ich aufgestanden bin mich reut's auch nicht sagte wilhelm obwohl ich's gar nicht glaube dass einer von den sternen auf einmal anfängt zu fliegen die stehen da droben alle so fest seht seht da rief in diesem augenblick otto und deutete nach osten ein heller weiß glänzender stern schoss am firmament in weitem bogen dahin und war dann plötzlich verschwunden in einem nu hatte er die riesige bahn durchflogen wie weit wohl ja das mochte wohl eine strecke gewesen sein größer als das ganze deutschland staunend sahen die kinder hinauf da schon wieder eine sternschnuppe größer als die vorige in gelbem licht strahlend und nach wenigen minuten wieder eine die meisten kamen aus derselben himmelsrichtung und flogen in der gleichen richtung die kinder fingen an zu zählen aber als die zeit vorrückte und es auf den turm uhren zwei uhr geschlagen hatte wurden die sternschnuppen immer häufiger oft waren zwei oder drei zugleich sichtbar es war über alles erwarten schön allmählich schoben sich aber von westen herauf immer größere wolkenmassen und fingen an die sterne zu verdunkeln endlich kam das gewölk bis an die himmelsgegend von der die meisten sternschnuppen ausgingen und wie wenn den staunenden blicken nicht länger das schöne schauspiel vergönnt sein sollte zog sich eine dichte undurchdringliche decke über die ganze herrlichkeit noch standen die kinder auf ihren posten und hofften die wolken würden sich wieder verteilen da und dort schimmerte zwischendurch ein einzelner stern sie sind alle noch da und fliegen herum sagte otto nur die wolken sind davor nun wurde es vollständig nacht und die brüder empfanden auf einmal dass es kalt war und sie selbst müde und schläfrig jetzt ins warme bett schlüpfen musste köstlich sein also kletterten sie herunter und gingen in der stockfinsternis dem haus zu du hast noch den schlüssel karl jawohl er ist da das wäre kein spaß wenn du den verloren hättest und wir müssten draußen bleiben in der kälte sie kamen nun nah an das haus schlichen sich leise und schweigend an die tür karl schloss auf und klingte an der schnalle aber die von innen verriegelte tür ging nicht auf was ist denn das flüsterte karl drehte den schlüssel noch einmal im schloss auf und zu und klingte und drückte gegen die tür aber die gab nicht nach lass doch mich versuchen sagte wilhelm leise du hast wohl falsch herum gedreht er brachte ebenso wenig zustande und otto auch nicht mehr lasst doch ihr verdreht das schloss noch sagte karl ihr seht doch es geht nicht was kann denn aber schuld sein das schloss ist doch in ordnung was hält die tür zu in leisem flüsterton gingen nun die vermutungen hin und her jemand hat etwas vor die tür gestellt damit wir nicht hinein können oder den riegel vorgeschoben ja ja den riegel natürlich der riegel ist vorgeschoben wer hat das getan wer hat uns hinausgeriegelt da meldete sich das gewissen vielleicht der vater weil wir nichts gesagt haben aber er hat es doch erlaubt ich weiß nicht mehr so recht hat er es wirklich erlaubt wir hätten vielleicht um den hausschlüssel bitten sollen so wird's sein der vater hat den wecker gehört hat gemerkt dass wir ungefragt fortgehen und hat hinter uns zugeriegelt es muss ja so sein wer hätte es sonst tun sollen nach einigem nachdenken über diese traurige lage sagte karl klingeln dürfen wir nicht gehen wir wieder hinten auf den platz wickeln uns in den warmen schal und legen uns auf ein brett da kann man auch schlafen so schlichen sie noch einmal wie drei kleine sünder ums haus herum und suchten sich ein lager zu machen auf den brettern wenn es nur nicht so stockfinster gewesen wäre und die bretter so nass und so hart und so unbequem und wenn es nur vor allem nicht so bitterkalt gewesen wäre karl blieb nur einen augenblick liegen dann sprang er auf der schal reicht doch nicht für drei ihr könnt ihn haben und ich laufe lieber hin und her wie wenn ich wache hätte wer weiß in drei jahren muss ich ganz im ernst tun er wickelte die brüder in das tuch wanderte stramm hin und her war ganz wohlgemut und dachte an das soldatenleben aber nach einer kleinen weile hörte er einen seltsamen ton was war denn das er kam etwas näher zu den brüdern her war haftig otto schluchzte und weinte ganz laut er hatte ein wenig geschlafen und war nun aufgewacht und klagte es tue ihm alles weh auch wilhelm erhob sich wieder aus seiner unbequemen lage und schien ebenso nah am weinen da fühlte sich karl als ältester verantwortlich die müssen ins bett sagte er zu sich sonst werden sie krank wir wollen sehen ob wir nicht die marianne wachrufen können damit sie uns aufriegelt da waren die verschlafenen gleich wieder munter sie gingen nach der seite des hauses wo das schlafzimmer der mädchen lag und nun galt es so laut zu rufen dass diese aufwachten und zugleich so leise dass die hartwegs die unter ihnen schliefen nichts hörten marianne 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 klang es zuerst leise und allmählich lauter es ging aber umgekehrt die schwestern hörten nichts und die hausleute wachten auf die hausfrau lächelte ganz befriedigt aha sagte sie sich nun möchte man wieder herein sie erzählte ihrem mann von der verriegelten türe er machte das fenster auf wer ist da rief er die brüder erschraken als sie des hausherrn stimme hörten keiner rührte sich keiner antwortete der hausherr starrte in die dunkelheit hinaus und lauschte er sah nichts hörte nichts und schloss das fenster eine gute weile blieben unsere drei ausgestoßenen wie angewurzelt stehen wir wollen etwas an das fenster hinauf werfen schlug karl vor und sie tasteten nach steinchen und warfen aber sie trafen schlecht in der dunkelheit fingen wieder an marianne zu rufen und fanden es unbegreiflich dass die schwestern so fest schliefen ich habe ganz deutlich die stimme von einem pfäffling erkannt sagte die hausfrau zu ihrem mann es wird doch keines von den kindern draußen sein in der kalten nacht lass mich mal rufen mich kennen sie besser und leise öffnete sie das fenster und rief freundlich seid ihr es kinder auf diesen lockton gingen sie ein ja wir sind's riefen sie dreistimmig näherten sich dem fenster und sagten wir wollten nur marianne rufen damit sie uns herein lässt die hausfrau erschrak so hatte sie die kinder hinaus geschlossen an die bösen hatte sie gedacht denen es nur recht geschah an die guten die klingeln würden aber nicht an die bescheidenen die nicht klingeln mochten ich mache euch gleich auf kinder sagte sie wie kommt ihr nur hinaus wir haben den leoniden schwarm angesehen aber kinder rief sie vorwurfsvoll und schloss das fenster was haben sie sich angesehen den leoniden schwarm fragte der hausherr was ist denn das wieder eine studentenverbindung ein verein und da schwärmen die burschen hinaus ohne ihren vater und bleiben bis gegen morgen herr hartwig war sehr aufgebracht bleibe du nur da sagte er zu seiner frau ich will selber hinaus und ihnen sagen was nötig ist wenn man nicht mehr seine nachtruhe hat nicht weiß ob das haus nachts geschlossen bleibt dann hört ja alles auf für solche mietsleute bedanke ich mich mittlerweile hatte der hausherr sich angekleidet kam heraus und schob den riegel der haustür zurück die drei frierenden übernächtigten kameraden sahen nicht erfreulich aus und schreiner hartmann maß sie mit einem so verächtlichen blick daß ihnen sogar die gewohnte entschuldigung entfiel sie standen vor ihm wie das böse gewissen er schob sie von der tür weg und den riegel mit gewalt wieder vor und dann sprach er ruhig und deutlich den einen satz sagt eurem vater auf ersten januar sei ihm die wohnung gekündigt ach auf den nassen harten brettern draußen in der winter kälte war es den drei brüdern nicht so elend zumute gewesen wie in den eigenen betten in die sie ganz vernichtet sanken sie waren ja noch immer der meinung der eigene vater habe den riegel vorgeschoben hatte er ihr fortgehen schon so schlimm aufgenommen wie musste er dann erst zürnen wenn er erfuhr was daraus entstanden war und wie deutlich erinnerten sie sich der wohnungsnot vor zwei jahren als der vater von einem haus zum anderen gegangen und von jedem hausherrn abgewiesen worden war weswegen wegen der sieben kinder und nun war durch sie die kündigung heraufbeschworen in ihren augen das größte familienunglück wilhelm und otto schliefen trotz allem bald ein denn sie fühlten sich ein wenig gedeckt dadurch daß karl der große der anführer gewesen war umso schwerer lag diesem die sache auf und er konnte sich nicht vorstellen wie er am morgen den eltern unter die augen treten sollte er fand nur einen kurzen unruhigen schlaf frieda hatte von allem was seine schlafkameraden erlebt hatten keine ahnung er wunderte sich aber am morgen dass sie alle schwer aus dem bett kamen bedrückt und einsilbig waren und wunderte sich noch mehr als die schwestern durch die türspalte herein riefen war's recht schön heute nacht als er aber gern erfahren hätte wovon die rede sei bekam er die ungeduldige antwort sei nur still du wirst noch genug davon hören sie waren sonst alle flinker als frieda heute aber kam dieser zuerst ins wohnzimmer wo die eltern schon mit den schwestern beim frühstück waren und von marie und anne wußten daß die brüder in der nacht fort gewesen waren diese zögerten aber immer noch zu kommen endlich sagte karl es hilft uns ja doch nichts einmal muss es gesagt werden kommt er ging tapfer voran wilhelm und otto hinter ihm so traten sie in das wohnzimmer woher pfäffling sich gleich lebhaft nach ihnen umwandte nun fragte er ist eure unternehmung geglückt heute nacht um elf hat sich der himmel so schön aufgeklärt da dachte ich an euch war aber der meinung ihr würdet die zeit verschlafen war's denn nun schön die drei waren so betroffen über die unerwartet freundliche anrede daß sie zunächst gar keine antwort fähig waren frau pfäffling ahnte gleich böses ihr seht alle so schlecht aus sagte sie ist's euch denn nicht gut das nicht also was sonst redet doch rief der vater da trat karl näher und sagte ich will es ganz erzählen wie es war um ein uhr sind wir hinunter gegangen ganz leise ohne stiefel sind auf dem balken gewesen wie schön es da war sage ich später um halb drei etwa wollten wir wieder ins haus da ist die tür von innen zugeriegelt aber wie abscheulich wer hat das getan riefen die schwestern wie aus einem munde klingeln mochten wir nicht so gingen wir wieder zurück und wollten auf den brettern schlafen aber es war zu kalt so schlichen wir unter mariannes fenster und wollten sie wecken wir riefen ihr leise das hörte die hausfrau und fragte durchs fenster ob wir's seien wir sagten wo wir her kämen und dass wir nicht herein könnten da riegelte herr hartwig die haustür auf und ließ uns herein karl hielt inne so habt ihr richtig die hausleute gestört sagte frau pfäffling hättet ihr mir doch gesagt dass ihr in dieser nacht fort wollt ich würde euch vorher hinunter geschickt haben damit sie davon wissen so aber waren sie wohl ängstlich als sie etwas hörten und haben deshalb geriegelt habt ihr euch auch entschuldigt er hat uns dazu gar keine zeit gelassen sie senkten die köpfe herr pfäffling sah seine söhne aufmerksam an kinder ihr habt noch nicht alles gesagt nein da trat eine bange stille ein bis karl sich ermannte und die schlimme botschaft aussprach der hausherr lässt dir sagen auf ersten januar sei gekündigt ein ausruf des schreckens entfuhr der mutter und den schwestern der jammer ruf oh hätten wir doch das rufen gehört wären wir doch aufgewacht herr pfäffling aber sträubte sich die nachricht zu glauben es ist doch gar nicht möglich dass das sein ernst ist glaubst du das cäzilie kann das wirklich sein kündigt man weil man einmal im schlaf gestört wird täten wir das mich dürfte man zehnmal wecken und ich dächte noch gar nicht an so etwas war er denn im zorn was hat er denn sonst noch gesagt kein wort weiter aber das so langsam und so deutlich wie wenn er sich schon vorher ausgedacht hätte und ihr habt euch nicht entschuldigt und habt kein wort gesagt um ihn zu begütigen ihr stöpsel und warum habt ihr denn nicht lieber geklingelt ist unsere hausglocke zum schmuck da oder zum läuten die marianne rufen der einfall die schlafen doch wie murmeltiere frau pfäffling unterbrach die immer lebhafteren ausrufe ihres mannes es ist gleich schulzeit und ich meine wenn es die buben auch nicht verdient haben sollten sie doch einen warmen schluck trinken ehe sie in die schule gehen sie wie sie aussehen wie die leintücher sagte der vater schnell setzt euch frühstückt so waren die drei doch wieder zu gnaden am tisch angenommen und konnten wirklich ihr frühstück brauchen nach dieser nacht wilhelm und otto verschlangen ihr teil mit wahrem heißhunger und als sie damit fertig waren griffen sie noch über zu dem teil ihres frieders der vor lauter horchen und staunen noch gar nicht zum essen gekommen war und sich auch nicht wehrte gegen den übergriff so etwas kam hier und da vor und heute fühlte er daß es so sein müsse herr pfäffling umkreiste noch eine weile den tisch in heftiger erregung so daß es seiner frau schier schwindelte endlich atmete er tief auf und seufzte o marstadt 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 und verließ das zimmer um sich zum täglichen gang nach der musikschule zu richten rascher noch als sonst eilte er durch den unteren hausflur er hatte keine lust heute dem hausherrn zu begegnen aber da wäre auch gar keine gefahr gewesen denn der schreiner wünschte auch keine begegnung und wartete ab bis alle glieder der familie pfäffling auf dem schulweg waren ehe auch er das haus verließ so gab es zwei männer im haus die sich mieden aber es gab auch zwei frauen die sich suchten frau hartwig tat das herz weh bei dem gedanken an die sorge die der familie pfäffling auferlegt wurde jetzt bei beginn des winters und der eben erlebten enttäuschung durch die direktor stelle und es kränkte sie dass ihr mann mit recht von der leichtsinnigen gesellschaft da oben sprechen sollte sie hatte so viel von der familie gehalten ja sie spürte es erst jetzt recht deutlich eine wahre liebe hatte sie für sie alle empfunden ganz anders als je für frühere mietsleute sie musste das alles mit frau pfäffling besprechen aber ihr mann war dagegen dass sie hinauf ging frau pfäffling ihrerseits war ganz irre geworden an den hausleuten sie hatte so viel vertrauen in sie gehabt und sie hoch geachtet wegen des echt christlichen sinnes den sie jederzeit bewährt hatten wie stimmte dazu die lieblosigkeit die kinder in der kalten nacht hinaus zu schließen und dann noch zu kündigen und das alles bloß wegen einer gestörten nachtruhe sie musste sich das alles erklären lassen von frau hartwig aber mit ihr allein wollte sie sprechen so strebten die beiden frauen zusammen und wo ein wille ist findet sich bald ein weg im obersten stock des hauses war eine stätte die beide familien benützten das war der große bodenraum wo die seile gezogen waren zum wäschetrocknen und die mangel stand zum mangen und rollen des weißzeuges die hausfrau war mit dem kleinen korb wäsche hinaufgegangen fing an das rad zu drehen und zum mangen frau pfäffling konnte das unten gut hören nicht lange so stieg sie auch hinauf vom drehen des rades war nun bald nichts mehr zu hören nach einer weile kamen die beiden frauen fröhlichen sinnes miteinander herunter zwischen ihnen gab es kein missverständnis mehr und sie waren der guten zuversicht dass sich auch die beiden männer miteinander verständigen würden frau hartwig sagte an diesem mittag zu ihrem mann hat dir nicht gestern remboldt erzählt von den vielen sternschnuppen die er auf der wache gesehen hat ja du warst ja dabei weißt du wie man diese sternschnuppen heißt ich habe es heute zum ersten mal gehört die heißt man den leonidenschwarm weiter sagte frau hartwig gar nichts aber sie beobachtete wie dieses wort ihrem mann zu denken gab sie wusste ja dass mit dem richtigen verständnis des wortes sein ganzer zorn gegen die familie pfäffling schwinden musste sie wollte ihm gar nicht zu reden sein eigenes gefühl würde ihn treiben zu tun was recht war am nachmittag fasste er die drei latein schüler ab als sie heim kamen er ließ sich von ihnen genau erzählen wie herrlich der sternenhimmel gewesen sei und wollte auch wissen warum die sternschnuppen der leonidenschwarm hießen das wusste karl weil diese sternschnuppen die da im november so massenhaft fielen aus dem sternbild des löwen ausgingen während sie zusammen sprachen bemerkten die kinder dass der hausherr sie wieder ganz anders ansah als vergangene nacht und fingen an auf seine verzeihung zu hoffen und wirklich sagte er nun mit aller seiner freundlichkeit seht ich weiß eben gar nichts von der sternkunde ich habe den leonidenschwarm für einen verein oder dergleichen gehalten mit dem ihr euch nachts herumtreibt und so etwas dulde ich nicht in meinem haus aber ich werde euch doch nicht böse sein wenn ihr nach dem himmel schaut nein wir sind nun wieder gute freunde sagt nur eurem vater die kündigung gilt nicht nach dieser offenen aussprache herrschten wieder friede und eintracht freundschaft und fröhlichkeit im ganzen haus als gegen abend die kinder von ihren turnübungen zurückkehrten trafen sie an der treppe mit frau hartwig zusammen die eben aus dem keller einen vorrat äpfel heraufgeholt hatte ihr kommt mir gerade recht sagte sie und gab jedem der kinder einen apfel hausfrau sagte friede wir haben miteinander etwas ausgemacht damit deine treppe geschont wird sie einmal her die schwestern gehen jetzt immer ganz nah am geländer und wir buben müssen ganz dicht an der wand gehen dann werden deine stufen in der mitte geschont sie so hinauf und wieder herunter um recht dicht an der mauer zu gehen setzte er einen fuß vor den anderen verlor das gleichgewicht und kollerte den ganzen rest der treppe vollends hinunter gerade vor die füße der erschrockenen hausfrau geschadet hat es ihm nicht aber als frau hartwig in ihre wohnung zurückkehrte sagte sie zu sich da ist gar nichts zu machen je besser sie's meinen um so ärger poltert's kapitel die familie pfäffling von agnes sapper adventszeit wer darf den letzten novemberzettel vom block reißen das dünne blättchen das allein noch den weihnachtsmonat verhüllt die jungen pfäfflinge standen alle in die eine ecke gedrängt wo der kalender hing und stritten sich halb im spaß halb im ernst darum wer den dezember aufdecken dürfe die eltern am frühstückstisch sahen auf buben ritterlich sein rief der vater da traten die vier brüder vom kampfplatz zurück elzchen konnte den kalender noch gar nicht erreichen so kam das vorrecht an die zwillingsschwestern wir machen es miteinander sagten sie da kam denn der erste dezember zum vorschein und zwar rot denn es war sonntag und kein gewöhnlicher sonntag sondern der erste advent die schönste weihnachtsstimmung stieg auf mit diesem tag und nicht nur bei den kindern herr pfäffling stimmte unvermutet und ohne begleitung an wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir o aller welt verlangen o meiner seele zier alle kinder sangen mit die erste stimme die zweite stimme je nach begabung auch die mutter aber sie recht leise denn sie allein von der ganzen familie war vollständig unmusikalisch und sang wie der friede einmal gesagt hatte etwas anders als die melodie bald darauf war es für diejenigen die zur kirche gehen wollten zeit sich zu richten ein teil pflegte vormittags zu gehen einige nachmittags oder in den kindergottesdienst frau pfäffling wollte heute mit ihrem mann gehen unter den kindern gab es ein beraten und flüstern als nach einer weile die eltern zum ausgang gerichtet an der treppe standen und sich von den zurückbleibenden verabschieden wollten fand sich's daß es heute gar keine solchen gab daß alle sieben bereit standen mitzugehen das war noch nie so gewesen wer soll denn aufmachen wenn geklingelt wird fragte frau pfäffling bedenklich es klingelt fast nie während der kirchenzeit versicherte der kinderkor aber wir können doch nicht zu neunt aufziehen das ist ja eine ganze prozession wandte herr pfäffling ein wir gehen drüben auf der anderen seite der straße sagten die buben aber walburg muß wenigstens wissen daß sie nicht ganz allein zu haus ist hole sie schnell elzchen rief frau pfäffling als das mädchen die ganze familie im begriff sah auszugehen wußte sie schon was man von ihr wollte und sagte in ihrer ernsthaften weise ich wünsche gesegnete andacht draußen schien die wintersonne auf bereifte dächer sonntagsruhe herrschte in der vorstadt und die familie die hier den weg zur kirche einschlug hatte die adventsstimmung schon im herzen die vier buben ließen aber ihrem versprechen gemäß die ganze breite der frühlingsstraße zwischen sich und den eltern und schwestern bis nach einer weile elzchen dem frieda immer dringlicher winkte da konnte er nicht länger widerstehen und gesellte sich der kleinen schwester zu adventsstimmung weihnachtsahnung wehten heute den ganzen tag durchs haus wenn im november eines der kinder vom nahen weihnachtsfest sprechen wollte hatte die mutter immer abgewehrt und gesagt das dauert noch lange lange davon reden wir noch gar nicht sonst werden die kleinen ungeduldig so hätte sie auch gestern noch gesagt aber heute war das etwas ganz anderes man feierte advent weihnachten war über nacht ganz nahe gerückt im dämmerstündchen zog frau pfäffling elzchen zu sich heran und fragte selbst weißt du denn noch wie schön der christbaum war sie wußte es wohl noch und als nun die geschwister über weihnachten plauderten da konnte sie mittun ja in der freude auf weihnachten stand sie nicht hinter den großen zurück im gegenteil wenn sie mit leuchtenden augen vom christkindlein sprach so war sie die kleine hauptperson die allen die freude erhöhte bald taten sich in einer ecke die geschwister zusammen und berieten flüsternd was sie den eltern zu weihnachten schenken könnten es durfte kein geld kosten denn geld hatten sie nicht von geschenken die geld kosteten sprachen sie ganz verächtlich es ist keine kunst in einen laden zu gehen und etwas zu kaufen aber ohne geld etwas recht eigenartiges schönes und nützliches zu bescheren das ist eine kunst ja eine so schwere kunst ist das dass sich die beratung sehr in die länge zog frieda nahm nicht lange daran teil ihm klang heute immer der adventschoral im ohr wie soll ich dich empfangen er musste ihn herausbringen er fing an zu spielen und als er merkte dass ungnädige blicke auf seine ziehharmonika fielen zog er sich hinaus in die küche wo walburg saß und in ihrem gesangbuch las sie hörte diese töne und da sie sich in ihrer taubheit über alles freute was bis an ihr ohr drang schob sie ihm den schemel hin zum zeichen dass er sich bei ihr niederlassen solle so kam die adventsstimmung bis in die küche am nächsten tag mußten freilich die weihnachtsgedanken wieder in den hintergrund treten denn in die schule passten sie nicht nur frieda wollte sie auch dort hinbringen was remboldt ihm einmal gesagt hatte er nicht vergessen er wollte seine harmonika mit in die schule nehmen und dort den adventschoral vorspielen die mutter hörte es und wunderte sich er hatte sich noch nie zeigen oder vordrängen wollen mit seiner kunst nun kam ihm doch die lust sich hören zu lassen sie mochte es ihm nicht verbieten aber es war ihr fremd an ihrem kleinen bescheidenen frieda so zog er mit seiner großen harmonika in der hand den schulranzen auf dem rücken durch die frühlingsstraße freilich als er sah welches aufsehen er bei den schulkameraden machte bereute er es fast er hatte seine harmonika verbergen wollen bis zur großen pause um zehn uhr wo die lehrer ihre klassenzimmer verließen und die schüler sich in dem weiten schulhof zerstreuten aber es ging nicht so der lehrer war kaum in das schulzimmer getreten so riefen ihm auch schon ein paar kecke bürschlein zu der pfäffling hat seine ziehharmonika mitgebracht da verlangte er sie zu sehen und fragte ob frieda denn mit dem großen instrument zurecht käme nun stießen ihn die kameraden von allen seiten an spiel doch gell du kannst es nicht spiel doch etwas vor darauf spielte der frieda seinen adventschoral vergaß seine vielen zuhörer vergaß die schulzeit und sagte nachdem er fertig war jetzt kommt wachet auf ruft uns die stimme der lehrer ließ ihn gewähren denn er sah wie gern ihm alle zuhörten und wie der kleine musiker ganz und gar bei seinen liedern war hast du das bei deinem vater gelernt fragte er ihn jetzt nein sagte frieda harmonika muß man nicht lernen das geht von selbst das geht vielleicht bei euch pfäfflingen von selbst aber bei anderen nicht was meinst du sagte er zu dem der am nächsten stand könntest du das auch o ja sagte der da darf man nur auf und zu ziehen du wirst dich wundern wenn du es versuchst entgegnete der lehrer aber jetzt auf eure plätze um zehn uhr in einer ecke des schulhofs wurde frieda umringt und musste spielen es kamen auch größere schüler von anderen klassen herbei und die wollten nicht nur hören die wollten es auch versuchen die harmonika ging von hand zu hand sie zogen daran mit unverstand einer riss sie dem anderen mit gewalt weg und der sie nun hatte der sagte sie geht ja gar nicht ich glaube sie ist zerplatzt da bekam frieda sie zurück und als er sie ansah wurde er blass und als er sie zog gab sie keinen einzigen ton mehr da wurden sie alle still und sahen betroffen auf den kleinen musikanten wer hat's getan hieß es nun die frage ging von einem zum anderen und wurde zum streit aber frieda kümmerte sich nicht darum er verwandte keinen blick von seiner harmonika er strich mit der hand über sie er drückte sie zärtlich an sich er versuchte noch einmal einen zug aber er wußte es ja schon vorher daß ihre stimme erloschen und nimmer zum leben zu erwecken war nach der schule lief er all seinen kameraden die ihn teilnehmend oder neugierig umgaben davon er mochte nichts hören und nichts sehen von ihnen er trug seine harmonika im arm lief durch die lange frühlingsstraße nach hause rief die mutter und drückte sich bitterlich weinend an sie mit dem lauten ausruf sie ist tot eine ganze woche schlich frieda ruhelos im hause umher wie ein heimatloser immer fehlte ihm etwas oft sah er auf seine leeren hände bewegte sie wie zum ziehen der harmonika und ließ sie dann ganz enttäuscht sinken das bitterste an seinem schmerz aber war die reue er selbst hatte ja seine freundin den bösen buben ausgeliefert hätte er sie in der stille für sich behalten und nicht mit ihr ruhm ernten wollen so wäre sie noch lange am leben geblieben dagegen half kein trost nicht einmal die vermutung der geschwister daß er vielleicht eine neue harmonika zu weihnachten bekommen würde aber etwas anderes half ganz unvermutet es war wieder sonntag der zweite advent und wieder standen die kinder beisammen noch immer ratlos wegen eines weihnachtsgeschenkes für die eltern diesmal aber lief frieda nicht weg wie er vor acht tagen getan hatte er konnte ja kein adventslied mehr üben so zog ihn nichts ab er hatte still zugehört wie allerlei vorschläge gemacht und wieder verworfen wurden nun mischte er sich ein unten sagte er auf den balken da kann man sich alles ausdenken aber oben nicht so geh du hinunter und denke dir etwas für mich aus sagte eines der geschwister für mich auch und für mich auch hieß es nun von allen seiten er war gleich bereit dazu die schwestern gaben ihm ihren großen schal mit hinunter er ging auf das plätzchen das er so gerne mit seiner harmonika aufgesucht hatte es war heute kalt und er wickelte sich ganz in das große tuch saß da allein war vollständig erfüllt von seiner aufgabe zweifelte auch gar nicht daran daß er sie lösen würde auf der harmonika war ihm hier unten auch alles gelungen was er versucht hatte der kleine kopf war fest an der arbeit als frieda wieder herauf kam sammelten sich begierig alle geschwister um ihn und er der in ihrem rat noch nie das große wort geführt hatte streckte nun seine kleine hand aus und sagte so bestimmt wie wenn da nun gar kein zweifel mehr sein könnte du karl musst ein gedicht erdichten und du wilhelm auf einem so großen bogen papier schöne sachen abzeichnen und du otto musst so laut wie der rudolf meyer beim mai fest getan hat eine rede halten und marianne soll das schönste lied vom liederbuch zweistimmig vorsingen aber wir zwei können nicht sagte er indem er sich an elzchen wandte darum müssen wir solche sachen sammeln zum feuer machen wie es manchmal walburg sagt nussschalen und faden rollen zwetschgensteine und alte zündhölzer einen rechten sack voll jedes der kinder dachte nach über den befehl den es erhalten hatte und fand ihn ausführbar ich weiß was ich zeichne rief wilhelm dich zeichne ich ab frieda wie du mit deiner harmonika immer da gestanden bist und ich mache ein gedicht über unser nächtliches abenteuer mit dem leoniden schwarm sie waren alle vergnügt frieda sagte karl es tut mir leid für dich dass du deine harmonika nimmer hast aber mir bist du lieber ohne sie die anderen stimmten ein und frieda machte nicht mehr das trostlose gesicht das man die ganze woche an ihm gesehen hatte zum ersten mal fühlte er sich glücklich auch ohne harmonika zwischen den adventssonntagen lag eine ernste lernzeit denn da galt es viele probearbeiten anzufertigen von denen das weihnachtszeugnis abhing die fest und ferienzeit wollte redlich verdient sein unter den jungen pfäfflingen war otto der beste schüler und er galt viel in seiner klasse nun saß hinter ihm ein gewisser rudolf meyer der machte sich sehr an otto heran obwohl dieser ihn eben nicht lieb hatte es war der sohn von dem besitzer des vornehmen zentralhotels und machte sich als solcher gern ein wenig wichtig alle kameraden mussten es erfahren wenn hohe persönlichkeiten im gasthof abgestiegen waren und wenn gar fürstlichkeiten erwartet wurden fühlte er sich so stolz dass sich's die anderen zur ehre rechnen mussten wenn er sich an solchen tagen von ihnen die aufgabe machen ließ er war älter als alle anderen weil er schon zweimal eine klasse wiederholt hatte dessen schämte er sich aber keineswegs sondern sagte gelegentlich von oben herab in einem solchen welthotel müsse selbstverständlich die gewöhnliche schularbeit manchmal hinter wichtigerem zurückstehen dieser rudolf meyer hatte seine guten gründe warum er heute ein ganzes stück weges mit otto ging obwohl das zentralhotel der frühlingsstraße entgegengesetzt lag sie sahen gar nicht wie schulkameraden aus diese beiden otto pfäffling in kurzem schlichtem etwas ausgewaschenen schulbubenanzug rudolf meyer ein feines junges herrchen mit tadellos gestärkten stulpen und kragen nach neuster form und doch wandte sich nun der um einen kopf größere bitten zu dem kleinen und sagte ich bin etwas in verlegenheit pfäffling wegen der griechischen arbeit die wir morgen abliefern sollen es ist gegenwärtig keine möglichkeit bei uns all dies zeug zu machen ich habe wahrhaftig wichtigeres zu tun würdest du mir nicht heute nachmittag dein heft mitbringen dass ich einige stellen vergleichen könnte von mir aus sagte otto nur wenn du mir wieder einen klecks hinein macht wie schon einmal dann sei so gut und setze deine unterschrift unter den klecks rudolf meyer wollte auch die mathematikaufgabe ein wenig vergleichen was tust du eigentlich den ganzen tag wenn du gar nichts arbeitest sagte otto ärgerlich mir ist es einerlei wenn du auch alles abschreibst aber ich kann dich gar nicht begreifen dass du das magst weil du nicht weißt wie es bei uns zugeht pfäffling anders als bei euch und das kannst du mir glauben ich habe oft mehr zu leisten als ihr da ist zum beispiel vorige woche eine russische familie angekommen familie ersten ranges offenbar steinreiche leute gehören zum höchsten adel haben fünf zimmer im ersten stock vorn heraus gemietet sie beabsichtigen offenbar lange zu bleiben sieben riesige koffer werden wohl die revolution fürchten haben ihr geld glücklich noch aus russland herausgebracht und warten nun in deutschland ab wie sich die dinge in russland gestalten gegen solche gäste ist man artig das begreifst du da sagt nun gestern die dame zu meinem vater sie möchte ihren beiden söhnen unterricht geben lassen von einem professor welchen er wohl empfehlen könnte mein vater verspricht ihr sofort auskunft kommt natürlich an mich ich sitze an meiner arbeit nun heißt es rudolf mache deine aufwartung droben besprich die unterrichtsfächer ab gib guten rat nenne feine professoren mit liebenswürdigen umgangsformen er biete dich die herren professoren aufzufordern und den unterricht in gang zu bringen ich mache feinste toilette mache meine aufwartung so etwas ist keine kleinigkeit besonders bei solchen leuten du spürst gleich dass du mit wirklich adeligen zu tun hast und der große herr mit seiner militärischen haltung und strengem blick die dame in kostbarem seidenkostüm imponieren dir du musst dich schon zusammen nehmen die zwei jungen herren sehen dich auch so an als wollten sie sagen ist das ein mensch mit dem man sich herab lassen kann zu reden oder nicht nun ich kenne das ja von kind auf lasse mich nicht verblüffen es hat ihnen denn doch eindruck gemacht wie ich von meinem gymnasium und meinen professoren gesprochen habe aber du kannst dir denken dass ich genug zu laufen hatte bis ich die sache in gang brachte und nun bin ich wohl auch noch nicht fertig denn sie haben gestern ein pianino gekauft eine violine haben sie auch und da wird sich um musikunterricht handeln bei diesem wort horchte otto musikunterricht wenn das ein pfäffling hört so klingt es bei ihm wie butter aufs brot wer soll denn musikunterricht geben fragte er weiß ich nicht meier du könntest dann meinen vater empfehlen warum nicht das kann man schon machen das heißt für solche herrschaften muss man immer das feinste wählen du kannst dich darauf verlassen mein vater gibt feinen unterricht wohl wohl aber so ein titel fehlt professor oder direktor oder so etwas das hören sie gern jetzt will ich dir etwas anvertrauen meier mein vater kommt als direktor nach marstadt sobald es mit der musikschule dort im reinen ist er hat schon seine aufwartung dort gemacht und alle stimmen waren für ihn nun ist es doch nichts geworden weil erst gebaut werden muss dann kann ich wohl etwas für ihn tun sagte rudolf meier herablassend vorausgesetzt dass sie sich bei mir nach dem musiklehrer erkundigen und nicht bei den professoren dem musst du eben zuvor kommen gleich jetzt wenn du heimkommst musst du mit dem russen sprechen meinst du ich könnte da so aus und eingehen wenn ich wollte du hast keinen begriff von umgangsformen nein sagte otto wie man das machen muss weiß ich freilich nicht aber wenn du das nicht zustande bringst dann möchte ich wohl wissen was du kannst dein griechisch ist nichts deine mathematik ist gar nichts und dein latein ist am allerwenigsten wenn du also nicht einmal in deinem zentralhotel etwas vermagst dann ist deine ganze sache ein schwindel ich vermag viel im hotel so beweise es werde ich auch vergiss nicht dass du mir deine hefte versprochen hast so trennten sich die beiden otto aber rannte vergnügt heim rief die geschwister zusammen und erzählte ihnen von der schönen möglichkeit die sich für den vater auftat die reichen russen aus dem zentralhotel zum unterricht zu bekommen sie trauten aber diesen rudolf meyer nicht viel zu und kamen überein dass sie den eltern zunächst kein wort sagen wollten es sollte nicht wieder eine enttäuschung geben am nachmittag empfing rudolf meyer die beiden hefte am nächsten tag in einer unterrichtspause sagte er leise zu otto wenn ich deinen vater empfehle gibst du mir dann deinen aufsatz zum abschreiben zehn aufsätze sagte otto mach aber dass es bald so weit kommt einen augenblick später traf otto im schulhof seinen bruder karl und erzählte ihm das da wurde karl nachdenklich und noch ehe die pause vorüber war fasste er otto ab nahm ihn beiseite und sagte du solltest das zurücknehmen so ein handel gefiele dem vater nicht so möchte er die stunden gar nicht annehmen sag du dem rudolf meyer er solle seine aufsätze selbst machen zu einem solchen handel sei unser vater viel zu vornehmen das sagte otto und noch etwas anderes dazu was ihm nicht der bruder sondern der ärger eingegeben hatte du bist nichts als ein rechter schwindler so ging die sache aus und die kinder waren nun froh dass sie darüber geschwiegen hatten sie dachten längst nicht mehr daran als eines nachmittags wilhelm meldete vater der diener vom zentralhotel hat diesen brief für dich abgegeben er soll auf antwort warten frau pfäffling begriff nicht die blicke glücklichen einverständnisses die die kinder wechselten während ihr mann die karte las auf der höflich angefragt wurde ob er sich im zentralhotel wegen geigen und klavierstunden vorstellen möchte die karte war an herrn direktor pfäffling überschrieben und als die brüder diese anschrift bemerkten flüsterten sie lachend einander zu ein schwindler ist er trotzdem der rudolf meyer der diener bekam für die überbringung einer so erwünschten botschaft ein schönes trinkgeld wie er es von dem schlichten musiklehrer nie erwartet hätte und als er herrn meyer senior ausrichtete dass er direktor pfäffling noch diesen nachmittag erscheinen werde fügte er hinzu es ist ein sehr feiner herr bei pfäfflings war große freude otto erzählte alles was rudolf meyer von den fremden berichtet hatte die eltern und geschwister hörten ihm zu er war stolz und glücklich und konnte gar nicht erwarten bis der vater sich auf den weg nach dem zentralhotel machte aber so schnell ging das nicht im hausgewand konnte man dort nicht erscheinen herr pfäffling suchte hervor was er sich neulich zu seiner vorstellung in marstadt angeschafft hatte wenn es nur nicht wieder eine enttäuschung gibt sagte er während er sich seinen feinen schlips knüpfte wer weiß wie die hohen adeligen sich in der nähe ausnehmen mit denen dieser rudolf meyer prahlt frau pfäffling aber hatte gute zuversicht der erste gasthof hier ist es immerhin sagte sie und die russen gelten für ein sehr musikalisches volk da wirst du hoffentlich bessere schüler bekommen als fräulein vernagelding ach die unglückselige kommt ja heute nachmittag seufzte herr pfäffling ich werde aber zur rechten zeit wieder zurück sein für meine marter stunde er ging und sie sahen ihm voll teilnahme nach otto noch mehr als die anderen er fühlte sich doch als der anstifter des ganzen unser musiklehrer blieb lange aus der kurze dezember nachmittag war schon der abend dämmerung gewichen die lampe brannte im zimmer auch die ganglampe war schon angezündet und von marie und anne in ihr stübchen geholt worden um fünf uhr war fräulein vernageldings zeit frau pfäffling wurde unruhig so gewissenhaft ihr mann sonst war heute schien er sich doch zu verspäten nun schlug es fünf uhr es klingelte marie und anne eilten mit der geraubten lampe herbei zwischen fräulein vernagelding und den zwillingen hatte sich allmählich eine kleine freundschaft angesponnen wenn die schwestern so eilfertig herbei kamen mit der lampe und gefällige hilfe leisteten beim anziehen der gummischuhe dem zuknöpfen der handschuhe und dem aufstecken des schleiers so freute dies das fräulein und es plauderte mit den viel jüngeren mädchen wie mit ihresgleichen als sie nun hörte daß herr pfäffling noch nicht da sei schien sie ganz vergnügt darüber lachte und spaßte mit den schwestern herr pfäffling ruft immer marianne sagte sie welche von ihnen heißt so so heißen wir bloß miteinander antworteten sie wir können es eigentlich nicht leiden jede möchte lieber ihren eigenen namen marie und anne aber so ist es eben bei uns das fand fräulein vernagelding so drollig dass ihr etwas albernes lachen über den ganzen gang tönte sie hatte inzwischen abgelegt mutter sagte sie möchten nur einstweilen anfangen klavier zu spielen richtete marie aus ach nein erwiderte das fräulein ich möchte viel lieber mit ihnen plaudern klavierstunden ist so langweilig aber es muss doch sein es lautet nicht fein wenn man gefragt wird gnädiges fräulein spielen klavier und man muss antworten nein so ungebildet lautet das mein mama mein voriger klavierlehrer war so unfreundlich er sagte immer ich sei unmusikalisch herr pfäffling ist schon mein vierter lehrer die herren wollen immer nur musikalische schülerinnen es kann aber doch nicht jedermann musikalisch sein nicht wahr man muss es doch auch die unmusikalischen lehren finden sie nicht bei uns ist das anders sagte anne wir sind sieben da wäre es doch zu viel für den vater wenn wir alle musik treiben wollten er nimmt bloß die die recht musikalisch sind die drei mädchen an der tür stehend fuhren ordentlich zusammen so plötzlich stand herr pfäffling bei ihnen im bewusstsein seiner verspätung war er mit wenigen großen sätzen die treppe herauf gekommen fräulein vernagelding tat einen kleinen schrei und rief wie haben sie mich erschreckt herr pfäffling aber wie fein sehen sie heute aus so vornehmen herr pfäffling unterbrach sie wir wollen nun keine zeit mehr verlieren ich bitte um entschuldigung dass ich sie warten ließ oh es war ein so reizendes viertelstündchen hörte man sie noch sagen ehe sie mit ihrem lehrer im musikzimmer verschwand und einen augenblick nachher wurde gedur gespielt ohne jegliches fiss was immer ein sicheres zeichen war das fräulein vernagelding am klavier saß habt ihr dem vater nicht angemerkt ob er befriedigt heim gekommen ist wurden marie und anne von den brüdern gefragt sie wußten nichts zu sagen man mußte sich noch eine stunde gedulden das fiel otto am schwersten und er passte und spannte auf das ende der klavierstunde und im selben augenblick da fräulein vernagelding durch die eine tür das zimmer verließ schlüpfte er durch den anderen eingang hinein und fragte vater was wird aus den russen stunden herr pfäffling lachte vergnügt wo ist die mutter fragte er komm ich erzähle es euch im wohnzimmer und schon unter der tür rief er cäzilie cäzilie und seine frau konnte nicht schnell genug aus der küche herbeigeholt werden sie kannte aber schon seinen ton und sagte wenn ich kaum meine tassen abstellen darf dann muss es auch im zentralhotel gut ausgefallen sein über alles erwarten rief herr pfäffling eine durch und durch musikalische familie die beiden söhne feine violinspieler ich glaube kaum dass wir einen solchen schüler in der musikschule haben und ihre mutter spielt klavier mit einer gewandtheit dass es ein hochgenuss sein wird mit ihr zusammen vierhändig zu spielen aber nun will ich erzählen im vorplatz des zentralhotels hat mich ein junges herrchen empfangen das ich nach deiner beschreibung otto gleich als rudolf meyer erkannt habe der führt mich nun in ein kleines besuchszimmer spricht mit mir wie ein herr das versteht er wirklich der schlingel kein mensch denkt daß man einen schuljungen vor sich hat der von so einem knirps wie du daneben bist seine aufgaben abschreibt der sagt mir nun er habe es für besser gehalten mich als herrn direktor einzuführen und ich möchte nur auch meine ansprüche danach richten die familie würde sonst nicht an den wert meiner stunden glauben solchen leuten gegenüber müsse man hohe preise machen dann geleitet er mich die breite mit dicken teppichen belegte treppe hinauf rudolf meyer fühlte sich ganz als mein führer klopfte für mich an und stellte mich dem russischen general als herr direktor pfäffling vor eine weile blieb er noch im zimmer aber als ihn niemand beachtete empfahl er sich der general ist schon ein älterer herr mit grauem bart und ist nicht mehr im dienst aber er hat eine achtungsgebietende haltung und einen durchdringenden blick er stellte mich seiner frau und seinen zwei jungen söhnen vor und bot mir einen platz an zunächst waren alle ziemlich zurückhaltend vielleicht hatten sie nicht so viel vertrauen in die empfehlung von rudolf meyer sie sprachen nur ganz unbestimmt davon dass die söhne später vielleicht einige geigenstunden nehmen sollten und ich hatte das gefühl es wird nichts daraus werden die unterhaltung war auch ein wenig schwierig sie sprachen nicht geläufig deutsch versuchten es mit französisch aber als sie mein französisch hörten da meinte die dame es gehe eher doch in deutsch mir wurde die sache ungemütlich es beengten mich auch die ungewohnten handschuhe dazu musste ich in einem weich gepolsterten niedrigen lehnsessel ruhig sitzen und wusste gar nicht wohin ich mit meinen langen beinen sollte dabei war es mir immer als müssten sie mir ansehen dass ich kein direktor bin endlich hielt ich es nimmer aus sprang auf worüber allerdings die dame ein wenig erschrak zog meine handschuhe herunter und sagte ich denke es ist besser wir machen ein wenig musik dabei lernt man sich viel schneller kennen und ich fragte die dame für welchen deutschen tondichter sie eine vorliebe habe sie schien etwas überrascht nannte aber gleich wagner was mir recht war da ging ich ohne weiteres an den flügel machte ihn auf und fragte aus welcher oper sie etwas hören wollte bitte aus den nibelungen herr direktor antwortete sie da drehte ich mich rasch noch einmal nach ihr um und sagte nennen sie mich nur mit meinem namen pfäffling ich wäre allerdings fast direktor geworden werde es vielleicht auch noch einmal aber zurzeit habe ich noch kein recht auf diesen titel dann spielte ich es war ein prächtiger flügel die beiden jungen herren kamen immer näher heran und hörten mit sichtlicher freude zu ich merkte dass wir uns verstanden und bald war alles gewonnen sie spielten dann geige und die dame versicherte mir dass vierhändiges klavierspiel ihre leidenschaft sei und endlich wurde ich aufgefordert jeden tag ein bis zwei stunden zu kommen zuletzt fragte der general nach dem preis der war ihnen auch recht eine unbescheidene forderung mochte ich nicht machen das kann rudolf meyer tun wenn er seine rechnung stellt aber ich kann das nicht so als ich fortging begleiteten die herren mich ganz freundlich an die tür alle steifheit war vorbei und die dame reichte mir noch die handschuhe die ich vergessen hatte hinter einem pfeiler im treppenhaus kam rudolf meyer zum vorschein er hat offenbar die verhandlungen von außen beobachtet und wird morgen in der klasse wieder versichern zum arbeiten habe er keine zeit gehabt er ist aber wie mir scheint nebenbei ein gutmütiger mensch schien sich wirklich zu freuen dass die sache gut gelaufen war und flüsterte mir zu sie sind von allen drei herren zur tür begleitet worden diese ehre ist keinem der professoren zuteil geworden ich habe ihm auch gedankt für seine vermittlung und wenn ich ihn öfter sehe werde ich ihm einmal sagen sei doch froh dass du noch ein junger bursche bist gib dich wie ein solcher und wolle nicht mehr vorstellen als du bist ja ja stimmte frau pfäffling zu er soll von dir lernen dass man sich sogar klein macht wenn andere einen zum direktor erhöht haben ja sagte herr pfäffling vergnügt und dass man trotz allem stunden bekommt kinder kommt mit mir herüber jetzt muss noch ein jubellied gesungen werden während im hause pfäffling in fröhlichem chor gesungen wurde sagte der general im zentralhotel zu seiner frau der mann ist ein ehrlicher deutscher rudolf meyer sagte zu sich selbst der pfäffling wird morgen meinen aufsatz machen und fräulein vernagelding sprach an diesem abend zu ihrer mama die marianne ist süß ich möchte ihr etwas schenken da überlegte frau privatiere vernagelding und entschied das beste sind immer glace handschuhe ende von kapitel vier kapitel fünf von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel fünf schnee am unrechten platz der dezember war schon zur hälfte vorüber bis endlich endlich der erste schnee fiel der richtige schnee der in feinen dichten flöckchen stundenlang gleichmäßig zur erde fällt und in einem einzigen tag das ganze land überzieht mit seiner weichen weißen decke der alles verhüllt was vorher braun und hässlich war der alles rundet und glättet was rau und eckig aussah immer ist sie schön die schnee landschaft aber am allerschönsten doch wenn das lautlose fallen des schnees sich verbindet mit dem geheimnisvollen reiz der deutschen weihnacht dezember schnee tannenbaum weihnacht ihr gehört zusammen bei uns in deutschland in manchen ländern hat man versucht unsere feier nachzumachen und wir wollen ihnen auch die freude gönnen aber solch eine sitte muss aus dem boden gewachsen sein wenn man sie künstlich verpflanzt wird etwas ganz anderes daraus es wurde einmal eine junge deutsche in die fremde verschlagen um die weihnachtszeit wir kennen auch den christbaum sagten die fremden kinder zu ihr wir bekommen einen die deutsche freute sich aber wie wurde es viele kinder waren eingeladen worden und kamen in hellen kleidern sie versammelten sich und als der baum hereingetragen wurde klatschten sie beifall wie im theater sie nahmen die kleinen geschenke herunter die man für sie hinauf gehängt hatte dann wurden die lichte ausgeblasen damit kein ästchen anbrenne und der diener gerufen dass er sogleich den baum der in einem kübel voll erde steckte zurück trage zu dem gärtner von dem er gemietet war keine stunde war der christbaum im haus gewesen keinen duft hatte er verbreitet bei uns bleibt der christbaum bis nach neujahr sagte die junge deutsche und sah ihm wehmütig nach es wurde ihr entgegnet das sei doch störend er nehme so viel platz weg ja das tut er allerdings aber welche deutsche familie gönnt dem christbaum nicht den platz im dunkel des frühen dezember morgens waren die jungen pfäfflinge durch den frisch gefallenen schnee in ihre schule gegangen und mit dick beschneiten mänteln und mützen angekommen im schulhof flogen die schneeballen hin und her und bis zu der großen pause um zehn uhr waren die zahllosen spuren der kinder füße schon wieder von frischem schnee bedeckt und die größten schneeballschlachten konnten ausgeführt werden daheim hatte elschen sich einen stuhl ans fenster gerückt kniete da und sah vom eckzimmer aus hinunter nach den brettern und balken die wie ein großer weißer wall vor dem kasernenzaun aufgetürmt lagen und von diesem zaun hatte jeder stecken sein käppchen jeder pfosten seine hohe mütze auf frau pfäffling suchte die kleine elschen komm du darfst etwas sehen und schnell führte sie das kind mit sich in das wohnzimmer und öffnete das fenster eine frische winter luft strich herein am haus vorbei nach der stadt zu fuhr eine ganze reihe von leiterwagen alle beladen mit christbäumen christbäume christbäume jubelte elschen so laut dass einer der fuhrleute der selbst wie ein schneemann aussah heraufschaute und als er das glückselige kindergesicht bemerkte rief für dich ist auch einer dabei die kleine erglühte vor freude und winkte dem schneemann nach aber alles auf der welt ist nur dann schön und gut wenn es an seinem richtigen platze ist und das gilt auch von dem schnee eine einzige hand voll von diesem schönen dezember schnee kam an den unrichtigen platz und richtete dadurch unheil an das ging so zu beim heimweg von der schule an einer straßenecke wo einige latein schüler mit realschülern zusammen trafen gab es ein hitziges schneeball gefecht wilhelm pfäffling war auch dabei einer der realschüler hatte ihn und seine kameraden schon mehrfach getroffen indem er sich hinter der straßenecke verbarg dann rasch hervortrat seinen wurftat und wieder hinter dem eckhaus verschwand ehe die anderen ihm heim geben konnten nun aber wollten sie ihn aufs korn nehmen es waren ihm einige tüchtige schneeballen zugedacht wurfbereit warteten sie gespannt bis er sich wieder blicken ließe jetzt wurde eine gestalt sichtbar die ballen sausten auf sie zu aber es war nicht der realschüler gewesen sondern ein gesetzter herr zwei schneeballen flogen dicht an seinem kopf vorüber zwei trafen ihn ganz gleichmäßig auf die rechte und linke achsel und das war nicht der richtige platz für den schnee herr sekretär floßmann der so ahnungslos um die ecke gebogen war und so schlecht empfangen wurde stand still warf böse blicke und kräftige worte nach den jungen dass sie ihn getroffen hatten war ja nur aus ungeschick geschehen dass darüber nun aber einige laut lachten und dicht an ihm vorbei weiter warfen das war frechheit zu den ungeschickten hatte auch wilhelm gehört zu den frechen nicht nach pfäfflingscher art ging er zu dem herrn entschuldigte sich und erklärte das versehen half auch noch die spuren des schnees abzuschütteln der herr schien die entschuldigung gelten zu lassen und wilhelm ging nun seines weges nach hause er sah nicht mehr dass herr sekretär floßmann als er ein paar häuser weit gegangen war einem schutzmann begegnete sich bei ihm beschwerte und verlangte er solle die burschen aufschreiben und bei der polizei anzeigen das war nun freilich nicht so leicht zu machen denn alle die den schutzmann kommen sahen liefen auf und davon aber einen von wilhelms kameraden fasste er doch noch ab und fragte nach seinem namen der zögerte mit der antwort und sah sich um keiner der kameraden war noch so nah um seine antwort zu hören also dein name drängte der schutzmann wilhelm pfäffling lautete die antwort die vom schutzmann aufgeschrieben wurde die wohnung frühlingsstraße jetzt rate ich dir heim zu gehen wenn du nicht lieber gleich mit mir auf die polizei willst er ließ sich nicht zweimal sagen ein wilhelm war er allerdings auch aber kein pfäffling baumann war sein name das hast du klug gemacht sagte er bei sich selbst dem pfäffling schadet das nichts der ist überall gut angeschrieben aber bei mir ist das anders wenn ich noch eine rektoratsstrafe bekomme dann heißt's fort mit dir ich sehe auch gar nicht ein warum gerade ich aufgeschrieben werden sollte der pfäffling hat ebenso gut geworfen wie ich ahnungslos und mit dem besten gewissen saß am nächsten tag unser wilhelm an seiner lateinischen aufgabe vielleicht war er ein wenig zerstreuter als sonst denn er hatte sich heute bemüht seinen frieder mit der harmonika in der hand abzuzeichnen und da war frieders gesicht so ausgefallen dass allen davor graute nun musste er unwillkürlich auf seinem fließblatt studien machen über des kleinen bruders gutmütiges gesichtchen das sich über die biblische geschichte beugte die vor ihm lag dazu kam dass die mutter und elschen nicht am stricken und flicken saßen wie sonst sondern mit marianne zwetschgen und birnenschnitze zurichteten zu dem schnitzbrot das alle jahre vor weihnachten gebacken wurde so waren wilhelms gedanken heute zwischen weihnachten und latein geteilt er achtete gar nicht darauf dass herr pfäffling eintrat und gerade hinter seinen stuhl kam du wilhelm sie mich einmal an sagte er der wandte sich um sah überrascht auf und begegnete einem scharfen durchdringenden blick was ist vater fragte er das frage ich dich sagte herr pfäffling ein polizeidiener war hier und hat dich vorgeladen für morgen auf die polizei was hast du angestellt gar nichts rief wilhelm und dann nach einem augenblick es kann doch nicht sein weil wir gestern beim schneeballen einen herrn getroffen haben der gerade so ungeschickt daher gekommen ist der herr wird wohl nicht ungeschickt gekommen sein sondern ihr werdet ungeschickt geworfen haben könnt ihr nicht aufpassen rief herr pfäffling und bei dieser frage kam wilhelms kopf auch so ungeschickt an des vaters hand dass es klatschte aber wilhelm rief die mutter und schob ihr weihnachtsgeschäft beiseite warum hast du dich denn wieder nicht entschuldigt aber auf diesen vorwurf versicherte wilhelm so eifrig er habe darin sein möglichstes getan dass man ihm glauben musste die ganze geschwisterscharf fing nun an aufzubegehren über den unguten mann der trotzdem auf der polizei geklagt habe bis die mutter sie zur ruhe wies sie wollte noch genau hören wie die sache sich zugetragen und woher man seinen namen gewusst habe das letztere konnte aber wilhelm nicht erklären muss ich denn wirklich auf die polizei fragte er um welche zeit um elf uhr aber da kann ich doch nicht da haben wir griechisch so muss ich es dem professor sagen dann erfährt es der rektor und schließlich kommt die sache noch ins zeugnis natürlich erfährt es der rektor sagte herr pfäffling die anderen sind jedenfalls auch vorgeladen warum machst du so dumme streiche es war eine weile still jedes dachte über den fall nach könntest du nicht etwa mit ihm auf die polizei gehen sagte frau pfäffling zu ihrem mann und ein gutes wort für ihn einlegen herr pfäffling überlegte morgen freitag da ist die probe in der musikschule da kann ich unmöglich fort das muss er schon allein ausfechten es kann ihm auch nicht viel geschehen wenn es sich nur um einen schneeballen an die schulter handelt war auch gewiss sonst nichts dabei wilhelm ich kann es kaum glauben gar nichts als dass die anderen gelacht und unentwegt weiter geworfen haben dicht um den herrn herum das hat ihn am meisten geärgert besonders der baumann war so frech du kennst ihn ja karl warum treibst du dich auch mit solchen herum da heißt es mit gefangen mit gehangen elschen drückte sich an die mutter und sagte kläglich jetzt wird weihnachten gar nicht schön und es widersprach ihr niemand für diesen abend wenigstens war die ganze weihnachts vorfreude aus dem hause gewichen noch spät abends im bett flüsterten die beiden schwestern zusammen berieten ob wilhelm bei wasser und brot in den arrest gesperrt würde und als anne eben am einschlafen war rief marie sie noch einmal an und sagte das ärgste ist mir erst eingefallen wenn herr hartwig von der polizei hört dann kündigt er uns gewiss da war es denn schon wieder in der familie pfäffling das schreck gespenst die kündigung so bangen herzens wie am nächsten morgen hatte sich wilhelm noch nie auf den schulweg gemacht zwar hatte der vater ihm an den professor ein briefchen mitgegeben und die mutter hatte ihm gesagt nur keine angst ein unrecht ist's nicht was du getan hast aber er hatte ihr doch angemerkt wie unbehaglich es ihr zumute war und hatte zufällig gehört wie der vater zu ihr gesagt hatte eine mutter von vier buben muss sich auf allerlei gefasst machen in der schule war sein erstes sich nach den anderen übeltätern zu erkundigen müsst ihr auch auf die polizei fragte er baumann und die übrigen kameraden die mitgetan hatten kein einziger war vorgeladen du wirst wohl auch noch vorgeladen werden sagte ein dritter zu baumann dich hat der schutzmann aufgeschrieben es ist nicht wahr freilich ist's wahr ich war doch ganz in der nähe und habe es deutlich gesehen baumann leugnete und wurde grob und es war ein erbitterter streit als der professor in die klasse trat er bemerkte gleich die erregung seiner schüler und hatte keine freude daran als ihm wilhelm nun herrn pfäfflings brief reichte und er las um was es sich handelte erkundigte er sich gleich ob noch mehrere vorgeladen seien und als er hörte dass pfäffling der einzige sei sagte er dann möchte ich mir auch ausbitten dass die anderen sich nicht darum kümmern es ist schon störend genug dass einer vor schluss der stunde fort muss gerade heute wo die letzte griechische arbeit vor weihnachten gemacht wird wer sich sein zeugnis nicht noch verderben will der nehme seine gedanken zusammen so wurde äußerlich die ruhe in der klasse hergestellt und es war nicht zu bemerken wie dem einen schüler das herz klopfte vor innerer entrüstung dass er allein zur strafe gezogen werden sollte dem anderen vor angst darüber dass sein betrug an den tag kommen würde kurz vor elf uhr verließ wilhelm auf einen leisen wink des professors das zimmer unheimlich still kam es ihm vor auf den sonst so belebten gängen und auf der breiten treppe die nicht für ein einzelnes bürschlein berechnet war sondern für einen trupp fröhlicher kameraden heute begleitete ihn keiner den sauren gang auf die polizei musste er ganz allein tun und nun betrat er das große gebäude in dem er ganz fremd war hielt seine vorladung in der hand und las erster stock zimmer nummer zwölf leute gingen hin und her keiner kümmerte sich um ihn vor mancher zimmertüre standen männer und frauen und warteten nun war er bei nummer zehn die übernächste tür musste die richtige sein nummer zwölf vor diesem zimmer stand nur ein mann und das war herr pfäffling vater rief wilhelm o vater in diesem ausruf klang die ganze qual die angst und die ganze wonne der erlösung herr pfäffling fasste ihn bei der hand ich habe mich doch auf eine viertelstunde losgemacht sagte er jetzt komm nur schnell herein dass wir bald fertig werden im zimmer zwölf saß ein polizeiamtmann nach einigen fragen und antworten kam die hauptsache zur sprache wilhelm war angezeigt weil er herrnsekretär floßmann mit schneeballen getroffen danach in frecher weise gelacht und das schneeball werfen in unmittelbarer nähe fortgesetzt habe so hat sich's verhalten nicht wahr fragte der amtmann getroffen habe ich einen herrn aus versehen sagte wilhelm aber weiter nichts nun mischte sich herr pfäffling ins gespräch du hast mir erzählt dass du dich ausdrücklich entschuldigst hast und danach sofort heimgegangen seist da lächelte der amtmann und sagte damit sollte wohl der vater besänftigt werden in wahrheit verhielt sich's aber nach der aussage des herrn und des schutzmanns ganz anders und sie werden begreifen dass ich diesen mehr glauben schenke als dem angeklagten es liegt auch gar nicht in der art des herrn floßmann einen jungen zur anzeige zu bringen der sich wegen eines vergehens entschuldigt hat ich darf wohl behaupten sagte herr pfäffling dass sowohl frechheit als auch lüge nicht im wesen dieses kindes liegen ich wäre sonst nicht mit ihm gekommen sondern hätte mich seiner geschämt wäre es möglich den herrn sekretär oder den schutzmann zu sprechen gewiss sagte der amtmann herr floßmann hat seine kanzlei oben und der schutzmann schmidt war eben erst bei mir er rief einen polizeidiener bitten sie herrn sekretär floßmann einen augenblick zu kommen und rufen sie den schutzmann schmidt herein wir machen zwar gewöhnlich nicht so viel umstände wenn es sich um solche eine buben geschichte handelt sagte der amtmann aber wenn sie es wünschen können sie von den beiden selbst hören wie der verlauf der sache war ein paar minuten später trat der sekretär floßmann und gleich danach der schutzmann ein da ist der junge sagte der amtmann der wegen der schneeballgeschichte aufgeschrieben wurde aber ehe der beamte noch weiter sprechen konnte fiel ihm sekretär floßmann ins wort indem er sich an den schutzmann wandte aber warum haben sie denn gerade diesen jungen aufgeschrieben den einzigen der sofort aufgehört hat zu werfen und der sich in aller form entschuldigt hat der mir selbst noch den schnee abgeschüttelt hat und indem er auf wilhelm zuging sagte er ganz vertraulich zu ihm wir zwei sind doch in aller freundschaft auseinandergegangen nicht wahr dich wollte ich nicht anzeigen da wandte sich der amtmann ärgerlich an den schutzmann haben sie ihre sache wieder mal so dumm wie möglich gemacht der rechtfertigte sich das ist nicht der wilhelm pfäffling den ich aufgeschrieben habe der meinige hat einen dicken kopf und ein rotes gesicht sag selbst habe ich dich aufgeschrieben nein aber es heißt keiner wilhelm pfäffling außer mir oho sagte der amtmann da kommt es auf eine falsche namensangabe hinaus das muss ein frecher kamerad sein kannst du dir denken wer dir diesen streich gespielt hat fragte er wilhelm der besann sich nicht lange jawohl sagte er es ist nur ein solcher gauner in unserer klasse wie heißt er da sah wilhelm seinen vater an und sagte zögernd ich kann ihn doch nicht angeben nein sagte herr pfäffling du weißt es ja doch nicht gewiss und deine menschenkenntnis ist nicht groß den schlingel finde ich schon selbst heraus den erkenne ich wieder sagte der schutzmann ich fasse ihn ab um zwölf uhr wenn die schule aus ist nun wandte sich der amtmann an herrn pfäffling ich bedauere das versehen sagte er und wilhelm entließ er mit den worten du kannst nun gehen aber halte dich an bessere kameraden und pass auf mit dem schneeball werfen in den straßen ist das verboten dazu habt ihr euren schulhof vater und sohn verließen miteinander das polizeigebäude o vater rief wilhelm sobald sie allein waren wie bin ich so froh dass du gekommen bist mir allein hätte der polizeiamtmann nicht geglaubt du hast dich auch nicht ordentlich verteidigt hast ja nicht einmal erzählt wie der verlauf war bei uns zu hause hast du deine sache viel besser vorgebracht mir geht das oft so vater wenn ich spüre dass man mir doch nicht glauben wird dann mag ich gar nichts zu meiner verteidigung sagen oft möchte ich etwas erzählen oder erklären wie es gemeint war und dann denke ich ihr haltet das doch nur für schwindel und ausreden und dann schweige ich lieber ich kenne das wilhelm es kommt daher weil es so wenig menschen genau mit der wahrheit nehmen und dann trauen sie auch den anderen keine strenge wahrhaftigkeit zu aber da darf man sich nicht einschüchtern lassen wer recht wahrhaftig ist darf alles sagen und glauben dafür fordern halte du es so und wird dir etwas angezweifelt so sage du ruhig zu demjenigen habe ich dich schon einmal angelogen aber freilich musst du auch sicher sein dass er darauf nein sagt die beiden waren inzwischen dem marktplatz nahe gekommen wo ihre wege auseinander gingen war es dir recht ungeschickt vater aus der probe weg zu kommen fragte wilhelm höllisch ungeschickt sagte herr pfäffling ich mochte den grund nicht angeben ich sagte nur schnell den nächstsitzenden etwas von familienverhältnissen und lief davon wer weiß was sie sich gedacht haben der junge lehrer wird mich inzwischen vertreten haben so gut er es eben versteht ich danke dir vater sagte wilhelm als er sich trennte und ganz gegen die gewohnheit der familie pfäffling griff er rasch nach des vaters hand küsste sie und lief davon als er pfäffling zu der musikalischen jugend zurückkam sah er viele freundliche lächelnde gesichter und dachte bei sich die haben es doch schon erfahren dass du mit deinem wilhelm auf der polizei warst es bleibt nichts verborgen darf man glück wünschen fragte ihn leise eine bekannte als er nah an ihr vorbeiging jawohl sagte er es ist gut vorübergegangen nach ein paar minuten war er mit vollem eifer bei der musik und wilhelm in gehobener stimmung bei seinem griechischen schriftsteller dir ist es offenbar sehr gnädig ergangen auf der polizei sagte der professor nach der stunde zu wilhelm ja herr professor es war eine verwechslung ich war gar nicht aufgeschrieben worden sondern ein anderer hat meinen namen statt seinem angegeben wer einer aus dieser klasse wer das war will der schutzmann erst herausbringen antwortete wilhelm der professor hatte kaum das schulzimmer verlassen als die kameraden sich um wilhelm drängten und näheres erfahren wollten auch baumann war unter ihnen der eine der schon am morgen behauptet hatte dass baumann aufgeschrieben worden sei sagte ihm frei ins gesicht du hast den falschen namen angegeben da versuchte er nicht mehr zu leugnen sondern fing an sich zu entschuldigen dem pfäffling hat es doch nichts geschadet für mich wäre es viel schlimmer gewesen du musst mir es nicht übel nehmen pfäffling ich habe ja vorher gewusst dass das dir nichts macht so frage einmal meinem vater ob ihm so etwas nichts macht rief wilhelm du bist ein tropf ein lügner das sage ich dir aber dem polizeiamtmann habe ich dich nicht verraten wenn dich der schutzmann nicht wiedererkennt dann kann es ja wohl sein dass du dich durchgeschwindelt hast nun sprang einer der kameraden die treppe hinunter um zu sehen ob ein polizeidiener unten stehe richtig es war so da wurde verabredet baumann in die mitte zu nehmen einige größere um ihn herum und dann in einem dichten trupp die treppe hinunter und bis um die nächste straßenecke zu rennen so geschah es die meisten klassen des gymnasiums hatten sich schon entleert der schutzmann stand lauernd am tor da plötzlich tauchte ein trupp knaben auf und schoss an ihm vorbei in einer solchen geschwindigkeit dass er auch nicht ein gesicht erkannt hatte er ging seiner wege hatte er den übeltäter auch noch nicht fassen können so war ihm jetzt sicher dass er zu dieser klasse gehörte er sollte ihm nicht entgehen wie war für frau pfeffling dieser vormittag daheim so lang und peinlich immer musste sie an wilhelm denken er hat gewiss nichts getan was strafwürdig ist sagte sie sich und dann fragte sie sich wieder warum ist er denn vorgeladen worden gestern hatte sie in fröhlicher stimmung alles vorbereitet für das weihnachtsfest heute hätte sie am liebsten gar nicht daran gedacht alle lust dazu war weg sie mühte sich sonst so gern den ganzen vormittag im haushalt und dachte dabei wenn man und kinder heimkommen von fleißiger arbeit sollen sie es zu hause gemütlich finden aber wenn die kinder nicht ihre schuldigkeit taten wenn sie draußen unfug trieben sollte man dann daheim zeit und geld für sie verwenden in solcher stimmung sah frau pfeffling diesen morgen manches was ihr nicht gefiel im bubenzimmer lagen hausschuhe nur so leicht hin unter das bett geschleudert hässlich niedergetreten waren sie auch wie oft hatte sie das schon verboten im wohnzimmer lag ein brief den hatten die kinder mit zum schalter nehmen sollen alle sechs hätten ihn sehen müssen alle sechs hatten ihn liegen lassen sogar marianne die doch als mädchen allmählich ein wenig selbst daran denken sollten ob nichts zu besorgen wäre das waren lauter pflichtversäumnisse und wer daheim die hausgesetze nicht beachtete der konnte leicht auch draußen gegen die ordnung verstoßen aber freilich müsste die mutter ihre kinder fester dazu anhalten strenger erziehen als sie es tat sie war selbst schuld elschen die nicht wusste oder nicht mehr daran dachte was die mutter heute bedrückte kam in der fröhlichsten weihnachtsstimmung herbeigesprungen walburg hatte sie die teigschüssel ausscharren lassen mutter rief die kleine die backröhre ist schon geheizt aber die mutter hatte heute einen unglückseligen blick an dem ganzen kleinen liebling sah sie nichts als drei streifen spuren von teig an der schürze else dahin hast du deine finger gewischt sagte sie mit ungewohnter strenge gestern erst habe ich dir gesagt du sollst deine hände waschen und nicht an die schürze wischen und sie patschte fest auf die kleinen hände das kind zog leise weinend ab und die mutter sagte sich vorwurfsvoll alle deine kinder sind unfolgsam danach ging sie aber doch zum backen in die küche das angefangene musste trotz allem vollendet werden sie wollte den schlüssel zum küchenschrank mit hinaus nehmen fand ihn nicht gleich und dachte bekümmert wo die hausfrau selbst ihre ordnung nicht einhält muss freilich die ganze wirtschaft herunter kommen in dieser schwarzsichtigen stimmung vergingen ihr langsam die stunden und gegen mittag sah sie in ängstlicher spannung nach den kindern aus diese hatten sich alle auf dem heimweg zusammengefunden und in der frühlingsstraße holte auch herr pfäffling sie ein die losung war nun nur schnell heim zur mutter sie allein ist noch in angst hat keine ahnung wie gut sich alles gelöst hat wie wird sie sich sorgen und warten wie wird sie sich freuen aber nicht nur frau pfäffling passte auf die eilig heimkehrenden auch frau hartwig sah heute mittag nach ihnen aus freilich aus einem ganz anderen grund sie hatte diesen morgen an die haustür einen großen bogen papier genagelt auf dem mit handgroßen roten buchstaben geschrieben stand man bittet die tür zu schließen darüber lachte ihr mann sie aus und versicherte es würde gar nichts helfen die pfäfflinge würden die tür offen stehen lassen die hausfrau nahm ihre mietsleute in schutz sie sind viel ordentlicher als du denkst wilhelm und otto sind ja ein wenig flüchtig aber karl ist immer aufmerksam und die mädchen sind manierlich der kleine frieda wird sogar zumachen wenn er hört dass es mich sonst friert du wirst sehen die haustür wird geschlossen um das zu beobachten stand nun die hausfrau am fenster sah wie die familie pfäffling sieben mann hoch heim kam eifriger sprechend als sonst hörte sie die treppe hinauf gehen noch flinker als gewöhnlich ging dann hinaus um nachzusehen und fand die haustür offen stehen so weit sie nur aufging kopfschüttelnd schloss sie selbst die tür aber sie verlor nicht den guten glauben an ihre mietsleute sie hatte ihnen ja wohl angemerkt dass heute etwas besonderes los war im zimmer fragte herr hartwig nun wer hat denn zugemacht etwas kleinlaut erwiderte sie das war ich droben herrschte nach überstandener angst große freude auch frau pfäffling war es wieder leicht ums herz glücklich und dankbar saß die ganze familie am essen aber doch zwischen suppe und fleisch sagte die mutter marianne warum habt ihr den brief nicht in den schalter geworfen vergessen so geht jetzt und besorgt ihn aber doch nach dem essen fragten fast einstimmig die kinder nein nein eben zwischen hinein damit ihr es merkt ich kann euch nicht helfen ich hätte gar kein reines gewissen wenn ich es nicht verlangte da widersprach niemand mehr die mutter konnte man sich nicht mit schlechtem gewissen vorstellen die mädchen gingen mit dem brief herr pfäffling sah seine frau verwundert an sie ging nach tisch mit ihm in sein zimmer da sagte sie ihm wie schwer es ihr den ganzen vormittag zumute gewesen sei und es kamen ihr fast jetzt noch die tränen sie sprachen lange miteinander dann kehrte herr pfäffling in das wohnzimmer zurück wo die großen noch beisammen waren hört ich möchte euch dreierlei sagen erstens sorgt jetzt dass vor weihnachten nichts mehr vorkommt gar nichts mehr denn bis man weiß wie die sachen hinausgehen sind sie doch recht unangenehm besonders für die mutter zweitens sagt dem baumann er solle sich bei herrn sekretär floßmann entschuldigen sonst werde es schlimm für ihn ausgehen drittens wallburg soll eine tasse kaffee für die mutter machen es wird ihr guttun oder zwei tassen einer von herr pfäfflings guten ratschlägen konnte nicht ausgeführt werden denn wilhelm baumann wurde noch am nachmittag aus der schule weg auf die polizei geholt und war von da an aus dem gymnasium ausgewiesen am abend überbrachte ein dienstmädchen einen schönen blumenstock eine musikschülerin ließ frau pfäffling glück wünschen ich werde morgen hinkommen und mich bedanken ließ herr pfäffling sagen ja es gibt allerlei freuden zu denen man glück wünschen kann warum nicht auch wenn ein unschuldig verklagter freigesprochen wird oder war etwas anderes gemeint Ende von Kapitel 5 kapitel 6 von die familie pfäffling diese librivoxaufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 6 am kürzesten tag es war der 21 dezember der kürzeste tag des jahres um dieselbe tageszeit wo im hochsommer die sonne schon seit fünf stunden am himmel steht saß man heute noch bei der lampe am frühstückstisch und als diese endlich ausgelöscht wurde war es noch trüb und dämmerig in den häusern allmählich aber hellte es sich auf und die sonne wenn gleich sie tief unten am horizont stand sandte doch ihre schrägen strahlen den menschenkindern die heute so besonders geschäftig durcheinander wimmelten es war ja der letzte samstag vor weihnachten zugleich der thomas tag ein feiertag für die schuljugend jedermann wollte die wenigen hellen stunden benutzen um einkäufe zu machen wieviel gänse und hasen wurden da als festbraten heim geholt und wieviel christbäume auf den plätzen der stadt standen sie ausgestellt die fichten und tannen von den kleinsten bis zu den großen die dazu bestimmt waren kirchen oder säle zu schmücken mitten zwischen diesen bäumen von ihrem weihnachtlichen duft und anblick ganz hingenommen und im anschauen versunken stand unser kleiner frieda er hatte für den vater etwas in der musikalienhandlung besorgt kam nun heimwärts über den christbaummarkt und konnte sich nicht trennen nun stand er vor einem bäumchen nicht größer als er selbst saftig grün und buschig sie mochten vielleicht gleich alt sein dieser bub und dies bäumchen und sahen beide so rundlich und niedlich aus sie standen da vom selben sonnenstrahl beleuchtet wie wenn sie zusammen gehörten so dicht hielt sich frieda zum baum du dich meine ich hörst du denn gar nichts so wirst du wohl nicht viel verdienen sagte plötzlich eine raue stimme und eine schwere hand legte sich von hinten auf seine schulter frieda erwachte wie aus einem traum wandte sich und sah sich zwei frauen gegenüber die ihn angerufen hatte war eine große derbe person eine verkäuferin die andere eine feine dame mit pelz und schleier pack an kleiner du sollst der dame den baum heim tragen du weißt doch die luisenstraße sagte die frau und legte ihm den baum über die schulter ist der junge nicht zu klein um den baum so weit zu tragen fragte die dame o bewahre meinte die händlerin der hat schon ganz andere bäume geschleppt geben sie ihm die wohnung an wenn sie nicht mit ihm gehen luisenstraße 43 zu frau doktor heller sagte die dame sie auf diesem papier ist es auch aufgeschrieben halte dich nur nicht auf dass dichs nicht in die hände friert da frieda immer noch unbeweglich stand gab ihm die verkäuferin einen kleinen anstoß in der richtung die er einzuschlagen hatte frieda den baum in der einen hand haltend den papier zettel in der anderen trabte der luisenstraße zu er hatte so eine dunkle ahnung dass er mehr aus missverständnis zu diesem auftrag gekommen war er wusste es aber nicht gewiss die damen konnten die bäume nicht selbst tragen so mussten eben die buben helfen er sah manche mit christbäumen laufen freilich meist größere er war eigentlich stolz dass man ihm einen christbaum anvertraut hatte wenn ihm nur jetzt die brüder begegnet wären oder gar der vater wie die zweige ihn so sonderbar am hals kitzelten wie ihm der duft in die nase stieg und wie harzig die hand wurde allmählich drückte der baum obwohl er nicht groß war unbarmherzig auf die schulter man musste ihn oft von der einen auf die andere legen und bei solch einem wechsel entglitt ihm das blättchen papier und flatterte zu boden ohne dass die steife von der kälte erstarrte hand es empfunden hätte nun schmerzten ihm die beiden schultern er trug den baum frei mit beiden händen aber da wurde friede hart angefahren von einem mann der ihm entgegen kam du stichst ja den menschen die augen aus halte doch deinen baum hinter dich so und der vorübergehende schob ihm den baum unter den arm nach kürzester zeit kam von hinten eine stimme du kleiner du kehrst ja die straße mit deinem christbaum halte doch deinen baum hoch ach das war eine schwierige sache aber nun war die luisenstraße glücklich erreicht freilich der wohnungszettel war abhanden gekommen aber friede hatte sich das wichtigste gemerkt nummer 42 oder 43 und im zweiten stock bei einer frau doktor das muss nicht schwer zu finden sein in nummer 42 a wollte niemand etwas von einem baum wissen aber in 42 b bekam friede guten bescheid das dienstmädchen wusste ganz gewiss der baum gehörte nach nummer 47 die dame war zugleich mit ihr auf dem markt gewesen und hatte einen baum gekauft also nach nummer 47 als man ihm dort seinen baum wieder nicht abnehmen wollte kamen ihm die tränen und eine mitleidige frau hieß ihn sich ein wenig auf die treppe setzen um auszuruhen in der luisenstraße wohnt nur ein doktor sagte sie und das ist der doktor weber in der nummer 24 bei dem musst du fragen unser friede hätte nun lieber in nummer 43 angefragt denn er meinte sich noch zu erinnern das sei die richtige nummer aber friede traute immer allen leuten mehr zu als sich selbst und so folgte er auch jetzt wieder dem rat ging an nummer 43 vorbei bis zu nummer 24 und hörte von dem dienstmädchen der frau doktor weber sie hätten längst einen baum und einen viel schöneren und größeren jetzt aber tropften ihm die dicken tränen herunter und als er wieder auf der straße stand wurde ihm auf einmal ganz klar wo er jetzt hingehen wollte heim zur mutter es musste ja schon spät sein vielleicht sogar schon essenszeit kam er da nicht heim so hatte die mutter angst und der vater hatte ja gesagt es dürfe nichts aber gar nichts mehr vorkommen vor weihnachten also nur schnell schnell heim und es war auch wirklich höchste zeit niemand hatte bis jetzt frieders langes ausbleiben bemerkt als nun aber marie und anne anfingen den tisch zu decken sagte elschen friede hat versprochen mit mir zu spielen und nun ist er den ganzen vormittag weggeblieben er ist gewiss schon längst bei den brüdern im hof auf der schleife sie einmal nach ihm sagten die schwestern aber friede war verschollen und die geschwister fingen an sich zu ängstigen nicht so sehr um den kleinen bruder was sollte dem schon zugestoßen sein aber wenn er nicht zum mittag käme würden sich die eltern sorgen und darüber ärgern dass doch wieder etwas vorgekommen sei er wird doch kommen bis zum essen sagten sie zueinander und als nun die mutter ins zimmer trat sprachen sie von allerlei nur nicht von friede elschen stand an der treppe nun kam der vater heim fröhlich und guter dinge und fragte gleich ist das essen schon fertig es ist noch nicht halb ein uhr entgegnete karl der die frage gehört hatte es wird gleich schlagen meinte der vater ging aber doch noch in sein zimmer im vorplatz berieten leise die geschwister wenn man nun das essen ein wenig verzögern könnte sagte karl das will ich machen flüsterte marie ging in die küche zog walburg zu sich und rief ihr dann ins ohr friede ist noch nicht daheim der vater wird so zanken und die mutter wird angst haben kannst du nicht machen dass man später isst walburg nickte freundlich ging an den herd deckte ihre töpfe auf und sagte dann du kannst der mutter sagen den linsen täte es gut wenn sie noch eine weile kochen dürften da sprang marie befriedigt hinaus walburgs ausspruch ging von mund zu mund und bis er der mutter zu ohren kam waren die linsen ganz hart so sagte sie verwundert mir kamen sie weich vor aber wir können ja noch ein wenig mit dem essen warten ja harte linsen sind nicht gut sind ganz schlecht sagten die kinder so vergingen fünf minuten inzwischen lief unser friede so schnell er es nur mit dem baum vermochte jetzt trabte er die treppe hinauf und bei seinem klingeln eilten alle herbei um aufzumachen frau pfäffling merkte jetzt dass etwas nicht in ordnung war und ging hinaus da stand frieda ganz außer atem mit glühenden backen den christbaum auf der schulter und fragte ängstlich ist man schon als er aber hörte dass die mutter ihn nicht vermisst hatte und sah wie man seinen baum anstaunte und die mutter so freundlich sagte stell ihn nur ab du glühst ja ganz da wurde ihm wieder leicht ums herz sie meinten alle der christbaum gehöre dem frieda nein nein sagte dieser ich muss ihn einer frau bringen ich weiß nur nimmer wie sie heißt und wo sie wohnt da lachten sie ihn aus und wollten alles genau hören auch herr pfäffling war hinzugekommen und hörte von friedas irrfahrten nahm ihn bei der hand und sagte nun komm nur zu tisch du kleines dummerle du die linsen waren nun plötzlich weich und wie es dem frieda schmeckte lässt sich denken beim mittagessen wurde beraten wie man den christbaum zu seiner rechtmäßigen besitzerin bringen könnte einer von euch großen muss mit frieda gehen ihm helfen den baum zu tragen sagte frau pfäffling aber wir latein schüler können doch nicht in der luisenstraße von haus zu haus laufen wie arme buben die die christbäume austragen entgegnete karl wenn mir da zum beispiel rudolf meyer begegnet sagte otto vor dem würde ich mich schämen so so sagte herr pfäffling seid ihr zu vornehmen dazu dann muss ich wohl meinen kleinen begleiten und er nahm den baum der in der ecke stand hob ihn frei hinaus dass er die decke streifte und sagte spaßend so werde ich durch die luisenstraße ziehen und eine schelle nehmen und ausrufen wem der baum gehört der soll sich melden ich denke doch sagte frau pfäffling einer von unseren dreien wird so gescheit sein und sich nicht darum bekümmern wenn je ein kamerad denken sollte dass er für andere leute gänge macht sie schwiegen aber da setzte herr pfäffling den baum wieder ab und sagte ernst kinder fangt nur das gar nicht an dass ihr meint dies oder jenes passt sich nicht das könnten die kameraden schlecht auslegen mit solchen kleinlichen bedenken kommt man schwer durchs leben fühlt sich immer gebunden und hängt schließlich von jedem ab nach dem essen wurde herr hartwig um das adressbuch gebeten und mit hilfe dessen und frieders erinnerung war bald festgestellt dass der baum in die luisenstraße 43 zu frau doktor heller gehörte die drei großen brüder standen zusammen und berieten ich mache mir nichts daraus den baum zu tragen sagte wilhelm ich hätte gar nicht gedacht dass es dumm aussieht wenn ihr es nicht gesagt hättet aber wenn du hinkommst musst du dich darauf gefasst machen dass man dir ein trinkgeld gibt sagte karl umso besser wenn es nur recht groß ist ich habe ohne dies keinen pfennig mehr die beratung wurde unterbrochen durch die mutter die mit frieda ins zimmer kam und sagte die dame wird gar nicht begreifen wo ihr baum so lange bleibt tragt ihn nur jetzt gleich fort otto du gehst mit deinem alten mantel schadet es am wenigsten wenn der baum wetzt diesem bestimmten befehl gegenüber gab es keinen widerspruch mehr otto musste sich bequemen frieda zu begleiten sie gingen nebeneinander und waren bis an die luisenstraße gekommen als otto plötzlich seinem frieda den baum auf die schulter legte und sagte da vorne kommen ein paar aus meiner klasse die lachen mich aus wenn sie meinen ich müsse den dienstmann machen das letzte stück kannst du doch den baum selbst tragen du kannst dich auch selbst entschuldigen nicht gut kann ich sagte frieda und ging allein seines weges wie einfach war das nun am glockenzug von nummer 43 stand angeschrieben doktor heller das stimmte alles ganz gut mit dem adressbuch und oben im zweiten stock stand noch einmal der name diesmal war frieda an der rechten tür otto hatte sich inzwischen seinen kameraden angeschlossen und war ein wenig mit ihnen herumgeschlendert denn früher als frieda wollte er nicht nach hause kommen als er sich endlich entschloss heim zu gehen war es ihm nicht behaglich zumute es reute ihn dass er den kleinen zuletzt noch im stich gelassen hatte er wollte mit dem bruder wieder in der frühlingsstraße zusammentreffen er wartete eine weile vergeblich auf ihn dann ging ihm die geduld aus vermutlich war frieda schon längst daheim er hoffte ihn oben zu finden aber es war nicht so das konnte er gleich daran merken dass er von allen seiten gefragt wurde wie es mit dem baum gegangen sei nun musste er freilich erzählen dass er nur bis in die nähe des hauses nummer 43 den baum getragen habe und dann mit einigen freunden umgekehrt sei aber nun hörte man auch schon wieder jemand vor der glastür das konnte frieda sein und dann war ja die sache in ordnung sie machten auf da stand der kleine unglücksmensch und hatte wieder seinen christbaum im arm sie trauten ihren augen kaum ja frieda hast du denn die wohnung nicht gefunden riefen sie fast alle zugleich da zuckte es um seinen mund er wirkte an den tränen die kommen wollten und presste hervor neun mal geklingelt niemand zu hause sie waren nun alle voll mitleid aber sie konnten auch nicht verstehen warum er nicht oben oder unten bei anderen hausbewohnern gefragt hätte daran hatte er eben nicht gedacht deshalb gibt man solch einem kleinen dummerle einen größeren bruder mit sagte frau pfäffling aber wenn der freilich so treulos ist und vorher umkehrt dann ist der kleine schlecht beraten jetzt wird der sache ein ende gemacht rief wilhelm ich gehe mit dem baum und das dürft ihr mir glauben ich bringe ihn nicht mehr zurück und flink faßte er den christbaum der freilich schon ein wenig von seiner schönheit eingebüßt hatte und sprang leichtfüßig davon in der luisenstraße nummer 43 wurde ihm aufs erste klingeln aufgemacht und sofort rief das dienstmädchen frau doktor jetzt kommt der baum doch noch eine lebhafte junge frau eilte herbei und rief wilhelm an wo bist du denn so lange geblieben kleiner aber nein du bist es ja gar nicht dir habe ich doch gar keinen baum zu tragen gegeben der gehört nicht mir wilhelm erzählte von den wanderungen die der baum mit seinen anderen brüdern gemacht hatte der kleine dauert mich sagte die junge frau das zweite mal als er kam war ich wohl mit meinem mädchen wieder auf dem markt ich habe nämlich nicht gedacht dass er noch kommt und habe einen anderen geholt ich brauche ihn schon heute abend zu einer kleinen gesellschaft da konnte ich nicht warten was mache ich nun mit diesem baum habt ihr wohl schon einen zu hause ich würde euch den gern schenken wir haben noch keinen sagte wilhelm also das ist ja schön dann nehme ihn nur wieder mit und dem netten kleinen dicken der so viel not gehabt hat möchte ich noch einen lebkuchen schicken den bringst du ihm nicht wahr auch dazu war wilhelm bereit und kurz danach rannte er vergnügt mit seinem baum heimwärts der kurze dezember nachmittag war schon zu ende und die lichter angezündet als wilhelm heim kam die schwestern welche die ganglampe geraubt hatten kamen eilig mit derselben herbei als wilhelm klingelte und sie ließen sie vor schreck fast aus der hand fallen als sie den baum sahen der baum kommt wieder schrien sie ins zimmer unmöglich rief die mutter ja doch sagte karl der baum der unglückselige baum geld rief frieda es wird nicht aufgemacht und wenn man noch so klingelt aber wilhelm lachte zog vergnügt den lebkuchen aus der tasche und gab ihn frieda der ist für dich von deiner frau doktor heller und der baum mutter der gehört uns ganz umsonst als herr pfäffling heim kam ergötzte er sich an der kinder erzählung von dem christbaum aber er merkte dass es otto nicht recht wohl war bei der sache und wollte sie eben deshalb genauer hören also so hat sich's verhalten sagte er schließlich vor dem lachen der kameraden hast du dich so gefürchtet dass du den bruder und den baum im stich gelassen hast dann heiße ich dich einen feigling weiter wurde nichts mehr über die sache gesprochen aber dies eine wort feigling vom vater ausgesprochen vor der ganzen familie das brannte und schmerzte und war nicht einen augenblick an diesem abend zu vergessen es war auch am nächsten morgen dem vierten adventssonntag ottos erster gedanke es trieb ihn um er konnte dem vater nicht mehr unbefangen ins gesicht sehen da trachtete er mit der mutter allein zu sprechen und sie merkte es dass er ihr nachging und ließ sich im bubenzimmer finden mutter sagte er ich kann gar nicht vergessen was vater gesagt hat soll ich ihn um entschuldigung bitten was hilft es er hält mich doch für feig ja otto er muss dich für feige halten denn du bist es gewesen und zwar schon manchmal in dieser art immer abhängig davon wie die anderen über dich urteilen da hilft freilich keine entschuldigung da hilft nur ankämpfen gegen diese feigheit beweise liefern dass du auch treu und tapfer sein kannst am montagnachmittag als die kinder alle von der schule zurückkehrten fehlte otto er kam eine ganze stunde später heim und dann suchte er zuerst den vater in dessen zimmer auf herr pfäffling sah von seiner arbeit auf willst du etwas ja dich bitten vater dass du das wort zurück nimmst du weißt schon welches ich bin deswegen heute nachmittag lange auf dem christbaumarkt gestanden und habe dann für jemand einen baum heim getragen drei von meiner klasse haben es gesehen und da sind die 20 pfennig trinkgeld die ich bekommen habe da sah herr pfäffling mit fröhlichem warmen blick auf seinen jungen und sagte es gibt allerlei heldentum das war auch eines nein mein kind du bist kein feigling ende von kapitel 6 kapitel 7 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 7 immer noch nicht weihnachten der letzte schultag vor weihnachten war gekommen wer sich von der familie pfäffling am meisten freute auf den schulschluss das war gerade das einzige glied derselben das noch nicht zur schule ging das elschen ihr war die schule die alte feindin die ihr solange sie zurückdenken konnte alle geschwister entzog die unbarmherzig die schönsten spiele unterbrach die ihre dunklen schatten in gestalt von aufgaben über die ganzen abende warf und die auch heute schuld war dass die geschwister statt von weihnachten nur von den schulzeugnissen redeten die sie bekommen würden sie saßen jetzt beim frühstück aber es wurde hastig eingenommen die schulbücher lagen schon bereit und gar nichts deutete darauf hin dass morgen der heilige abend sein sollte die kleine wurde ganz ungeduldig und missmutig vater sagte elschen aus dieser stimmung heraus gibt es gar kein land auf dieser welt wo keine schule ist oh doch antwortete herr pfäffling in der wüste sahara zum beispiel ist zurzeit noch keine schule eröffnet da musst du musiklehrer werden vater rief die kleine ganz bestimmt aber da alle nur lachten sogar frieder merkte sie dass der vorschlag nichts taugte und sie sah wieder dass gegen die schule ein für allemal nichts zu machen war heute sollte sie das besonders bitter empfinden als sie nach der letzten schulstunde den großen brüdern fröhlich entgegen kam wurde sie nur beiseite geschoben die drei waren in eifrigem aber leise geführten gespräch und verschwanden miteinander in ihrem schlafzimmer es waren nämlich die zeugnisse ausgeteilt worden und da zeigte es sich dass wilhelm in der mathematik die note vier bekommen hatte die geringste note die gegeben wurde das war noch nie da gewesen die zahl vier war bisher in keinem zeugnis heft der jungen pfäfflinge vorgekommen so dumm sieht der vierer aus sagte wilhelm was hilft es mir dass ein paar zweier da sind wo das letzte mal dreier waren der vater sieht doch auf den ersten blick den vierer ja sagte karl gerade so wie unser professor auch in der schönsten reihenschrift immer nur die eine stelle sieht wo etwas verbessert ist wenn wir es nur einrichten könnten daß wir die zeugnishefte erst nach weihnachten zeigen müßten meint ihr das geht nein sagte karl man hat sonst jeden tag angst daß der vater danach fragt aber es kann freilich die freude verderben hättest du es nicht wenigstens zu einem schlechten dreier bringen können wilhelm blieb darauf die antwort schuldig die schwestern waren inzwischen auch mit ihren zeugnissen heimgekommen und suchten die brüder auf marie warf nur einen blick auf die gruppe dann sagte sie geld ihr seid schlecht weggekommen und da keine antwort erfolgte fuhr sie fort unsere zeugnisse sind gut besser als das letzte mal und der friede hat auch gute noten da wird der vater schon zufrieden sein nein sagte wilhelm er wird nur meinen vierer sehen oh ein vierer oh weh riefen die schwestern so jammert doch nicht so rief wilhelm sagt lieber was ich machen soll dass der vater die zeugnisse vor weihnachten nicht ansieht sie berieten und besannen sich eine weile ein wort gab das andere und zuletzt wurde beschlossen die noten sollten alle zusammengezählt und dann die durchschnittsnote daraus berechnet werden diese musste trotz des schlimmen vierers ganz gut lauten so dass die eltern befriedigt sein konnten die mutter hatte überdies selten zeit die heftchen anzusehen und dem vater wollte man die schöne durchschnittsnote in einem geschickten augenblick mitteilen dann würde er nicht weiter nachfragen erst nach neujahr mussten die zeugnisse unterschrieben werden bis dahin hatte es ja noch lange zeit so weit hinaus sorgte man sich nicht wilhelm war sehr vergnügt über den gedanken otto der das beste zeugnis hatte war zwar weniger damit einverstanden wurde aber überstimmt und sie machten sich nun an die durchschnittsberechnung wilhelm holte frieder herbei der hatte der mutter schon sein zeugnis gezeigt nun wurde es ihm von den brüdern abgenommen seht nur sagte wilhelm wie er sich diesmal hinauf gemacht hat dafür kann ich nicht sagte frieder die mutter sagt das komme nur von der harmonika wahrscheinlich wenn ich eine neue zu weihnachten bekomme werden die noten wieder schlechter gibst du mir mein heft wieder karl nein das brauchen wir noch sei nur still daß ich rechnen kann geh lieber hinaus frieder sagte marie mütterlich das älschen hat sich so gefreut auf dich und sie schob den kleinen hinaus bisher gab sich eine gute durchschnittsnote und marie wollte es übernehmen sie dem vater so geschickt mitzuteilen dass er gewiss nicht nach den heften fragen würde sie wartete den augenblick ab woher pfäffling sich richtete um zum letzten mal vor dem fest in das zentralhotel zu gehen an seinen raschen bewegungen bemerkte sie dass er in eile war vater sagte sie wir haben alle unsere zeugnisse bekommen und die noten zusammengezählt dann hat karl berechnet was wir für eine durchschnittsnote haben weißt du was da herausgekommen ist magst du raten vater ich kann mich nicht mehr aufhalten ich muss fort aber hören möchte ich es doch gerne eine durchschnittsnote zwei bis drei vielleicht nein denke nur vater eine glatte zwei ist das nicht gut recht gut sagte herr pfäffling er hatte nun schon den hut auf und marie bemerkte noch schnell unter der tür die zeugnishefte will ich alle in der mutterschreibtisch legen dass du sie dann noch einmal unterschreiben kannst ja hebe sie nur gut auf rief herr pfäffling noch von der treppe herauf die kleine list war gelungen die heftchen wurden sehr sorgfältig aber weit hinten im schreibtisch geborgen ungesucht würden sie da niemand in die hände fallen herr pfäffling freute sich jedes mal auf die stunden im zentralhotel denn es war dort mehr ein gemeinsames spiel als ein unterrichten und so betrat er auch heute in fröhlicher stimmung den gasthof diesmal stand die große flügeltür des unteren saales weit offen tapezierer waren beschäftigt die wände zu schmücken der besitzer des gasthofes stand mitten unter den handwerksleuten und erteilte ruhig und bestimmt seine befehle das ist auch ein general dachte herr pfäffling nachdem er einige augenblicke zugesehen hatte große tätigkeit herrschte in den unteren räumen an der angelehnten tür des speisezimmers stand ein kleiner kellner einige flaschen in der hand und sah zu wie eben zwei hohe tannenbäume in den saal getragen wurden aber plötzlich fuhr der kleine bursche zusammen denn hinter ihm ertönte eine scheltende stimme was stehst du da und hältst maul auf den pfeil mach dass du an dein geschäft gehst es war rudolf meyer der den säumigen so anfuhr als er herr pfäffling gewahrte grüßte er sehr artig und sagte man hat seine not mit den leuten heutzutage taugt das pack nicht viel eine antwort erhielt rudolf nicht auf seine rede ohne ein wort ging herr pfäffling an ihm vorbei die treppe hinauf rudolf sah ihm nachdenklich nach es kam ihm öfters vor dass er auf seine verständlichsten reden keine antwort bekam und gerade von den leuten die er hoch stellte andere rühmten ihn ja oft und sagten ihm er spreche so klug wie sein vater obwohl solche leute wie herr pfäffling noch größere ansprüche machten rudolf stellte sich die brüder pfäffling vor wie kindisch waren sie doch im vergleich zu ihm sogar karl der älteste diesen unterschied musste ihr vater doch empfinden es musste ihm doch eindruck machen dass er schon so viel weiter war der kleine kellner konnte es wohl noch bemerkt haben wie geringschätzig herr pfäffling an ihm vorübergegangen war so etwas erzählten sich dann die dienstboten untereinander und spotteten über ihn das wusste er wohl ja er hatte keine leichte stellung im haus indessen war herr pfäffling die ihm vertraute treppe hinauf geeilt droben empfing ihn schon das flotte geigenspiel seiner schüler und nun wurde noch einmal vor weihnachten ausgiebig musik gemacht es wird ein ball im gasthof stattfinden zur weihnachtsfeier erzählte ihm die generalin am schluss der stunde es soll sehr schön werden ja sagte der general der besitzer gibt sich alle mühe seinen gästen viel zu bieten er ist ein tüchtiger mann und versteht sein geschäft ausgezeichnet aber sein sohn spricht nur von arbeit und tut selber keine der sohn wird nichts als herr pfäffling sich für die weihnachtsferien verabschiedet hatte und hinausging sah er am fenster des flurs eben den sohn stehen über den einen augenblick vorher das vernichtende urteil gefällt worden war er wird nichts kann es ein traurigeres wort geben einem jungen menschenkind gegenüber herr pfäffling konnte diesmal nicht teilnahmslos an ihm vorüber gehen rudolf meyer stand nicht zufällig da er wusste vielleicht selbst nicht genau was ihn her trieb es war das bedürfnis sich achtung zu verschaffen vor diesem mann ein anderes mittel hierzu kannte er nicht als seine eigenen leistungen zur sprache zu bringen wünsche fröhliche feiertage redete er herr pfäffling an für andere menschen beginnen ja nun die ferien für uns bringt so ein fest immer nur arbeit herr pfäffling blieb stehen ja sagte er ich sehe dass ihr herr vater sehr viel zu tun hat aber wenn die gäste versorgt sind haben sie doch auch ihre familienfeier und weihnachtsbescherung nee das gibt's bei uns nicht früher war das ja so als ich klein war und meine mutter noch lebte aber ich bin nicht mehr so kindisch dass ich jetzt so etwas für mich beanspruche ich habe auch gar keine zeit sie begreifen dass ich als einziger sohn des hauses überall nachsehen muss die dienstboten sind so unzuverlässig man muss immer hinter ihnen her sein lassen sich die dienstboten von einem 15 jährigen schuljungen anleiten rudolf meyer war über diese frage verwundert wollte es ihm denn gar nicht gelingen diesem manne verständlich zu machen dass er eben kein gewöhnlicher schuljunge war ich habe keinen verkehr mit schulkameraden sagte er in jeder freien stunde auch sonntags bin ich hier im hause beschäftigt sie kommen wohl nie in die kirche ich selbst nicht leicht aber ich bin sehr gut über alle gottesdienste unterrichtet wir haben oft gäste die danach fragen und ich weiß auch allen gleich viel ob es christen oder juden sind auskunft zu geben über zeit und ort des gottesdienstes über beliebte prediger feierliche messen und dergleichen man muss allen dienen können und darf keine vorliebe für die eine oder andere kirche merken lassen wir dürfen ja auch ausländer nicht verletzen und müssen uns manche spöttische äußerung über die deutschen gefallen lassen das bringt ein welthotel so mit sich herr pfäffling sagte darauf nichts und rudolf meyer war zufrieden das welthotel war immer der größte trumpf den er ausspielen konnte und der verfehlte nie seine wirkung auch auf herr pfäffling hatte er offenbar eindruck gemacht denn der geringschätzige blick den er vorher noch für ihn gehabt hatte war einem anderen ausdruck gewichen unten im hausflur stand noch immer die tür zu dem großen saal offen die ausschmückung hatte fortschritte gemacht herr rudolf meyer senior stand auf der schwelle und überblickte das ganze und im vorbeigehen hörte herr pfäffling ihn zu einem tapezierer sagen an diesem fenster ist noch eine polsterung anzubringen damit jede zugluft von den gästen abgehalten wird unser musiklehrer dem sonst wenn er von seinen russischen schülern kam die schönsten melodien durch den kopf gingen war heute auf dem heimweg in gedanken versunken er sah vorsicht den tüchtigen geschäftsmann der in unermüdlicher tätigkeit sein haus bestellte der von seinen gästen jeden schädlichen luftzug abhielt und der doch nicht merkte wie der einzige sohn dem dies alles einst gehören sollte in gefahr war zugrunde zu gehen herr pfäffling war eine straße weit gegangen da trieben ihn seine gedanken wieder rückwärts sprich mit dem mann ein wort über seinen sohn sagte er sich wenn seinem haus gefahr drohte würdest du es auch sagen warum nicht wenn du siehst dass sein kind schaden nimmt dass es höchste zeit wäre es den schlimmen einflüssen zu entziehen es sollte weggenommen werden aus diesem betrieb aus der großen stadt in einfache harmlose familienverhältnisse während sich herr pfäffling dies überlegte ging er raschen schrittes ins zentralhotel zurück und nun stand er in dem großen saal herrn meyer gegenüber dieser meinte der musiklehrer wolle die ausschmückung betrachten und forderte ihn höflich auf alles zu besehen ich danke sagte herr pfäffling ich sah schon vorhin wie hübsch das wird aber um ihren sohn herr meyer um ihren sohn ist mir es zu tun äußerst erstaunt sah der so angeredete auf und sagte indem er nach dem anstoßenden zimmer deutete hier sind wir ungestört sollen wir platz nehmen nein sagte herr pfäffling ich stehe lieber eigentlich hätte er sagen sollen ich renne lieber denn kaum hatte er das gespräch begonnen so trieb ihn der eifer im zimmer hin und her ich meine sagte er über all ihren leistungen als geschäftsmann sehen sie gar nicht was für ein schlechtes geschäft bei all dem ihr kind macht ist denn überhaupt ein kind war es eines es spricht wie ein mann und ist doch kein mann ein schuljunge sollte es sein der tüchtig arbeitet und dann fröhlich spielt er tut aber keines von beiden in dem alter wo er gehorchen sollte will er befehlen den herrn will er spielen und hat doch nicht das zeug dazu er wird kein mann wie sie er wird auch kein deutscher wird kein christ denn er dünkt sich über alledem zu stehen der sollte fort aus dem gasthof fort von hier in ein warmes familienleben hinein da könnte noch etwas aus ihm werden aber so nicht herr pfäffling hatte so eifrig gesprochen dass sein zuhörer dazwischen nicht zu wort gekommen war er sagte jetzt anscheinend ganz ruhig und kühl ich muss mich wundern herr pfäffling dass sie mir das alles sagen sie kennen uns nicht und meinen sohn kennen sie wohl auch nur ganz flüchtig mir scheint sie urteilen etwas rasch andere sagen mir daß mein sohn der geborene geschäftsmann ist und schon jetzt einem haus vorstehen könnte wenn er ihnen so wenig gefällt dann bitte kümmern sie sich nicht um ihn ich kenne mein eigenes kind wohl am besten und werde für sein wohl sorgen herr pfäffling sah nun seinerseits ebenso erstaunt auf herrn meyer wie dieser vorhin auf ihn endlich sagte er ich sehe dass ich sie gekränkt habe das wollte ich doch gar nicht wieder einmal habe ich vergessen was ich schon so oft bei den eltern meiner schüler erfahren habe das ist die menschen nicht ertragen wenn man offen über ihre kinder spricht und wenn es auch nur aus reiner teilnahme geschieht sagen sie mir nur das eine würden sie es mir danken wenn ich ihnen sagte ihr kind ist in gefahr ins wasser zu fallen und warum sind sie gekränkt wenn ich sage dem kind droht gefahr für seinen charakter darin kann ich die menschen nie verstehen diese frage blieb unbeantwortet denn zwei handwerksleute kamen herein verlangten bescheid und herr pfäffling machte rasch der unterredung ein ende in dem er sagte wie ungeschickt bin ich ihnen mit dieser sache gekommen ich sehe sie sind draußen unentbehrlich und will sie nicht aufhalten er ging herr meyer hielt ihn nicht zurück diese sache ist misslungen sagte sich herr pfäffling ich habe nichts erreicht als dass sich der mann über mich ärgert und nun ärgerte auch er sich aber nur über sich selbst warum hatte er sich seine worte nicht erst in ruhe überlegt und schonend vorgebracht was er sagen wollte statt diesen ahnungslosen vater mit hageldicken vorwürfen zu überschütten nun ging er mit sich selbst ebenso streng ins gericht nichts gelernt und nichts vergessen immer noch gerade so ungestüm wie vor zwanzig jahren immer vorgetan und nachbedacht trotz aller lebenserfahrung wenn du es nicht besser verstehst auf die leute einzuwirken so lass die hand davon kümmere dich um deine eigenen kinder wer weiß ob sie anderen leuten nicht auch verkehrt erscheinen nachdem sich herr pfäffling so die wahrheit gesagt hatte beruhigte er sich über rudolf meyer und versetzte sich in gedanken zu seinen eigenen kindern nun kam ihm wieder die pfäfflingsche note in den sinn er dachte in dieser richtung noch weiter nach und die folge davon war dass er nach seiner rückkehr dem ersten der ihm zu hause in den weg lief zurief legt mir alle sechs zeugnishefte aufgeschlagen auf meinen tisch ich will sie sehen das gab nun eine aufregung in der jungen gesellschaft die zeugnisse müssen her der vater will sie sehen flüsterte eins dem anderen zu warum denn warum niemand wusste antwort aber jetzt half keine list mehr marie musste die heftchen hervorholen aus ihrem sicheren versteck und sie hinübertragen in des vaters zimmer ich habe das deinige ein wenig versteckt sagte sie zu wilhelm als sie wieder herüber kam vielleicht übersieht es der vater her pfäffling kannte seine kinder viel zu gut als dass er ihre kleine list mit der guten durchschnittsnote nicht durchschaut hätte irgendetwas ist sicher nicht in ordnung sagte er sich gewiss sind ein paar missliche dreier da oder eine schlechte bemerkung über das betragen er überblickte die kleine ausstellung auf seinem tisch da lag zuvorderst karls zeugnisheft dies hielt sich so ziemlich gleich ja aus ja ein nie vorzüglich immer gut es gab das bild eines gewissenhaften schülers aber nicht eines großen sprachgelehrten dann otto in den meisten fächern eins so einen konnte man freilich gut brauchen wenn sich um eine durchschnittsnote handelte der konnte viele sünden anderer wieder gut machen maries heftchen zeigte die größte verschiedenheit in den noten wo die geschicklichkeit der hand in betracht kam und der praktische sinn da war sie vorzüglich in handarbeit schön schreiben zeichnen da tat sie sich hervor aber bei der rein geistigen arbeit war selten eine gute note zu sehen und von anne konnte man das auch nicht erwarten denn sie war von der natur ein wenig verkürzt das lernen fiel ihr schwer ohne maries hilfe wäre sie wohl nicht mit ihrer klasse fortgekommen aber die lehrer und lehrerinnen hatten sich längst darein gefunden bei diesen zwillingsschwestern das gemeinsame arbeiten zu gestatten und die marianne als ein ganzes zu betrachten so schlugen sie sich schlecht und recht miteinander durch und unter annes noten glänzten doch immer zwei einsa durch alle schuljahre hindurch im singen und im betragen bis jetzt hatte herr pfäffling noch nichts neues oder besonderes entdecken können nun hielt er frieders zeugnis in der hand und staunte was für gute noten hatte sich der kleine kerl erworben fast in jedem fach besser als früher und in einer bemerkung des lehrers waren seine fortschritte und sein fleiß besonders anerkannt wie kam das nur es musste wohl mit der harmonika zusammenhängen die im frühjahr alle gedanken alle freie zeit in anspruch genommen hatte herr pfäffling hatte seine freude daran und es kam ihm der gedanke seine kinder seien vielleicht doch nur durch bessere zeugnisse auf den einfall gekommen eine durchschnittsnote herauszurechnen wie viel heftchen hatte er schon gesehen fünf eins fehlte noch Wilhelms zeugnis wo war das denn ah hinter den büchern hatte es sich wohl zufällig verschoben er warf nur einen blick hinein und die ungewohnte form der zahl vier sprang ihm sofort ins auge also das war's mathematik vier das war stark herr pfäffling lief im zimmer hin und her wie konnte man nur eine so schlechte note heimbringen und wie feig sie so zu verstecken wie dumm zu meinen der vater ließe sich auf diese weise überlisten schlechtere noten konnte rudolf meyer auch nicht heimbringen er nahm das heftchen noch einmal in die hand im ganzen war das zeugnis etwas besser als die früheren also faulheit oder leicht sinn war es wohl nicht aber für die mathematik fehlte das verständnis eine weile war herr pfäffling auf und ab gegangen da hörte er jemand an seiner tür vorbeigehen und öffnete rasch um wilhelm zu rufen es war elschen als sie den vater sah sprang sie auf ihn zu sah ihm fragend ins gesicht und sagte dann betrübt vater du denkst gar nicht daran dass morgen weihnachten ist und sie schmiegte sich an ihn und folgte ihm in sein zimmer er zog sie freundlich an sich es ist wahr elschen ich habe nicht daran gedacht es ist gut dass du mich daran erinnerst die anderen denken auch nicht daran klagte die kleine sie reden immer nur von ihren zeugnissen und freuen sich gar nicht so sagte herr pfäffling und wurde nachdenklich am tag vor weihnachten freuen sie sich nicht nun dann schicke sie mir einmal alle sechs herüber ich will machen dass sie sich freuen wie der wind fuhr die kleine durch die zimmer und brachte ihre geschwister zusammen nun standen sie alle ein wenig ängstlich auf einem trüppchen dem vater gegenüber es fiel ihm auf wie sie sich so eng aneinander drückten aus diesem zusammenhalten war auch die durchschnittsnote hervorgegangen ihr haltet alle fest zusammen sagte er das ist ganz recht nur gegen mich dürft ihr euch nicht verbinden mit list und verschwiegenheit das hat ja keinen sinn gegen den feind verbündet man sich nicht gegen den freund habt ihr einen treueren freund als mich halte ich nicht immer zu euch wir gehören zusammen zwischen uns darf nichts treten auch kein vierer da löste sich die gruppe der geschwister und in der lebhaften warmen art die wilhelm von seinem vater geerbt hatte warf er sich diesem um den hals und sagte nein vater ich habe dir nichts verschweigen wollen nur weihnachten wollte ich abwarten damit es uns nicht verdorben wird du bist doch auch mit mir auf die polizei gegangen nein vor dir möchte ich nie etwas verheimlichen recht so wilhelm antwortete herr pfäffling was käme denn auch gutes dabei heraus es ist viel besser wenn ich alles erfahre denn dann kann ich euch helfen wie auch jetzt mit dieser schlechten note was machen wir dass sie das nächste mal besser ausfällt nachhilfestunden kann ich euch nicht geben lassen die sind unerschwinglich teuer mit meinen mathematischen kenntnissen ist es nicht weit her aber wie wäre es denn mit dir karl du bist ja ein guter mathematiker und hast das alles erst voriges jahr gelernt du könntest dich darum annehmen jede woche zwei richtige nachhilfestunden karl schien von diesem lehrauftrag nicht begeistert ich habe so wenig zeit wandte er ein das ist wahr aber du wirst auch keinen besseren rat wissen und den vierer müssen wir doch wegbringen nicht gibt einmal den kalender her von jetzt bis ostern streichen wir 25 oder meinetwegen auch nur 20 tage an für eine mathematikstunde fällt eine aus so muss sie am nächsten tage nachgeholt werden ich verlasse mich auf euch macht das nur recht geschickt dann werdet ihr sehen im osterzeugnis gibt es keinen vierer mehr die brüder suchten im kalender die geeigneten wochentage aus und ergaben sich in ihr schicksal lehrer und schüler zu sein so sagte herr pfäffling und jetzt fort mit den zeugnissen und fort mit den mathematikerinnerungen elzchen jetzt ist bei uns so schön wie in der sahara wo es keine schulen gibt wer freut sich auf weihnachten während des lauten lustigen antwortens das nun erklang und elzchens fröhlichem jauchzen ging leise die tür auf ein lockenköpfchen erschien und eine zarte stimme wurde vernommen ich habe schon dreimal geklopft herr pfäffling aber sie haben gar nicht herein gerufen es war fräulein vernagelding die zu ihrer letzten stunde kam noch immer hatte sie herrn pfäffling allein im musikzimmer getroffen als sie nun unerwartet die kinder um ihn herum sah machte sie große erstaunte augen und rief nein wie viele kinder sie haben aber noch ehe sie langsam diese worte gesprochen hatte waren sie alle sieben verschwunden und jetzt sind sie alle fort wie schnell alles bei ihnen geht herr pfäffling ich finde das reizend die fliehende schar suchte die mutter auf und fand sie in der küche als aber frau pfäffling die kinder kommen hörte ließ sie sie nicht ein machte nur einen spalt der tür auf und rief niemand darf hereinschauen und sie sah dabei so geheimnisvoll so verheißungsvoll aus dass das verbot mit lautem jubel aufgenommen wurde ja jetzt beherrschte die weihnachtsfreude das ganze haus und sogar aus dem musikzimmer ertönte nicht die tonleiter sondern stille nacht heilige nacht aber falsch wurde es gespielt oh so falsch fräulein sprach der gepeinigte musiklehrer sie greifen wieder nur so auf gut glück aber sie haben einmal kein glück sie müssen die noten spielen die da stehen ach herr pfäffling bat das fräulein schmeichelnd seien sie doch nicht so pedantisch das ist ja ein weihnachtslied dabei kommt es doch nicht so auf jeden ton an nach diesem grundsatz spielte sie fröhlich weiter und nun als der schlussakkord kommen sollte hörte sie plötzlich auf und sagte ich habe mir auch erlaubt ihnen eine kleine handarbeit zu machen zum täglichen gebrauch den schlussakkord fräulein bitte zuerst noch den akkord da sah sie ihren lehrer schelmisch an den letzten akkord spiele ich lieber nicht denn sie werden immer am meisten böse wenn der letzte ton falsch ist aber sie können ihn doch nicht einfach weglassen nicht das lied könnte doch auch nur um so ein kleines stückchen kürzer sein darauf wusste herr pfäffling nichts mehr zu sagen er nahm ein in rosarotes seidenpapier gewickeltes päckchen in empfang und sagte zuletzt zu fräulein vernagelding er wolle ihr nicht zumuten vor dem achten januar wieder zu kommen darüber hatte sie eine kindliche freude und diese freude 14 tage nichts mehr miteinander zu tun zu haben war wohl die einzige innere gemeinschaft zwischen dem musiklehrer und seiner schülerin in vergnügter ferienstimmung kam er in das wohnzimmer herüber er hielt noch in seiner rechten das eine ende des bunt gestrickten streifens das über einen meter lang herunterhing da seht was ich erhalten habe sagte er was soll es denn wohl sein zu einem handtuch ist doch gar zu schön kannst du es verwenden cäcilie da wurde es mit sachkenntnis betrachtet und als eine tastendecke für das klavier erkannt und das soll ich in täglichen gebrauch nehmen immer so ein tüchlein ausbreiten rief herr pfäffling erschreckt nein fräulein vernagelding das ist zu viel verlangt ich bitte dich cäcilie ich bitte dich nimm mir das ding da ab herr pfäffling hatte bis zum späten abend keine gelegenheit gefunden seine frau von dem gespräch mit herrn rudolf meyer senior zu erzählen nun waren die kinder zu bett gegangen karl allein saß noch mit den eltern am tisch und herr pfäffling berichtete getreulich die vorgänge im zentralhotel er stellte sich selbst dabei nicht in das beste licht aber auch herr pfäffling war der ansicht dass herr meyer den tadel seines sohnes wohl auch in milderer form übel genommen hätte es gibt so wenig menschen die sich unangenehmes sagen lassen meinte sie und wenige die es taktvoll anfassen sprach herr pfäffling und fügte lächelnd hinzu wo aber zwei solche zusammenkommen da gibt es leicht ein glückliches paar nicht wahr herr pfäffling wusste was ihr mann damit sagen wollte aber karl sah verständnislos drein du weißt nicht was wir meinen sagte der vater zu ihm soll ich es dir erzählen oder ist er noch zu jung dazu zezilie oh nein rief karl bitte erzähl es soll ich nun also wie die mutter noch ein junges mädchen war und dein großvater professor da kam ich als blutjunger musiklehrer in die kleine universitätsstadt und machte überall meine aufwartung um mich vorzustellen fast zuerst machte ich bei deinem großvater besuch es war regenwetter und ich trug einen langen braunen überrock und hatte den regenschirm bei mir du musst auch sagen was für einen schirm fiel frau pfäffling ein einen dicken baumwollenen grünen so ein rechtes familiendach wie man sie jetzt gar nicht mehr sieht mit diesem überrock und diesem schirm trat dein vater in unser hübsches mit teppichen belegtes empfangszimmer und er behielt den schirm auch fest in der hand als mein vater ihn aufforderte platz zu nehmen meine mutter war nicht zu hause so war ich an ihrer stelle und mir die ich noch ein junges unerfahrenes mädel war kam das so furchtbar drollig vor dass ich alle mühe hatte mein lachen zu unterdrücken ja sagte herr pfäffling du hast es auch nicht verbergen können sondern hast mich fortwährend mit strahlender heiterkeit angesehen und um deine mundwinkel hat es immerwährend gezuckt ich aber hatte keine ahnung was die ursache war dein vater verwickelte mich gleich in ein gelehrtes gespräch und wenn ich dazwischen hinein einen blick auf dich warf so kam es mir verwunderlich vor wie du dabei die heiterkeit selbst warst aber nun pass auf karl nun kommt das großartige als ich wieder aufstand äußerte ich dass ich im nebenhaus bei professor lenz besuch machen wollte ja sagte frau pfäffling und ich wusste dass lenzen zwei töchter hatten so kleinlich lieblos und spöttisch dass jeder mann sie fürchtete und ich dachte bei mir wenn der junge mann im überrock und mit dem schirm in der hand bei professor lenz in das gesellschaftszimmer tritt so wird er zum gespött für den ganzen kreis da dauerte er mich und ich sagte mir ich sollte ihn aufmerksam machen doch war ich schüchtern und ungeschickt du hast mich auch bis an die tür gehen lassen rief herr pfäffling ein ich hatte schon die klinke in der hand da riefst du mich an wurdest dunkelrot dabei und sagtest herr pfäffling wollen sie nicht lieber ihren überrock und schirm ablegen ich verstand nicht gleich was du meintest wollte dir doch zu willen sein und machte anstalt meinen überrock auszuziehen da war es aus mit deiner fassung du lachtest laut und riefst ich meine nicht wenn sie gehen sondern wenn sie kommen dein vater aber wies dich zurecht mit einem strengen wort und setzte mir höflich auseinander dass es allerdings gebräuchlich sei im vorplatz abzulegen du aber warst noch immer im kampf mit der lachlust ja sagte frau pfäffling so lange bist du freundlich und ohne jede empfindlichkeit zu mir sagtest lachen sie immerhin über den rüpel sie haben es doch gut mit ihm gemeint sonst hätten sie ihm das nicht gesagt da verging mir das lachen weil die achtung kam ja karl so haben sich deine eltern kennengelernt schloss herr pfäffling ende von kapitel 7 kapitel 8 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 8 endlich weihnachten gibt es ein schöneres erwachen als das erwachen mit dem gedanken heute ist weihnachten die jungen pfäfflinger kannten kein schöneres und an keinem anderen kalten dunklen dezember morgen schlüpften sie so leicht und gern aus den warmen betten als an diesem und nie waren sie so diensteifrig und hilfsbereit wie an diesem vormittag man musste doch der mutter helfen aus leibes kräften damit sie ganz gewiss bis heute abend um sechs uhr mit der bescherung fertig wurde an gewöhnlichen tagen schob gerne eins der kinder dem anderen die pflicht zu aufzumachen wenn geklingelt wurde heute liefen immer einige um die wette wenn die glocke ertönte denn an weihnachten konnte wohl etwas besonderes erwartet werden so zum beispiel das paket das noch jedes jahr von der treuen großmutter wedekind angekommen war und durch das viele herzenswünsche befriedigt wurden zu deren erfüllung die kasse der eltern nie gereicht hätte zunächst aber kam nicht jemand der etwas bringen sondern jemand der etwas holen wollte es war die schmidtmeierin eine arbeitersfrau aus dem nebenhaus die manchmal beim waschen und putzen half und für die allerlei zurechtgelegt war sie brachte ihre zwei kinder mit aber damit war frau pfäffling nicht einverstanden mariane sagte sie führt ihr die kleinen in euer stübchen und spielt ein wenig mit ihnen bis ich sie wiederhole als die kinder weg waren sagte frau pfäffling sie hätten die kinder nicht bringen sollen sonst sehen sie ja gleich was sie bekommen hat walburg ihnen nicht gesagt dass wir einen puppenwagen und allerlei spielzeug für sie haben ach entgegnete die frau darauf kommt es bei uns nicht an die kinder nehmen es wenn sie es kriegen und wenn man ihnen je etwas verstecken will sie kommen doch dahinter und dann betteln sie und lassen einem keine ruhe bis man ihnen den willen tut bis weihnachten kommt ist auch schon meist alles aufgegessen während was man etwa gutes für sie bekommen hat ich weiß wohl dass es anders ist bei reichen leuten aber bei uns war es noch kein jahr schön am heiligen abend wir sind auch keine reichen leute frau schmidtmeier aber wenn ich auch noch ärmer wäre das weiß ich doch ganz gewiss dass ich meinen kindern einen schönen heiligen abend machen würde meine kinder bekommen auch nicht viel das können sie sich denken bei sieben aber weil keines vorher ein stückchen sieht so ist dann die überraschung groß glauben sie dass irgend eines von uns einen lebkuchen oder sonst etwas von dem weihnachtsgebäck versuchen würde vor dem heiligen abend das käme uns ganz unrecht vor und wenn der christbaum geputzt wird darf keines von den kindern hereinschauen erst wenn er angezündet ist und alles hergerichtet rufen wir sie herbei mein mann und ich und dann sind sie so überrascht dass sie strahlen und jubeln vor freude wenn auch gar keine großen geschenke da liegen bei ihnen ist das eben anders frau pfäffling mein mann hat keinen sinn für so etwas und will kein geld ausgeben für weihnachten haben sie denn kein bäumchen kaufen dürfen fragte frau pfäffling das schon sagte die frau er hat selbst eins heim gebracht und lichter dazu nun sehen sie was braucht es denn da weiter ein sauberes tuch auf den tisch gebreitet und die kleinen sachen darauf gelegt die ich ihnen hier zusammen gerichtet habe das wäre schon genug für die kinder aber ich denke mir dass sie noch von anderen familien denen sie aushelfen etwas bekommen oder nicht frau hartwig hat mir gesagt ich solle nachher zu ihr hereinkommen sie habe etwas für mich und die kinder so lange lassen sie die kinder bei uns und in einem anderen jahr tragen sie alles heimlich nach hause dann wird bei ihnen der jubel gerade so groß wie im reichsten haus und ihr mann wird sich dann auch schon daran freuen es ist wahr sagte die schmidtmeierin er hat am vorigen sonntag gezankt weil ich den kindern die neuen winterkleider die sie von der schulschwester bekommen haben vor weihnachten angezogen habe aber sie haben so lange gebettelt und nicht geruht bis ich ihnen den willen getan habe aber frau schmidtmeier da würde ich doch lieber tun was der mann will als was die kinder verlangen und erbetteln was wäre das jetzt für eine freude wenn die kleidchen noch neu auf dem tisch lägen so würde mein mann auch den sinn für weihnachten verlieren das müssen sie mir versprechen dass sie meine sachen und die von frau hartwig und was etwa sonst noch kommt verstecken und dann eine schöne bescherung halten wo können denn ihre kinder bleiben solange sie herrichten ist es zu kalt in der kammer kalt ist es aber ich stecke sie eben ins bett so lange sagte die frau ja das tun sie und noch etwas können die kinder nicht unterm christbaum dem vater ein weihnachtslied her sagen aus der kinderschule das gehört auch zur rechten feier und wenn sie noch von ihrem waschlohn ein paar pfennige übrig hätten dann sollten sie für den mann noch einen kalender kaufen oder was ihn sonst freut und dann erzählen sie mir frau schmidtmeier ob er wirklich keine freude gehabt hat am heiligen abend und ob es nicht schön bei ihnen war ich mache es wie sie sagen frau pfäffling und ich danke für die vielen sachen die sie mir zusammen gerichtet haben es ist recht frau schmidtmeier aber glauben sie mir es nur die sachen allein und wenn es noch viel mehr wären machen kein schönes fest das können nur sie machen für ihre familie fremde leute können die weihnachtsfreude nicht ins haus bringen das muss die mutter tun und die reichen können die armen nicht glücklich machen wenn die nicht selbst wollen frau pfäffling hielt die fremden kinder noch eine gute weile zurück als diese endlich heim kamen waren alle schätze im schrank verborgen und der schlüssel abgezogen da sich aber die kinder schon darauf gefreut hatten fingen sie an darum zu betteln und schließlich laut zu heulen damit setzten sie gewöhnlich bei der mutter ihren willen durch heute aber nicht brüllt nur recht laut sagte frau schmidtmeier damit man es im nebenhaus hört nichts gutes gibt's heute nichts schönes erst am abend wenn ihr dem vater eure lieder aufsagt bei pfäfflings ist es auch so da ergaben sich die kinder frau pfäffling und walburg hatten noch alle hände voll zu tun mit vorbereitungen auf das fest aber die arbeit geschah in fröhlicher stimmung man muss sich seine feiertage verdienen sagte frau pfäffling und rief die kinder zur hilfe die buben so gut wie die mädchen oben auf dem boden hängen noch die strümpfe von der letzten wäsche sagte sie die sollten noch abgezogen werden das könnt ihr buben besorgen wilhelm und otto sprangen die treppe hinauf auf dem freien bodenraum war ein seil gespannt an dem eine ungezählte menge pfäfflingscher strümpfe hing walburg war eine große person und pflegte das seil hoch zu spannen die kinder konnten die hölzernen klammern nicht erreichen mit denen die strümpfe angeklemmt waren einen stuhl holen und hinaufsteigen schlug otto vor aber wilhelm fand das unnötig hochspringen und bei jedem sprung eine klammer wegnehmen so war es lustiger er versuchte das kunststück und brachte es fertig otto gelang es nicht auf den ersten sprung und ein trampeln und stampfen gab es von allen beiden sie merkten nicht dass die tür von frau hartwigs bodenkammer offen stand und die hausfrau die eben ihren christbaumhalter hervorsuchte ganz erschrocken über den plötzlichen lärm herauskam und rief was treibt ihr denn da oben kinder wir nehmen bloß die strümpfe ab sagte otto so tut man es doch nicht wenn man die strümpfe abzieht entgegnete frau hartwig wir müssen eben danach springen rief wilhelm sehen sie so machen wir das und mit einem hochsprung hatte er wieder eine klammer glücklich erfasst der strumpf fiel herunter aber kinder so fallen sie ja alle auf den boden sagte die hausfrau es sind ja nur strümpfe entgegnete wilhelm die sind schon vorher grau und schwarz denen schadet das nichts eine weile stand frau hartwig dabei und machte sich ihre gedanken welche arbeit für so viele füße sorgen zu müssen fast alle strümpfe schienen zerrissen und welche körbe voll flickwäsche mochten sonst noch da unten stehen und auf die hände der vielbeschäftigten hausfrau warten die doch kein geld ausgeben konnte für flickerinnen ob es nicht christen pflicht wäre da ein wenig zu helfen es dauerte gar nicht lange da kamen die brüder mit dem bescheid herunter die meisten strümpfe seien noch zu feucht die hausfrau meine sie müssten noch hängen bleiben frau pfäffling achtete im drang der arbeit kaum darauf und dachte nicht dass frau hartwig kurz entschlossen den ganzen schatz pfäfflingscher strümpfe heruntergenommen hatte und ihnen nun mit trockenen und bügeln viel mehr ehre erwies als diese sonst erfuhren dann stapelte sie den vorrat auf legte sich das nötigste zum ausbessern zurecht und sagte sich das gibt auch eine weihnachtsüberraschung und wird nach jesu sinn keine feiertags entheiligung sein inzwischen war es mittag geworden heute gab es bei pfäfflings ein kerkliches essen mit wassersuppe fing es an und die mutter redete den kindern zu haltet euch nur recht an die suppe es kommt nicht viel nach warum denn nicht fragte elschen bedenklich die antwort kam von vielen seiten zugleich weil weihnachten ist weißt du das noch nicht vor dem heiligen abend gibt es nie etwas ordentliches zu essen die walburg hat auch keine zeit zu kochen ja sagte frau pfäffling und selbst wenn sie zeit hätte heute mittag müsste das essen doch knapp sein damit man sich recht freut auf die lebkuchen und den ganzbraten den es morgen gibt walburg brachte noch gewärmte reste vom gestrigen tag herein und als diese alle verteilt waren sagte herr pfäffling wer noch hunger hat kann noch brot haben und darf dabei an ein großes stück braten denken und nun sagte die mutter hinaus aus dem wohnzimmer wenn ihr wieder herein dürft dann ist weihnachten die ganze schar stob jubelnd davon wenn man nicht mehr ins zimmer herein durfte ja dann wurde es ernst die eltern standen beisammen und putzten den baum frieders baum die kleinen schäden die er auf seinen vielen wanderungen erlitten hatte wurden sorgfältig verdeckt und bald stand er in seinem vollen schmuck da mit goldenen nüssen und rotbackigen äpfeln mit bunten lichtern und oben auf der spitze schwebte ein kleiner posaunenengel es gab in anderen häusern feiner geschmückte tannenbäume mit winterschnee und eiszapfen es gab auch solche die mit bunten ketten und kugeln mit papierblumen und flittergold so überladen waren daß das grün des baumes kaum mehr zur geltung kam pfäfflingsbaum hatte von alledem nichts er war noch ebenso wie in großvater pfäffling und großmutter wedekind vor 30 jahren ihren kindern geschmückt hatten und weil ihre seligsten kindheitserinnerungen damit verbunden waren mochten sie nichts daran ändern mit der krippe die unter dem baum aufgestellt wurde war es anders die feinen wachsfiguren die tiere die dazu gehörten standen nicht jedes jahr gleich nach den bildern die uns schon die alten deutschen künstler gezeichnet haben und in denen unsere maler uns auch jetzt noch die heilige nacht darstellen nach diesen verschiedenen bildern wurden die krippen figuren in jedem jahr wieder anders aufgestellt das war herr pfäfflings anteil an dem herrichten des weihnachtszimmers wenn aber die tische gestellt waren und wenn die mühsame arbeit des einräumens von puppenzimmer küche und kaufladen begann dann verschwand der herr des hauses aus dem gebiet und übernahm die aufsicht über die mutterlose kinderschar damit sie nicht in ungeduld und langeweile auf allerlei unarten verfiel gegen vier uhr als es dunkelte zogen sie zusammen fort nach der kirche in der jedes jahr um diese zeit ein gottesdienst gehalten wurde so kurz und doch so feierlich wie kein anderer im jahr ein weihnachtslied das weihnachtsevangelium und ein paar worte nur wie ein warmer segenswunsch des geistlichen es war genug um in den herzen der jungen und alten zuhörer die rechte weihnachtsstimmung zu erwecken frau pfäffling hörte ihre schar heimkommen sie sah ein wenig aus dem weihnachtszimmer und schob etwas durch den türspalt es war eine handvoll backwerk das etwas schaden gelitten hatte durch die verpackung da ist etwas zum versuchen sagte sie das ist zerbrochen aus der großmutter paket gekommen teilt euch da rein und dann zieht frische schürzen an und sagt auch wallburg dass sie sich bereit macht nun wird bald alles fertig sein der mutter angesicht leuchtete verheißungsvoll es rief auf allen kindergesichtern das gleiche strahlen hervor her pfäffling war bei seiner frau er half bei den letzten vorbereitungen jetzt wären wir also so weit sagte er können wir den baum anzünden wenn du einen kleinen augenblick warten wolltest erwiderte sie ich bin so müde und möchte nur ein ganz klein wenig ausruhen um für den großen jubel kraft zu sammeln freilich freilich sagte herr pfäffling die kinder können sich wohl noch eine viertelstunde gedulden setz dich hierher ruhe ein wenig aus und schließe die augen oh das tut gut antwortete sie und lehnte sich still zurück aber nur drei minuten dann stand sie wieder auf nun bin ich schon wieder frisch und jetzt kann ich doch nicht ruhen ich spüre die siebenfache unruhe die klopfenden herzen der kinder da draußen wir wollen anzünden bald strahlten die lichte an dem baum die großen kerzen in den silbernen leuchtern die die tische erhellten und die kleinen lichtchen in puppenstube und küche und nun ein glockenzeichen und die tür weit auf sie drängten alle herein die kinder und walburg hinter ihnen dem christbaum gelten die ersten ausrufe der bewunderung solange er die blicke fesselt ist noch eine weihevolle stimmung ein staunen und seliges widerstrahlen dann wenden sich die augen der bescherung zu nun geht die beschauliche freude über immer jubelnder wird das kinderglück war denn so herrliches auf dem gabentisch viel kostbares war nicht dabei aber es war alles überraschend und jedes kleine geschenk war sinnig auf den empfänger berechnet und manches erhielt durch einen kleinen vers den der vater dazu gemacht hatte noch einen besonderen reiz wenn eines der kinder nach den eltern aufblickte sah es liebe und güte wenn es einem der geschwister ins gesicht sah so glänzte dies in glück und freude über allem lag der duft des tannenbaumes ja die fülle des glückes bringt der weihnachtsabend frau pfäffling berührte ihren mann und sagte leise sieh dort den frieder an dem plätzchen des großen tisches das ihm angewiesen war stand schon eine ganze weile frieder unbeweglich und sah mit staunenden zweifelnden augen auf das was da vor ihm lag eine geige und nun nahm er den kleinen streifen papier der daran gebunden war und las das verslein fiedeln darfst du kleiner mann vater will dir's zeigen aber merk's und denk daran immerfort zu geigen tut nicht gut und darf nicht sein halte fest die ordnung ein eine stund am tag auch zwei doch nicht mehr es bleibt dabei mutter rief jetzt frieder mutter hast du es schon gesehen er drängte sich zu ihr und zog sie an seinen platz und fragte darf ich ein wenig spielen und er nahm die kleine geige und da die geschwister ihm nicht viel platz ließen drückte er sich hinter den christbaum und fing ganz sachte an leise über die seiten zu streichen und zarte töne hervor zu locken und er sah und hörte nichts mehr von dem was um ihn vor ging und er mühte sich denn er wollte reine töne dieser kleine pfäffling die eltern sahen sich mit glücklichem lächeln an dies weihnachten vergisst er nicht in seinem leben sagte frau pfäffling ja erwiderte ihr mann und um diesen kleinen schüler braucht mir wohl nicht bange zu sein vater hast du gesehen riefen nun wieder zwei stimmen was ist marianne ein päckchen feinste glas sehandschuhe hat uns fräulein vernagelding geschickt was euch kindern was tut ihr denn damit wir ziehen sie an vater viele kinder in unserer schule haben welche nun wenn nur ich sie nicht tragen muss es gab jetzt ein großes durcheinander denn die brüder schnallten ihre neuen schlittschuhe an liefen damit hin und her fielen auch gelegentlich auf den boden im unteren stock erzitterte die hängelampe man könnte meinen es sei ein erdbeben die da droben sind heute ganz außer rand und band sagte herr hartwig zu seiner frau weihnachtsabend erwiderte sie und das eine wort beschwichtigte den hausherrn auch hörte das getrampel der kinderfüße plötzlich auf es wurde ganz still im haus nur eine einzelne stimme drang bis in den unteren stock otto trug ein gedicht vor nacheinander kamen nun all die kleinen überraschungen für die eltern an die reihe zu denen sich an jenem adventssonntag friede auf den balken die eingebung geholt hatte alles gelangt zur freude der eltern zum stolz unserer sieben in der küche stand walburg und sorgte für das abendessen auch für sie war ein platz unter dem christbaum sie war freundlich bedacht worden aber die freude und innere bewegung die sich jetzt auf ihren großen ernsten zügen malte hatte einen anderen grund schon seit heute morgen bewegte sie etwas in ihrem herzen das sie gern besprochen hätte aber es hatte sich kein ruhiges viertelstündchen finden lassen wenn jetzt frau pfäffling heraus käme hätte sie vielleicht einen augenblick zeit für sie aber sie würde wohl schwerlich kommen während walburg sich danach sehnte war frau pfäffling ganz von ihren kindern in anspruch genommen aber einmal als ihr blick zufällig auf walburgs geschenke fiel die noch auf dem tisch lagen dachte sie an das mädchen warum war es wohl gar so kurz im weihnachtszimmer geblieben es war noch nicht zeit das abendessen zu bereiten warum verweilte sie nicht lieber unter den glücklichen kindern statt einsam in der kalten küche zu stehen frau pfäffling ging hinaus um nach walburg zu sehen die mutter wurde zuerst nicht vermisst es gab ja so viel anzusehen und zu zeigen und der vater war ja da aber allmählich ging von mund zu mund die frage wo ist denn die mutter pfäffling schickte frieder hinaus er kam zurück mit dem bescheid die küchentür sei ganz fest zu und walburg rede so viel mit der mutter wie sonst nie dann lass sie nur ungestört sagte der vater wenn walburg einmal redet muss man froh sein frau pfäffling brachte aus der küche einen warmen sonnigen ausdruck mit herein die kinder zogen sie an ihren tisch heran aber im vorbeigehen drückte sie unvermerkt ihrem mann die hand und sagte leise ich erzähle dir später als walburg das abendessen auftrug wechselten sie einen vielsagenden blick und marie sagte unserer walburg sieht man so gut an dass heute weihnachten ist an diesem abend waren die kinder gar nicht zu bett zu bringen sie wollten sich nicht trennen von der bescherung es wurde spät bis endlich herr pfäffling mit seiner frau allein war du wirst nun auch der ruhe bedürftig sein sagte er ja aber eines muss ich dir noch erzählen was mir walburg anvertraut hat sie erhielt heute einen brief von einer alten frau aus ihrem heimatdorf die schreibt in schlichten worten dass vor einem jahr ihr sohn witwer geworden sei und mit seinen drei kindern und dem kleinen bauern gut hilflos dastehen er müsse wieder eine frau haben und weil er walburg von klein an kenne möchte er am liebsten sie haben er wisse wohl dass sie nicht gut höre aber das mache weiter nicht viel wenn sie einverstanden sei möge sie an den feiertagen einmal herausfahren dass man die verlobung feiern könne und die hochzeit festsetze der sohn hat dann noch an den brief seiner mutter unten hingeschrieben die reisekosten wolle er zur hälfte bezahlen walburg kennt den mann gut denn sie waren nachbars leute und sie ist entschlossen ja zu sagen ich kann dir gar nicht sagen wie mich das freut für walburg das ist freilich ein unerhofftes glück aber wird sie denn einem haushalt vorstehen können bei ihrer taubheit wenn ihr die alte mutter zur seite steht wird sie schon zurecht kommen ein schweres kreuz bleibt es freilich für sie aber ich finde es rührend dass der mann es auf sich nehmen will um ihre anderen guten eigenschaften willen übrigens sagt walburg sie verstehe die leute da draußen viel besser weil sie ihre mundart reden das kann wohl etwas ausmachen und mich freut es für die treue person wenn auch nicht für uns aber wir werden auch wieder einen ersatz finden nicht so leicht doch daran denke ich heute gar nicht am zweiten feiertag möchte sie hinausfahren auf ihr dorf vorher wollen wir mit den kindern noch nicht davon sprechen sondern ihnen erst wenn walburg zurückkommt sagen dass sie braut ist während unten so von ihr gesprochen wurde war auch walburg oben in ihrer kammer noch tätig sie hatte zuerst in diesem ihrem eigenen kleinen reich noch einmal ihren brief gelesen und nun kniete sie vor der hölzernen truhe in der ihre habseligkeiten säuberlich und sorgsam geordnet lagen sie hatte schon seit jahren die bauerntracht nicht mehr getragen die in ihrem dorf gebräuchlich war jetzt wollte sie sie hervorsuchen sie sollte ja wieder zu den landleuten da draußen gehören der rock und das schwarze mida das häubchen und die breite blauseidene schürze das alles lag beisammen und sollte nun wieder zu ehren kommen am zweiten weihnachtstag frühmorgens noch ehe es tagte reiste sie in ihrem ländlichen staat in ihrer heimat erst wenn walburg fehlte merkte man wie viel sie im haus leistete es war gar kein fertig werden ohne sie und nun gar an solchen feiertagen wenn frau pfäffling drei ihrer kinder dazu gebracht hatte schön aufzuräumen so hatten inzwischen vier andere wieder unordnung gemacht und auf dem großen weihnachtstisch nahm der kampf gegen die nussschalen und apfelbutzen kein ende dazu kam der kinderlärm die schlittschuhe lagen bereit aber das eis wollte sich bei der geringen kälte nicht bilden und frau pfäffling hatte doch so viel feiertagsruhe davon erhofft so lockte nichts die kinder ins freie sie trieben sich alle sieben lachen spielend oder streitend herum und machten der mutter warm bis sie das mittagessen bereitet und auf den tisch gebracht hatte war sie fast zu müde um selbst davon zu nehmen da sah herr pfäffling nach den wolken am himmel erklärte das wetter helle sich auf und er wolle einen weiten marsch mit den großen kindern machen als eben beraten wurde ob marianne auch mittun könne kam eine schulfreundin und lud die beiden mädchen zu sich ein das war ein seltenes ereignis und wurde mit freuden aufgenommen so blieben nur die beiden kleinen übrig die begleiteten ein wenig traurig die großen hinunter kamen dann aber umso vergnügter wieder heraufgesprungen die hausfrau hatte sie eingeladen ihren christbaum anzusehen und bei ihr zu spielen so geschah es dass frau pfäffling an diesem nachmittag ganz allein war ihr mann die kinder ja sogar wallbock fort sodass nicht einmal aus der küche ein ton hereindrang wie wohl tat ihr die unverhoffte ruhe wie viel ließ sich auch an einem solch stillen nachmittag tun an das man sonst nicht kam es war schon ein genuss sich sagen zu dürfen was willst du tun meistens drängten sich die geschäfte von selbst auf und hätten schon fertig sein sollen ehe man daran ging eine weile ruhte sie in träumerischem sinnen und über dem wurde ihr klar was sie tun wollte mutter sagte sie leise vor sich hin mutter ich komme zu dir frau pfäfflings mutter lebte im fernen ostpreußen und seit vielen jahren hatten sich mutter und tochter nicht mehr gesehen die bald 80 jährige frau konnte nicht mehr und die junge frau konnte noch nicht die reise wagen die kinder brauchten sie noch gar zu notwendig daheim aber es war doch köstlich das treue mutterherz noch zu besitzen wenn auch in weiter ferne seit langer zeit hatte sie den ihrigen nur kurze eilig geschriebene briefe mit den nötigsten mitteilungen schicken können jetzt wollte sie sich aussprechen wie wenn sie endlich endlich wieder einmal bei der geliebten mutter wäre und es gab einen langen brief in dem die ganze liebe zur mutter sich aussprach ja in dem es fast wie heimweh klang aber das konnte doch nicht sein war frau pfäffling doch schon 18 jahre aus dem elternhaus es stand in dem brief viel von glück und dankbarkeit viel von des tages last und hetze und davon dass ihr mann und sie noch immer treulich an dem trauungsspruch festhielten einer trage des anderen last ihr brief war fertig geworden beim letzten schimmer des kurzen dezembertages jetzt als es dunkelte ging sie zum christbaum und zündete ein einziges lichtchen an das warf einen schwachen schein und große breite schatten von tannenzweigen zeichneten sich an der decke des zimmers ab es war eine feierliche stille am weihnachtsbaum und frau pfäffling sagte leise vor sich hin naht euch zu gott so naht er sich zu euch eine viertelstunde später mahnte die glocke daß wieder leben und bewegung einlaß begehre nun werden die kinder kommen sagte sich frau pfäffling sie fühlte sich wieder allen anforderungen gewachsen fröhlich ging sie hinaus und sprach zu sich selbst mein mann soll mich nicht so matt wiederfinden wie er mich verlassen hat sie ging ihm und den kindern zu öffnen sie waren es aber nicht die geklingelt hatten walburg stand vor der tür du kommst schon rief frau pfäffling erstaunt wir haben dich erst mit dem letzten zug erwartet so kann ich das abendessen machen entgegnete das mädchen kartoffeln zusetzen ja aber das ist mir jetzt nicht das wichtigste sage mir doch erst wie alles gegangen ist und da walburg zögerte fügte sie hinzu ich bin ganz allein zu hause und nun antwortete walburg er hat sich's nicht so arg gedacht er meint für die kinder wäre doch eine besser die hört ohne ein weiteres wort wandte sie sich um und ging die treppe hinauf in ihre kammer sie wollte den bräutlichen putz ablegen sorgsam faltete sie die blauseidene schürze versenkte sie in die truhe und legte den brief dazu der sie zwei tage lang glücklich gemacht hatte dann schlüpfte sie in ihre alltäglichen kleider setzte sich auf die alte truhe und sah mit traurigen aber tränenlosen augen auf die kahlen wände ihrer kammer es war so kalt und totenstill da oben es war so öde und leer in ihrem herzen da ging die tür auf frau pfäffling kam herein und stand unvermutet neben dem mädchen das ihren schritt nicht gehört hatte walburg du tust mir so leid sagte sie und ihre augen waren nicht tränenleer walburg aber beherrschte ihre bewegung und erwiderte in ihrer ruhigen art draußen habe ich selbst erst gemerkt wie schlimm es mit mir geworden ist ich habe kein wort verstanden sie haben mir es auf die tafel schreiben müssen und die kinder haben gelacht so wird er wohl recht haben er war freundlich mit mir bis zuletzt das reisegeld hat er mir zu zwei dritteln bezahlt und die alte hat mir noch kuchenbrot mitgegeben sonst wäre alles recht gewesen nur gerade eben die taubheit und sie sagen auch ich könnte gar nicht mehr so reden wie sich's gehört ich weiß nicht wie das zugeht sie verstehe ich doch auch ohne tafel und rede ich denn nicht wie früher wir verstehen uns und darum ist es am besten wir bleiben zusammen uns ist es lieb dass du uns nicht verlässt walburg uns hast du so gefehlt da wich der starre traurige zug aus walburgs gesicht und sie sah voll liebe und dankbarkeit auf zu der frau die sich so bemühte ihr der tauben etwas trostreiches zu gehör zu bringen worte des dankes fand sie freilich nicht aber mit taten wollte sie danken eilfertig griff sie nach ihrer hausschürze band sie um und sagte wenn der herr heimkommt und das essen nicht gerichtet ist frau pfäffling sagte an diesem abend zu ihren kindern walburg ist so traurig aus ihrer heimat zurückgekehrt sie hat weder eltern noch geschwister mehr draußen wir wollen uns mühe geben dass sie sich bei uns recht heimisch fühlt ich gehe mit meiner geige zu ihr sagte frida den geigenton hört sie da warnte herr pfäffling mit dem finger und sagte nach dem abendessen noch geigen wie heißt dein vers eine stunde am tag auch zwei doch nicht mehr es bleibt dabei aber frida konnte nachweisen dass er heute noch nicht zwei stunden gespielt hatte ging hinaus in die küche und machte mit denselben geigen übungen die sonst die zuhörer in verzweiflung bringen dem traurigen mädchen das herz leichter denn es erkannte die anhänglichkeit des kindes und in die tiefe vereinsamung die ihr die taubheit auferlegte drang der ton der seiten zu ihr als eine verbindung mit den mitmenschen kapitel 9 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 9 bei grimmiger kälte das neujahrsfest brachte grimmige kälte brachte eis mehr als zum schlittschuhlaufen nötig gewesen wäre schon beim erwachen empfand man die menschenfeindliche luftströmung und es gehörte heldenmut dazu aus den warmen betten zu schlüpfen in in pfäfflings kalten schlafzimmern war das waschwasser eingefroren und man mußte erst die eisdecke einschlagen ehe man es benutzen konnte als die familie sich mit neujahrswünschen am frühstückstisch zusammenfand galt herrn pfäfflings erster blick dem thermometer vor dem fenster und er mußte das quecksel bei ungewohnter tiefe suchen zwanzig grad kälte verkündete er kinder das habt ihr noch nie erlebt und walburgs neujahrsgruß lautete die wasserleitung ist über nacht eingefroren die straßen waren ungewöhnlich still wer nicht hinaus mußte blieb daheim am warmen ofen und wer wie die briefträger am neujahrstag ganz besonders viel durch die kalten straßen laufen und vor den häusern stehend warten mußte bis die türen geöffnet wurden der hörte manches teilnehmende wort frau hartwig brachte ihnen bei jedem gang eine tasse warmen kaffee entgegen auch die familie pfäffling hatte ihr päckchen glückwunschkarten und briefe erhalten und unter diesen briefen war einer der mehr als glückwünsche enthielt es war die antwort auf frau pfäfflings weihnachtsbrief und er brachte ihr eine warme dringende einladung sich zum 80 geburtstag ihrer mutter der im februar gefeiert werden sollte einzufinden damit nach langen jahren der trennung auch einmal wieder die drei geschwister mit der mutter in der alten heimat vereinigt wären so viel liebe und anhänglichkeit sprach aus den briefen von frau pfäfflings bruder und schwester denen ein eigenhändiger mit zitternder hand geschriebener gruß der alten mutter beigesetzt war dass frau pfäffling tief bewegt war und zu ihrem manne wehmütig sagte ach wenn es doch nur möglich wäre aber es ist ja gar nicht daran zu denken so weit fort und ein paar wochen denn für einige tage würde sich die große reise gar nicht lohnen es kam ganz selten vor dass frau pfäffling für sich einen wunsch äußerte und so war es nur natürlich dass es der ganzen familie eindruck machte wenn es doch einmal geschah geht es denn wirklich nicht vater fragte karl so ganz unmöglich kommt mir die sache nicht vor antwortete herr pfäffling indem er sich an seine frau wandte jetzt wo die kinder groß sind und walburg so zuverlässig ist frau pfäffling wollte etwas entgegnen aber der ganze kinderkor stimmte dem vater zu wollte keine schwierigkeiten gelten lassen und versicherte es sollte in abwesenheit der mutter alles so ordentlich zugehen wie wenn sie da wäre aber frau pfäffling schüttelte ungläubig den kopf und brachte die beratung ab indem sie sagte bei einer solchen kälte mag man gar nicht an einer reise denken wir wollen sehen was der januar bringt zunächst brachte er den abschluss der ferienzeit die schulen begannen wieder so warm wie möglich eingepackt machten sich die kinder auf den weg freilich die drei großen brüder besaßen zusammen nur zwei wintermäntel bisher waren sie auch immer gut damit ausgekommen heute hätte jeder gerne einen gehabt otto hatte sich einen gesichert indem er ihn schon vor dem frühstück angezogen hatte nun standen karl und wilhelm vor dem der noch übrig war dich wird's nicht so arg frieren wie mich sagte wilhelm zum größeren bruder und karl obwohl er nicht recht wusste warum es ihn nicht so frieren sollte war schon im begriff auf den mantel zu verzichten als otto sich einmischte lass doch karl den mantel in den oberen klassen hat jeder einen und es sieht so dumm aus wenn er allein keinen hat dumm sagte herr pfäffling es sieht eben aus als seien keine großen gelder da mit denen man ungezählte mäntel beschaffen könnte so ist und deshalb darf es auch so aussehen übrigens länger als 15 minuten braucht ihr nicht zum schulweg ist das auch der rede wert wenn man eine viertelstunde frieren muss seid ihr so zimperlich ich nicht rief wilhelm ich brauche nur zwölf minuten er ließ den mantel fahren und rannte davon elzchen war diesmal nicht so unglücklich wie früher über den schulanfang sie nahm die schultasche her die sie zu weihnachten bekommen hatte packte die tafel aus fing an zu schreiben was sie von buchstaben kannte und tröstete sich mit der aussicht dass nach den osterferien auch sie mit den großen den schulweg einschlagen würde sowohl es frau pfäffling tat wenn ihre kinder nach einer solchen ferienzeit wieder zum ersten mal in die schule gingen so freute sie sich doch auf das erste heimkommen denn sie wusste aus erfahrung dass man und kinder angeregt von irgendwelchen neuen mitteilungen erfüllt zurückkommen würden umso mehr war sie überrascht dass marianne diesmal weinend nach hause kam die beiden mädchen obgleich sie gut mit wintermänteln versehen waren weinten vor kälte und die fingerspitzen wurden in der wärme nur noch schmerzhafter so dass sie noch klagend im zimmer herumtrippelten als die familie sich zu tisch setzen wollte habt ihr denn eure winterhandschuhe nicht angehabt fragte frau pfäffling da kam ein kleinlautes nein heraus und das geständnis dass man sich den mitschülerinnen mit den neuen knapp anschließenden glacehandschuhen habe zeigen wollen die fräulein vernagelding zu weihnachten geschenkt hatte nun wurden die armen frierenden noch von den brüdern ausgelacht so du lachst auch mit otto sagte frau pfäffling wenn du keine glacehandschuhe trägst so kommt es gewiss nur daher dass du keine hast aber kinder wer von euch eitel ist der hat nichts vom vater und ist gar kein rechter pfäffling und das wollt ihr doch alle sein nun kommt ihr erfrorenen jetzt gibt es warme suppe elschen und ich wir haben uns so gefreut bis ihr alle heimkommt und von der schule erzählt kommt wir wollen beten herr wie schon vor tausend jahren unsere väter eifrig waren dich als gast zu tische bitten so verlanget uns noch heute daß du teilest unsere freude komm o herr in unsere mitte bei tisch kamen nun wie frau pfäffling erwartet hatte allerlei mitteilungen über weihnachten hatte man sich ganz in der familie vergraben jetzt durch die berührung mit der außenwelt erfuhr man wieder was vor sich ging herr pfäffling hatte vom direktor der musikschule etwas gehört was ihn ganz erfüllte ein künstlerkonzert ersten ranges sollte in diesem monat stattfinden ein künstlerpaar das vor jahren schon die stadt besucht und alle musikfreunde hingerissen hatte die frau durch ihren herrlichen gesang der mann durch meisterhaftes klavierspiel wollte auf einer reise durch die großen städte europas sich hören lassen und zwar nahm an dieser konzertreise zum ersten mal auch der kleine sohn des künstlerpaares als geigenspieler anteil und die zeitungen waren voll von überschwänglichen schilderungen des rührenden eindrucks den das feine geigenspiel des wunderbar begabten knaben machte freilich waren die preise für diesen kunstgenuß so hoch gestellt daß unser musiklehrer nicht daran gedacht hatte sich ein solch kostbares vergnügen zu gönnen aber das konzert sollte im saal der musikschule gegeben werden und in solchem falle war es üblich daß die hauptlehrer der anstalt freikarten erhielten so gab er sich schon jetzt der freude auf diesen großen kunstgenuß hin umkreiste vergnügt den tisch blieb dann hinter seiner frau stuhl stehen und sagte ich bekomme eine freikarte zum konzert du bekommst von deinem bruder eine freikarte zum 80 geburtstag der mutter nicht wahr kinder die mutter muss sich zur reise richten sie stimmten alle ein und es schien der mutter mit dem widerspruch nicht mehr bitterer ernst zu sein nun berichteten die kinder von mancherlei schulereignissen ein lehrer war krank eine lehrerin gesund geworden ein schüler war neu eingetreten herr pfiffling hatte nur mit halber aufmerksamkeit zugehört jetzt aber traf ein name an sein uhr der ihn aus seinen gedanken weckte was hast du eben von rudolf meyer erzählt fragte er otto er ist aus dem gymnasium ausgetreten hast du nichts näheres darüber gehört sie sagen er sei fortgekommen von hier ich glaube zu verwandten ich weiß nicht mehr herr und frau pfiffling wechselten blicke die nur karl verstand gesprochen wurde nicht darüber er pfiffling sollte aber bald näheres erfahren er machte sich an diesem nachmittag auf den weg nach dem zentralhotel im neuen jahr die erste musikstunde dort zu geben es war bitter kalt selbst die russische familie klagt über den kalten deutschen winter sie müssen doch von russland noch ganz andere kälte gewohnt sein meinte herr pfiffling ja aber dort friert man nicht so da weiß man sich besser zu schützen alle fahrgelegenheiten sind heizbar alles ist mit pelzen belegt und sie sehen ja auch jedermann in pelze gehüllt auf der straße warum tragen sie keinen pelz bei solcher kälte fragte die generalin indem sie einen blick auf herrn pfifflings kleidung warf ihm war der gedanke an einen pelzrock noch nie gekommen da gibt es noch vieles vieles nötigere anzuschaffen ehe ein pelzrock für mich an die reihe käme sagte er ich kann übrigens sehr rasch gehen und werde warm vom lauf meine hände sind nicht steif wir können gleich spielen am schluss der stunde erzählten die jungen herren von dem ball im gasthof es war sehr hübsch sagten sie wir durften auch tanzen der sohn des besitzers der viel jünger ist als wir hat auch getanzt er ist übrigens jetzt nicht mehr hier ja sagte der general meier ist einsichtsvoller als ich gedacht hätte er sagte zu mir hier in diesem hotell leben arbeitet der junge nicht er befiehlt nur er soll fort von hier in ein richtiges familienleben hinein herr pfiffling erkannte diese worte als seine eigenen der mann hat recht fuhr der general fort wenn die verhältnisse im haus ungünstig sind ist es besser ein kind wegzugeben und wenn sie im ganzen lande ungünstig sind so wie bei uns in rußland ist es wohl auch besser die kinder in einem anderen land aufwachsen zu lassen in russland haben wir ganz traurige zustände die jungen leute die dort aufwachsen sehen nichts als verderbnis überall unredlichkeit und bestechung sogar in den schulen unsere eigenen söhne haben von dieser verdorbenen luft schon mehr eingeatmet als ihnen gut war meine frau und ich haben uns entschlossen sie in einer deutschen erziehungsanstalt zurückzulassen wenn wir nach russland zurückkehren was wohl in der nächsten zeit sein muss wir stehen gegenwärtig über diese angelegenheit in briefwechsel mit einer berliner anstalt noch nie hatte der general so eingehend und offen mit dem musiklehrer gesprochen die generalin sah ernst und sorgenvoll aus die söhne standen beiseite mit niedergeschlagenen augen herr pfiffling fühlte dass diese reichen hochgebildeten und begabten leute auch ihren schweren heimlichen kummer zu tragen hatten und er sagte mit warmer teilnahme jeder einzelne leidet mit wenn sein vaterland so schlimme zeiten durchmacht wie das ihrige möchte das neue jahr für russland bessere zustände bringen als herr pfiffling kurz darauf die treppe hinunter ging traf er unvermutet mit herrn rudolf meyer senior zusammen der herauf kam einen augenblick zögerten beide sie hatten eine gemeinsame sache über die zu sprechen ihnen nahe lag aber an herrn meyer wäre es gewesen die sprache darauf zu bringen wenn er nicht mehr zürnte er tat es nicht mit dem höflichen aber kühlen gruß des gastwirtes ging er vorüber gewohnheitsmäßig die worte sprechend sehr kalt heute ja zwanzig grad entgegnete herr pfiffling und dann gingen sie auseinander daheim angekommen hörte herr pfiffling frieders geige wie der kleine kerl sich schon zu streichen verstand ob er wohl einmal ein künstler ein echter wahrer gott begnadeter künstler sein würde aber wie war denn das hatte frieda nicht schon gespielt lange ehe sich sein vater auf den weg zum zentralhotel gemacht hatte spielte er wohl seitdem ununterbrochen er ging dem geigenspiel nach aus der küche erklang es neben walburg die da bügelte stand der eifrige kleine musiker ein herzgewinnender anblick aber herr pfiffling ließ sich dadurch nicht bestechen frieda wie lange hast du schon gespielt fragte er nicht lange vater nicht immerfort seitdem du aus meinem zimmer die geige geholt hast sage mir das genau immerfort seitdem antwortete frieda und fügte etwas unsicher hinzu aber das ist doch noch nicht lange her das ist über zwei stunden herr frieda und hast du nicht heute auch schon nach tisch gespielt und sind deine schulaufgaben gemacht ei frieda da stehst du und kannst nicht antworten nimm dich in acht sonst kommst du noch ganz um die geige gib sie her in der woche bekommst du sie nicht mehr herr pfiffling streckte die hand aus nach der geige der kleine hielt sie fest der vater sah das mit erstaunen konnte frieda widerstehen hatte je eines der kinder sich seinem befehl widersetzt aber nein es war nur ein augenblick gewesen dann reichte er schuldbewusst die geliebte geige dem vater hin und ergab sich herr pfiffling ging hinaus mit der geige walburg hatte nicht verstanden was gesprochen worden war aber gesehen hatte sie und sie sah auch jetzt wie sich langsam ihres lieblings augen mit dicken tränen füllten sie stellte ihr bügeleisen ab zog den kleinen an sich und fragte darfst du denn nicht mehr spielen nicht länger als zwei stunden am tag rief frieda in kläglichem ton sei nur zufrieden tröstete sie ihn ich sehe dir jetzt immer auf die uhr frieda zog traurig ab jede stunde sehnte er sich nach seiner geige und nun war sie ihm für eine ganze woche genommen aber auch herr pfiffling war nicht in seiner gewohnten fröhlichen stimmung ihm tat es leid daß der unterricht in der russischen familie zu ende gehen sollte eine große freude und eine bedeutende einnahme fiel damit weg und dazu kam nun daß er auf dem tisch im musikzimmer eine neujahrsrechnung vorfand die nachdem er sie geöffnet hatte und einen blick auf die summe geworfen hatte ihn hinübertrieb in das familienzimmer zu seiner frau zäzilie rief er schon unter der tür und als er die kinder allein fand fragte er ungeduldig wo ist denn die mutter schon wieder sie ist draußen und bügelt so ruf sie schnell herein marianne die mädchen gingen eiligst hinaus mutter der vater fragt nach dir frau pfiffling bügelte eben einen kragen sag nur dem vater ich komme gleich ich muss nur erst den kragen steif haben wir wollen lieber erst mit dir hineingehen sagten die schwestern und in diesem augenblick ertönte ein lautes zäzilie daraufhin wurde der halb gebügelte kragen im stich gelassen frau pfiffling kam in das zimmer und sah ihren mann mit einer rechnung in der hand ist denn das nicht eine ganz unnötige komödie mit der ewigen bügelei fragte herr pfiffling die kinder wären doch ebenso glücklich in ungebügelten hemden auf diese gereizte frage antwortete frau pfiffling bloß wieder mit einer frage ist das die doktor rechnung sie kann doch nicht sehr hoch sein 60 mark hättest du das für möglich gehalten unmöglich 60 mark zeige doch nur die kleine ohrenoperation von anne im vorigen sommer 50 mark bei diesem ausruf sahen alle geschwister auf anne und diese fing bitterlich an zu weinen die tränen besänftigten aber den vater er ging zu der schluchzenden sei still du armer wurm sagte er du kannst doch nichts dafür hast so viel schmerzen aushalten müssen und das soll noch so viel geld kosten aber sei nur getrost geholfen hat dir der arzt doch und wir wollen froh sein daß du nicht taub geworden bist wie walburg hörst du jetzt schon wieder gut in der schule ja schluchzte das kind nun also sei nur zufrieden das geld bringt man schon auf man hat ja noch die bezahlung zu erwarten für die russenstunden und andere rechnungen als die vom arzt stehen nicht aus nicht wahr cecilie es ist doch immer alles gleich bezahlt worden freilich entgegnete sie aber ich kann es gar nicht fassen dass diese ohrenbehandlung förmlich als operation aufgeführt und angerechnet wird ich war damals nicht dabei marianne ist immer ohne mich beim arzt gewesen und so schlimm haben sie es mir nie geschildert da sahen sich die schwestern ernsthaft an und sagten ja einmal war es schlimm als frau pfäffling nach einer weile wieder beim bügeln stand war ihr der kummer über die 60 mark noch anzusehen während herr pfäffling schon wieder guten mut in sein musikzimmer zurückkehrte und sich sagte es ist doch viel wenn man es dahin bringt dass die doktorrechnung die einzige an neujahr ist sie war aber doch nicht die einzige keine halbe stunde war vergangen als wieder so ein stadtbrief an des vaters adresse abgegeben wurde und die kinder die denselben in empfang genommen hatten flüsterten bedenklich einander zu es wird doch nicht wieder eine rechnung sein sie riefen elschen herbei trage du dem vater den brief hinüber das kind nahm arglos den auftrag und blieb an den vater geschmiegt zutraulich plaudernd bei ihm stehen er riß hastig den umschlag auf eine rechnung fiel ihm entgegen vom buchhändler war sie und lautete nur auf vier mark für eine grammatik aber sie empörte herrn pfäffling fast mehr als die große rechnung wenn die buben das anfangen daß sie auf rechnung etwas holen dann hört jegliche ordnung und sicherheit auf sagte er indem er das blatt auf den tisch warf und in der stube hin und her lief else hole mir die drei großen herüber sagte er aber schnell die kleine ging mit besorgter miene suchte karl wilhelm und otto auf und kam dann zur mutter an den bügeltisch es ist wieder etwas geschehen mit einer rechnung sagte sie und die großen müssen alle zum vater hinein sie sind aber gar nicht gern hinüber gegangen fügte sie bedenklich hinzu es geschieht ihnen nichts wenn sie nicht unartig waren sagte die mutter aber nebenbei wischte sie sich doch den schweiß von der stirn trotz der zwanzig grad kälte draußen und sagte zu walburg wieviel kragen haben wir denn noch zu bügeln heute nimmt es ja gar kein ende und walburg entgegnete es sind immer noch viele da frau pfäffling bügelte weiter sah müde aus und sagte sich eine wohltat müßte es freilich sein wenn man einmal ein paar wochen ausgespannt würde inzwischen hatte herr pfäffling ein verhör mit seinen söhnen angestellt und otto hatte gestanden daß er bei beginn des schuljahres die grammatik geholt habe er suchte sich zu rechtfertigen ich hätte gerne die alte ausgabe benutzt sagte er aber als sie der professor nur sah war er schon ärgerlich und sagte die kenne ich die habe ich schon bei deinem älteren bruder beanstandet und er hat sie doch immer wieder gebracht dann hat mich dein bruder wilhelm das ganze schuljahr hindurch vertröstet er bekomme bald eine neue auflage und es ist doch nie wahr geworden aber zum dritten mal lasse ich mich nicht anschwindeln die alte auflage muss wohl noch von deinem großvater stammen so hat der professor zu mir gesprochen was habe ich da machen können mir hättest du das gleich sagen sollen dann wäre sie bezahlt worden du hast damals doch gar nichts davon hören wollen sagte otto kläglich dann hättest du es der mutter sagen sollen die mutter schickt uns immer zu dir ach was entgegnete herr pfäffling ungeduldig du bist ein streiter wie du es hättest machen sollen kann ich nicht sagen jedenfalls nicht so denk nur wohin das führen würde wenn ihr alle sieben auf rechnung nehmen würdet wenn man so knapp daran ist wie wir dann kann man durchaus keine neujahrsrechnungen brauchen die mutter und ich bringen es immer zustande ohne solche und ihr müsst es auch lernen darum zahle du nur selbst die vier mark du hast ja weihnachten geld bekommen ich habe keine drei mark mehr dann helfen die brüder ihr habt es doch wohl gewusst dass otto die grammatik geholt hat also dann könnt ihr auch zahlen helfen jeder eine mark oder meinetwegen eine halbe und die vierte will ich drauflegen aber springt nur gleich zum buchhändler zahlt und bringt mir die bescheinigung und am nächsten neujahr kommt keine rechnung mehr kinder nicht wahr sie versprachen es nahmen des vaters beitrag dankbar entgegen und waren froh daß die sache gnädig abgelaufen war das geld wurde zusammengesucht und otto wollte es gleich zum buchhändler tragen als er hinunterkam hielt eben vor der haustür eine droschke eine kleine dame stieg aus hinter pelzwerk und schleiern hervor sah fräulein vernageldings lockenköpfchen sie kam zur stunde armer vater auch das noch mußte otto denken aber das fräulein sprach ihn freundlich an es ist zu kalt heute um zu fuß zu gehen wollen sie nicht auch fahren da wäre eben eine droschke frei danke nein ich gehe lieber zu fuß entgegnete otto lief davon und lachte vor sich hin über den einfall daß er zum buchhändler fahren sollte aber das lachen verging ihm bald es lacht niemand auf der straße bei zwanzig grad kälte ende von kapitel 9 kapitel 10 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 10 ein künstlerkonzert der vorabend des konzerts war gekommen die ganze stadt sprach von dem bevorstehenden seltenen kunstgenuß die schon früher gelegenheit gehabt hatten die künstler zu hören stritten sich darüber ob die entzückende stimme der sängerin die meisterhaften leistungen des klavierspielers die menschen von nah und fern herbeilockten oder ob bloß das kleine musikalische wunderkind einen solchen reiz ausübte im zentralhotel waren zimmer bestellt für die künstlerfamilie und ihre begleitung herr pfäffling wußte das nicht als er dem gasthof zuging um seine letzte stunde bei der russischen familie zu geben noch einmal spielten sie zusammen weit über die festgesetzte stunde hinaus dann nahm herr pfäffling abschied der general und seine gemahlin schienen ihm ernst und traurig schwer lag auf ihnen der gedanke sich von den söhnen trennen zu sollen auf der durchreise wollten sie die beiden jungen leute in berlin zurücklassen schwer bedrückte sie auch der jammervolle zustand des vaterlandes in das sie zurückkehren mussten unordnung herrschte im ganzen russischen reich bei diesem letzten zusammensein schwand jede schranke welche durch den großen abstand der äußeren stellung und lebensverhältnisse zwischen den beiden männern etwa noch bestanden hatte in offener mitteilsamkeit und warmer teilnahme fanden und trennten sie sich unsere söhne werden morgen noch zu ihnen kommen sagte der general um sich bei ihnen zu verabschieden und auch unseren dank zu überbringen übermorgen werden wir reisen das konzert wollen wir noch anhören vielleicht sehen wir uns im saal vom general und seiner gemahlin freundlich bis zur treppe geleitet verabschiedete sich herr pfäffling auf der treppe mußte er platz machen ein prächtiger blumenkorb wurde eben heraufgetragen er war für das empfangszimmer des künstlerpaares bestimmt eine gewisse unruhe und erregung herrschte in dem ganzen haus um so mehr war herr pfäffling verwundert als ihn der gasthofbesitzer auf der treppe einholte und ruhig anredete haben sie vielleicht einen augenblick zeit mit mir herein zu kommen ich wohl sagte herr pfäffling aber sie sind heute wieder vollauf in anspruch genommen allerdings und man sollte meinen ich hätte keinen anderen gedanken als meine gäste aber auch uns geschäftsleuten steht das eigene fleisch und blut doch am nächsten mir klingt heute in aller unruhe immer nach was mir mein sohn diesen morgen geschrieben hat sie wissen es vielleicht dass er seit weihnachten bei meiner verheirateten schwester ist sie herr pfäffling haben mir ja damals als ich blind war den starr gestochen es war eine schmerzhafte aber erfolgreiche operation wenn sie nur erfolgreich war so freut mich das herzlich denn ich bin mir sehr bewusst dass ich sie mit plumper ungeschickte hand vorgenommen habe was schreibt ihr sohn anfangs wollte er nicht so recht in das einfache familienleben finden aber nun sollen sie hören wie er begeistert schreibt über seine tante obwohl diese ihn fest führt wie wichtig es ihm ist ob er ihr zum vierteljahresabschluß ein gutes zeugnis bringen wird und wiederum wie vergnügt er die schlittenfahrten die spiele mit den kindern schildert herr meyer warf einen blick in den brief den er aus seiner tasche zog und schien lust zu haben ihn vorzulesen aber er steckte ihn rasch wieder ein da ein bursche eintrat und ihm eine ganze anzahl drahtnachrichten überbrachte die eben eingetroffen waren ich will sie nicht länger aufhalten sagte herr pfäffling ihre drahtnachrichten beunruhigen mich und ich höre auch unten immerfort den fernsprecher für den sorgt der hausmeister und die drahtnachrichten enthalten vermutlich nur zimmerbestellungen viele fremde möchten da absteigen wo sie wissen dass die künstlerwohnung genommen haben besonders auch die berichterstatter für die zeitungen diese hoffen im gleichen haus etwas mehr zu hören und zu sehen von den künstlern als was sich im konzertsaal abspielt herr meyer hatte einen blick in die drahtberichte getan nur zimmerbestellungen sagte er es ist aber schon alles bei mir besetzt oder vorausbestellt ich muss für die aufnahme in anderen häusern sorgen mir ist es lieb zu denken dass rudolf fern von dem allen an seiner arbeit oder auch beim kinderspiel sitzt ich werde ihnen immer dankbar sein für ihren rat herr pfäffling die beiden männer trennten sich und als herr pfäffling den gasthof verließ dessen schöne freitreppe er nun vielleicht zum letzten mal überschritten hatte wandte er sich unwillkürlich um und warf noch einmal einen blick auf diesen ort des reichtums und des wohllebens zurück wie wenig unterschied war doch im grunde bei aller verschiedenheit zwischen dem was hier und was im einfachen hause die herzen bewegte der russische general der reiche geschäftsmann und er der schlichte musiklehrer schließlich hatten sie alle das gleiche herzensanliegen geld und gut allein befriedigt keinen um ihre kinder sorgten sie sich tüchtige söhne wollten sie alle und das konnte ein armer musiklehrer so gut oder leichter haben als die reichen am folgenden morgen erschienen die beiden jungen russen in der frühlingsstraße um ihren abschiedsbesuch zu machen pfäffling war in der musikschule seine frau empfing mit freundlichkeit diese beiden schüler die ihrem lehrer seine aufgabe immer leicht gemacht hatten die jungen leute drückten sich nun schon gewandt in der deutschen sprache aus baten frau pfäffling ihren dank zu vermitteln und teilten ihr mit daß die eltern ihre abreise noch um einige tage verschoben hätten selbst noch einen gruß schreiben und diesem das stundengeld beilegen wollten unser musiklehrer hätte sie noch in der frühlingsstraße treffen müssen wenn er zur gewohnten zeit heimgekommen wäre aber es hatte heute in der musikschule nach schluss des unterrichts eine sehr erregte besprechung zwischen den lehrern der anstalt gegeben und herr pfäffling kam später als sonst und nicht mit seiner gewohnten fröhlichen mine heim heute war er nicht wie gestern der ansicht dass reich oder arm nicht viel zum glück des menschen ausmache der direktor hatte mitgeteilt dass zu dem abendlichen konzert nur eine einzige freikarte auf seinen namen lautend für die lehrer der musikschule abgegeben worden sei darüber herrschte sehr große entrüstung unter den lehrern manche konnten sich auf eigene kosten noch plätze verschaffen für ein pfäffling aber war solche ausgabe ausgeschlossen seine frau machte einen schwachen versuch ihn doch noch dazu zu überreden nein sagte er ich säße nur mit schlechtem gewissen in dem saal habe ich doch nicht einmal die 60 mark beisammen für den arzt wenn die russen heute das geld geschickt hätten das hätte mich vielleicht verführt die leute sind ja auch so gedankenlos sie tun wie wenn unsere einem das ganz gleich wäre ob man auf das stundengeld wochenlang warten muss oder nicht und die künstler vielleicht hätten sie doch noch eine freikarte mehr schicken können weißt du dass fräulein vernagelding mit ihrer mutter in das konzert gehen wird ich habe bisher nicht gedacht dass ich neidisch bin aber ich glaube wirklich in diesem falle bin ich es denke dir das junge gänschen das nicht hört was recht und falsch klingt soll diesen kunstgenuß haben und unsereins bleibt ausgeschlossen und warum geht sie hin weil mama sagt bei solch hohem eintrittspreis sei man sicher nur die vornehmste gesellschaft zu treffen und da soll man nicht bitter werden bitter wiederholte frau pfäffling du und bitter das ist gar nicht zusammen zu denken sie waren allein miteinander im musikzimmer frau pfäffling sprach noch manches gute beruhigende wort so lange bis elschen als schüchterner bote eintrat und fragte wann denn heute zur mittag gegessen würde mit dem schlechten gewissen einer säumigen hausfrau folgte die mutter augenblicklich der mahnung pfäffling sah ihr nach von erbitterung war nichts mehr in seinen zügen zu lesen er sagte sich das gibt eine öde zeit wenn sie für vier wochen verreist ist ich wollte es wäre schon überstanden im zentralhotel herrschte an diesem tag leben und bewegung alle zimmer waren besetzt kunstverständige waren von nah und fern herbei geeilt alte bekannte neue größen suchten das künstlerpaar auf und das künstlerkind wurde liebkost mit süßigkeiten überschüttet aber dennoch langweilte es sich heute und war verstimmt dem fräulein das für den kleinen künstler zu sorgen hatte und ihn an konzerttagen bei guter laune erhalten sollte wollte es heute nicht gelingen am nachmittag ließ die junge mutter herrn meyer zu sich bitten viele fremde der stadt hätten ihn wohl beneidet um diese unterredung bei den künstlern um die gelegenheit die auch beim sprechen so liebliche stimme der sängerin zu hören und ihre anmutige erscheinung zu sehen ich bin in verzweiflung sagte sie unser edmund ist heute gar nicht in stimmung und es wird mir so bang vor dem abend denken sie nur wenn das kind sich weigern würde zu spielen wenn es versagen würde in dem augenblick wo alle auf ihn blicken es war noch nie so verstimmt sein fräulein ist selbst ganz erregt von der anstrengung ihn aufzuheitern nun möchte ich sie bitten daß sie mir ein paar muntere kinder verschaffen die mit ihm spielen und ihn zerstreuen bis es zeit wird ihn anzukleiden bitte bitte sorgen sie mir dafür nicht wahr und so bald wie möglich auch etwas spielzeug wird zu bekommen sein vor allem aber lustige kameraden ich werde dafür sorgen gnädige frau versicherte herr meyer und verließ das zimmer die wünsche der gäste mußten befriedigt werden und das stand ein für allemal fest bei dem besitzer des zentralhotels also auch dieser wunsch wo bringe ich so schnell muntere kinder her fragte er sich und dachte an seinen sohn rudolf in solchen fällen hatte dieser ihm oft rat gewusst er kannte so viele menschen ja manchmal war rudolf doch tatsächlich nützlich gewesen bei diesem gedankengang sah herr meyer wieder den musiklehrer vor sich und nun kam ihm in erinnerung dieser mann sollte ja kinder haben in jedem alter und munter lebhaft mussten diese kinder dieses mannes sicherlich sein er ging zum hausmeister schicken sie sofort eine droschke zu musiklehrer pfäffling in die frühlingsstraße lassen sie ausrichten der kleine künstler habe langeweile und ich ließe herrn pfäffling freundlich bitten mir sofort zwei oder drei seiner kinder knaben oder mädchen zur unterhaltung des jungen zu schicken auch spielzeug dazu aber rasch so fuhr denn am nachmittag ein wagen in der frühlingsstraße vor und der kutscher richtete aus herr meyer vom zentralhotel lasse bitten um zwei bis drei stück kinder buben oder mädel das sei egal sie sollten dem kleinen künstler die zeit vertreiben weil er gar so zuwider sei diese einladung erregte heiterkeit bei den eltern pfäffling und sie waren gleich bereit die bitte zu erfüllen wer passte am besten dazu marianne war nicht zu hause karl schon zu erwachsen so konnten nur wilhelm und otto frieda und elschen in betracht kommen otto erklärte er traue sich nicht Wilhelm konnte das nicht begreifen wie kann man sich nicht getrauen mit einem kleinen buben zu spielen dem wollte ich purzelbäume vormachen und spaß mit ihm treiben dass er kreuz fidel würde gut sagte herr pfäffling wenn es dir so leicht erscheint wirst du es auch zustande bringen und frieda der ist zu still sagte die mutter er würde ich zu elschen raten wo ist sie denn ein künstlerkind hat vielleicht freude an dem niedlichen gestellchen meinst du sagte herr pfäffling zweifelnd ist sie nicht gar zu schüchtern wir wollen sie fragen sie suchten nach dem kind elschen stand allein im kalten schlafzimmer hatte in ihr eigenes bett die puppe gelegt und als nun die eltern und brüder unvermutte herein kamen ob sie abwehrend die hand und sagte bittend leise leise mein kind ist krank sie war herzlich anzusehen frau pfäffling beugte sich zu ihr und sagte ein wirkliches lebendiges kind verlangt jetzt nach dir elschen der kleine geigenspieler von dem wir dir erzählt haben ist so traurig weil er kein kind in der stadt kennt willst du zu ihm und mit ihm spielen freilich sagte elschen mitleidig mein kind schläft jetzt da kann ich schon fort schnell waren die beiden kinder gerichtet auch einiges spielzeug herbeigesucht und nun fuhren sie in der geschlossenen droschke durch die ganze stadt voll freude über das unverhoffte vergnügen herr meyer trat selbst herzu als der wagen vorfuhr etwas bange ob entsprechendes herauskommen würde er öffnete den schlag der anblick von elschens lieblichem kleinen persönchen erfreute ihn behutsam hob er sie aus dem wagen stellte sie auf die freitreppe und sagte sich das entspricht das wird sicherlich beifall finden inzwischen war wilhelm mit behendigkeit aus der droschke gesprungen hatte das spielzeug zusammengerafft und war schon unter der großen haustür lächelnd sah ihn herr meyer an ganz wie sein vater langbeinig hager und flink dachte er und sagte befriedigt nun kommt mit mir kinder ich will euch selbst einführen edmund heißt der kleine er ist ein wenig müde von der reise aber wenn ihr mit ihm spielt wird er schon lustig vom konzert und von musik müßte er ihm nicht reden das mag er nicht er will nur spielen er ist wie andere kinder auch oben am zimmer angekommen klopften sie an und horchten auf das herein stattdessen hörten sie die stimme des fräuleins aber edmund wer wird denn die fensterscheiben ablecken was soll ich denn sonst tun hörte man eine weinerliche kinderstimme entgegnen da lachte wilhelm und sagte zu seinem begleiter der muss freilich arg langeweile haben ich will lieber gleich mit einem purzelbaum hereinkommen herr meyer wußte nicht recht ob er das gut heißen sollte aber er hatte inzwischen noch einmal angeklopft das herein war erfolgt und durch die geöffnete tür kam wilhelm auf dem kopf herein und ein purzelbaum nach dem anderen schlagend auf weichen teppichen die dazu sehr einladend waren bis zu dem kleinen am fenster der nun laut auflachte und sagte wie macht man denn das das fräulein atmete erleichtert auf bei dieser willkommenen ablösung ihrer aufgabe das kind zu unterhalten die sängerin die aus dem nebenan liegenden zimmer unter die tür getreten war lächelte freundlich und dankbar herrn meyer zu der sich sofort befriedigt entfernte und kam elzchen entgegen die auf sie zuging das kind hatte ein gefühl dafür dass die art wie der bruder sich einführte ungewöhnlich und vielleicht nicht passend war und in der mütterlichen art die sie von ihrer älteren schwester übernommen hatte sagte sie zu der jungen frau wilhelm kommt gewöhnlich nicht mit purzelbäumen herein bloß heute weil er lustig sein will ein süßes kind sagte die junge mutter zu dem fräulein nun ist edmund versorgt und wir können ein wenig ausruhen lassen sie die kinder nur ganz gewähren solange sie nicht gar zu wild werden das fräulein schien dieser aufforderung sehr gerne nachzukommen zog sich mit einem buch zurück und die kinder blieben sich selbst überlassen die freundschaft war bald geschlossen der kleine künstler hatte etwas sehr gewinnendes in seinem wesen und ein anmutiges äußeres weiche blonde locken umgaben das feine gesicht alles an ihm war schön und wohl gepflegt das ansprechendste waren seine großen tiefblauen augen die mit träumerischem ausdruck ahnen ließen dass diese kinderseele mehr als andere empfand während er mit den kindern spielte sah er auch kindlich fröhlich aus sobald er aber still war lag ein ungewöhnlicher ernst und eine frühreife in seinem gesichtchen die ihn viel älter erschienen ließen eine gute weile belustigte er sich an wilhelms späßen und ergötzte sich mit diesem während elschen zusah nun wandte er sich an sie mit dir möchte ich gerne tanzen sagte er kannst du tanzen ja sagte die kleine zuversichtlich was willst du tanzen was du willst antwortete sie freundlich zum erstaunen ihres bruders der von der tanzkunst seiner schwester bisher nichts gewusst hatte also walzer entschied der kleine kavalier und wollte sein dämchen zum tanze führen warte ein wenig sagte elschen wilhelm muß mir das erst vormachen dieser hatte zwar noch nie getanzt aber ihm machte das gar keine bedenken für so kleine tänzer traute er sich dennoch zu den tanzmeister zu machen bei walzer zählt man bis drei sagte er zur schwester ich will dir einen walzer vorpfeifen und er fing an die melodie zu pfeifen den takt dazu zu schlagen und sich im kreis zu drehen das fräulein im hintergrund verbarg hinter ihrem buch das lachen das sie bei diesem tanzunterricht schüttelte edmund fuhr die tanzlust in die füße er ergriff seine kleine tänzerin sie wäre ja kein pfäffling gewesen wenn sie die taktbewegung nicht erfasst hätte niedlich tanzte das kleine paar hinter dem pfeifenden mit den fingern schnalzenden und sich drehenden wilhelm einher das fräulein rief unbemerkt die mutter des kleinen herbei auch der vater trat unter die tür sie sahen belustig zu eine solche nummer sollten wir in unserem programm heute abend einschalten sagte er scherzend zu seiner frau das gäbe einen jubel wem gehören denn diese kinder fragte er das fräulein sie wusste es nicht der langbeinige bewegliche kerl ist zu drollig und das mädchen ist die anmut selbst musikalisch sind sie offenbar beide zwei stunden waren den kindern schnell verstrichen nun mahnte das fräulein dass es zeit für edmund sei sein abendessen einzunehmen und sich umkleiden zu lassen für das konzert als er das hörte verschwand alle fröhlichkeit aus seinem gesicht er erklärte dass er nichts essen möge sich nicht umkleiden und seine neuen freunde nicht missen wolle die vernünftigsten vorstellungen des fräuleins die zärtlichsten worte der mutter hatten nur tränen zur folge wilhelm versuchte seinen einfluss auf den kleinen kameraden du musst doch vorspielen sagte er viele hunderte von menschen hier freuen sich schon so lange auf das konzert geht ihr auch hin fragte der kleine und ehe er noch antwort hatte sagte er eifrig zu seiner mutter die beiden sollen zu mir in das künstlerzimmer kommen und den abend bei mir bleiben es ist immer so langweilig während du singst und papa spielt aber wilhelm ging auf diesen vorschlag nicht ein wir können nicht kommen sagte er elschen liegt um diese zeit schon im bett und ich habe jetzt den ganzen nachmittag nichts gearbeitet und habe viele aufgaben für morgen da flossen bei dem kleinen wieder die tränen und er drückte sein köpfchen an den mutter und schluchzte wenn er nicht kommt will ich auch nicht spielen mir ist gar nicht gut es sah auch tatsächlich ein wenig elend aus das kleine bübchen seine mutter rief den vater zur hilfe sie doch nur sagte sie wie edmund verweint und jämmerlich aussieht was hat er nur er ist doch sonst so verständig aber heute will er nicht spielen ich werde qualen durchmachen heute abend der vater stampfte ungeduldig mit dem fuß edmund ergriff wilhelms hand und hielt sie krampfhaft fest um ihn nicht gehen zu lassen die beiden eltern besprachen sich eifrig miteinander aber die kinder verstanden nichts davon das gespräch wurde in italienischer sprache geführt endlich wandte sich der vater an wilhelm wir wären sehr froh sagte er wenn du zu unserem kleinen in das künstlerzimmer kommen und den abend bei ihm bleiben wolltest du müsstest eben die aufgaben einmal bei nacht machen ein frischer junge wie du bist kann das doch wohl tun wir verlangen auch diese gefälligkeit nicht umsonst wir bieten dir dagegen eine freikarte zu unserem konzert an die du gewiss noch leicht an irgendjemand in deiner bekanntschaft verkaufen kannst bei dem wort freikarte hatte wilhelms gesicht hell aufgeleuchtet eine karte für den vater natürlich welch ein herrlicher gedanke ja rief er ja ja für eine freikarte wenn ich sie meinem vater geben darf will ich gerne zu edmund kommen und gerne die ganze nacht durcharbeiten und als er bemerkte wie nun der kleine plötzlich vom weinen zum lachen überging sagte er zu diesem könntest du nur dabei sein wenn ich meinem vater die karte bringe und sehen wie er sich freut mein vater ist wohl so groß wie die tür da und wenn er einen freudensprung macht dann kommt er fast bis an unsere decke weißt du so und wilhelm fing an sprünge zu machen dass der kleine kamerad laut lachte und seine mutter leise zu dem fräulein sagte nun führen sie ihn rasch zum umkleiden solange er noch vergnügt ist und dem kind redete sie gütig zu wenn du nun artig bist edmund so kommt heute abend wilhelm zu dir daraufhin folgte der knabe willig dem fräulein und sein vater wandte sich an wilhelm das konzert ist in der musikschule neben dem saal ist das zimmer wo wir uns aufhalten solange wir nicht spielen du darfst nur nach dem künstlerzimmer fragen oh ich weiß es ganz gut sagte wilhelm neben dem ankleidezimmer liegt es der künstler wunderte sich du bist ja zu allem zu gebrauchen sagte er woher weißt du denn das zimmer mein vater ist lehrer an der musikschule ich habe ihn schon oft dort abgeholt ah musiklehrer und hat dennoch keine karte genommen für unser konzert nein sagte wilhelm aber kein mensch in der ganzen stadt kann sich mehr darüber freuen als mein vater auch elschen stimmte zu mit einem fröhlichen ja ja und dabei schlüpfte sie so schnell sie konnte in ihren mantel beiden kindern war die ungeduld heimzukommen an allen gliedern anzumerken die karte wurde ihnen denn auch wirklich eingehändigt und nachdem wilhelm fest versprochen hatte sich rechtzeitig im künstlerzimmer einzufinden und edmund zu unterhalten ohne ihn aufzuregen ihn zu belustigen ohne lärm zu machen wurden die kinder entlassen wilhelm fasste die kleine schwester bei der hand jetzt nur schnell schnell elschen wenn nur der vater ganz gewiss zu hause ist es ist schon sechs uhr um halb acht geht das konzert an so rasch eilten sie am hausmeister vorbei daß dieser sie kaum mehr erreichte obwohl er aus seinem zimmer ihnen nacheilte auf die freitreppe des gasthofes halt rief er wartet doch kinder ihr dürft wieder heimfahren wilhelm wollte nicht nein nein sagte er wir springen schnell und kommen viel früher heim als wenn wir auf eine droschke warten aber die hand des großen stattlichen hausmeisters lag fest auf der schulter des knaben und hielt ihn zurück herr meyer hat auftrag gegeben daß eine droschke geholt werden soll es ist für dies kleine mädchen ein weiter weg und draußen ist's kalt und dunkel aber wenn du so eile hast so kannst du ja selbst flink zum droschkenplatz laufen und einen wagen holen wie ein pfeil war wilhelm davon seiner schwester wurde im hausmeisterzimmer ein sessel zurechtgerückt da saß sie neben zwei riesigen reisekoffern und betrachtete die glänzenden metallbeschläge das sind große koffer nicht sagte der hausmeister zu ihr die reisen bis nach bußland dann gehören sie dem general sagte elschen der in der nächsten woche nach berlin reist weißt du davon du hast ganz recht das heißt er reist morgen nein die reise ist um ein paar tage verschoben der hausmeister sah erstaunt auf die kleine das wäre das neueste wer hat das gesagt die zwei jungen russen wie sie heute vormittag bei der mutter waren heute vormittag nun dann ist's doch nicht wahr denn der general hat selbst heute nacht im diner zu mir gesagt sie reisen morgen vormittag horch nun kommt schon dein bruder mit der droschke wilhelm hätte mehr lust gehabt seine eigenen flinken beine in bewegung zu setzen als die eines müden droschken gauls elschen hingegen war sehr einverstanden mit der fahrt und fand sich schnell darein daß der wagenschlag für sie aufgerissen wurde wie für ein kleines dämchen und sie selbst sorgsam hinauf gehoben damit sie auf dem schmalen tritt nicht ausgleite nun fuhren sie durch die schön beleuchteten straßen dann durch die stillen gassen der vorstadt und endlich bogen sie in die frühlingsstraße ein wenn der vater nicht daheim ist müssen alle auslaufen und ihn suchen sagte wilhelm karl und otto marianne und frieda vielleicht hat auch walburg zeit der vater muß die karte noch rechtzeitig bekommen in der frühlingsstraße war abends kein großer wagenverkehr und frau pfäffling die bei den kindern am tisch saß horchte auf und sagte sie kommen herr pfäffling der im musikzimmer ein wenig unruhig hin und her wandelte seine musikzeitung lesen wollte und dabei immer durch den gedanken gestört wurde wie viel schöner es wäre heute abend musik musik erster klasse zu hören als über musik zu lesen herr pfäffling hörte auch das geräusch des wagens das können die kinder sein ob sie wenigstens etwas gehört haben in der künstlerfamilie singen klavier oder geige das mußte er doch gleich fragen also die treppe hinunter im unteren stock sagte frau hartwig zu ihrem mann es hält eine droschke du wirst sehen das ist mein bruder um die zeit kommt ein zug an sie ging hinaus auf den vorplatz herr pfäffling stand inzwischen am wagenschlag machte ihn auf und wollte fragen aber so flink er war diesmal kam er nicht zu wort vor den eifrigen ausrufen seiner kinder wie gut daß du zu hause bist vater wir haben dir ja eine karte eine freikarte ja sieh nur geschenkt vom künstler selbst und wenn nun auch herr pfäffling nicht den freudensprung machte den der kleine edmund von ihm erwartet hätte enttäuscht wäre dieser doch nicht gewesen denn dieser fröhliche ausruf der überraschung dieses stürmische stufenüberspringen um möglichst schnell die treppe hinauf zu kommen und dieser warme ruf zäzilie der durch die ganze wohnung klang war auch ergötzlich und herzerfreuend wilhelm folgte dem vater in gleicher hast der kleinen else blieb es diesmal überlassen zuzusehen wie sie alleine aus dem wagen herauskam frau hartwig die ordentlich ausgewichen war um nicht überrannt zu werden wollte eben die haustür zumachen als sie die kleine mit dem spielzeug beladen nachkommen sah da hat es wieder so geeilt sagte sie vor sich hin daß sich keines die zeit genommen hat auf das kind zu warten sie reichte der kleine die hand und schloß für sie die haustür während schon oben die tritte der hinaufeilenden verhalten elzchen fand es ganz natürlich daß man sich nicht um sie gekümmert hatte auf ihrem gesichtchen lag noch der abglanz der freude freundlich grüßte sie die hausfrau und sagte auf die treppe zurückblickend jetzt weiß ich es hausfrau wie du das machen mußt damit kein gepolter ist und die treppe geschont wird du mußt nur dicke dicke teppiche legen so ist es im zentralhotel und so sieht es auch viel schöner aus als das holster wirklich sagte frau hartwig dann bringe du mir nur bald diese dicken teppiche damit ich sie legen kann bei pfäfflings war große bewegung die freude über die eintrittskarte hatte sich allen mitgeteilt die fragen und antworten über die erlebnisse zentralhotel überstürzten sich zugleich wurden die vorbereitungen für das abendessen beschleunigt damit herr pfäffling und wilhelm rechtzeitig zum beginn des konzertes kommen konnten frau pfäffling hörte mit besonderer teilnahme und auch mit besorgnis von dem kleinen geigenspieler wenn das kind sich unwohl fühlt sagte sie zu wilhelm so wirst du es auch nicht stundenlang mit späßen bei guter laune erhalten können aber wilhelm war guter zuversicht und war zu vergnügt über die freikarte als dass er von dem heutigen abend irgend etwas anderes als erfreuliches hätte erwarten können er strahlte mit dem ganzen gesicht und sah nur immer zu seinem vater hinüber der ebenso strahlte während sie beide das rasch erschienene abendessen verzehrten und sich dann unter allgemeiner teilnahme und hilfsbereitschaft der familie für das konzert richteten wenn der kleine aufgeregt wird oder nicht mehr spielen will sagte frau pfäffling zu wilhelm so lass ihn sich zu dir setzen und erzähle ihm allerlei etwa von frieders harmonika und geige oder von unserem weihnachtsfest es wird besser sein als wenn du ihn immer wieder zum lachen bringen willst weißt du wenn man unwohl ist mag man gar nicht lachen aber über dem erzählen vergessen die kinder meist ihre kleinen leiden da mischte sich elschen ein er ist ja gar nicht krank er hat mit mir ja getanzt freilich und gelacht sagte wilhelm und unartig ist er auch weiter ist gar nichts los mit ihm so gingen vater und sohn fröhlich und guter dinge miteinander nach der musikschule und trennten sich herr pfäffling um seinen platz in dem schon dicht gefüllten saal aufzusuchen wilhelm um seines vaters karte nachträglich zu verdienen er fand das künstlerzimmer ziemlich besetzt verschiedene herren begrüßten hier die künstlerfamilie erwiesen der gefeierten sängerin allerlei aufmerksamkeiten und umschmeichelten den kleinen dieser stand in schwarzem samtanzug da und lehnte das lockenköpfchen an seine mutter die in ihrem duftigen seidenkleid reizend anzusehen war sie da kommt ja sein kleiner freund sagte edmunds vater der wilhelms bescheidenes eintreten bemerkt hatte aber er macht ja gar keine purzelbäume entgegnete edmund ohne seine mutter zu verlassen das wäre hier wohl auch nicht gut möglich sagte der vater im hintergrund des kleinen zimmers stand ein tischchen neben demselben hielt sich das fräulein auf das wilhelm schon im gasthof kennen gelernt hatte zu ihr ging er hin und sagte ich habe einen kleinen kreisel für edmund mitgebracht soll ich ihn auf dem tischchen tanzen lassen später wenn wir allein sind und edmund schwierig wird sagte das fräulein jetzt hat er noch seine mama ein paar augenblicke später kam geschäftig und ohne anzuklopfen ein herr herein ist es zeit herr weismann fragte ihn der künstler ja wenn ich bitten darf die anwesenden herren verließen nun rasch das künstlerzimmer um sich an ihre plätze im saal zu begeben das fräulein strich noch die falten am kleid der sängerin glatt der vater löste mit einer gewissen strenge die hand des kindes aus der der mutter und sagte du gehst hierhin zu wilhelm die mutter drückte rasch noch einen kuss auf die stirn des kleinen der sie betrübt aber doch ohne widerspruch los ließ dann öffnete herr weismann die seitentür von der aus ein paar stufen nach dem erhöhten teil des saales führten auf dem nun das künstlerpaar auftreten sollte wilhelm konnte von dem tiefer liegenden künstlerzimmer aus nicht hinaussehen aber er hörte das mächtige beifall klatschen mit dem das junge paar empfangen wurde dann schloss weismann hinter ihnen die tür und von den wunderbaren tönen die nun im saal die menschenmenge entzückten drangen nur einzelne klänge herunter in das nebenzimmer weismann trat zu dem kleinen heran die dritte nummer hat unser kleiner künstler sagte er und auf die bereitgelegte geige deutend fragte er ist dein instrument schön imstande edmund antwortete nicht ich denke wohl sagte statt seiner das fräulein sein vater hat vorhin danach gesehen hast du dir auch den platz auf dem podium gut gemerkt an dem du stehen sollst wenn du spielst fragte der herr du weißt doch noch nicht ganz dicht am flügel es erfolgte wieder keine antwort aber edmund wie bist du denn heute so unartig sagte das fräulein wenn dich papa so sähe da ließ der kleine den kopf hängen und fing an zu weinen erschrocken zog ihn das fräulein an sich sei nur zufrieden kind tröstete sie du darfst doch nicht weinen wer wird dir beifall klatschen wenn du mit verweinten augen kommst sie trocknete ihm die tränen weismann hielt es für klüger sich zurückzuziehen wilhelm ließ den kreisel tanzen halb widerwillig sah edmund zu dann versuchte er selbst die kunst die seinen geschickten fingerchen bald gelang er vertiefte sich in das spiel plötzlich horchte er auf ein beifallssturm dröhnte aus dem saal nun ist mama fertig sagte er und sah nach der tür nein sie muss noch einmal wiederholen fügte er nach einer weile gespannten horchens hinzu und kehrte wieder an sein spiel zurück bei mir ist das manchmal auch so ich mag nicht gerne wiederholen aber ich muss aber bei dir wird doch auch nicht so rasend geklatscht fragte wilhelm so etwas habe ich ja noch gar nicht gehört oh ja einmal ist bei mir am allermeisten beifall gewesen du wirst es nachher schon hören sagte edmund aber er war schon wieder bei dem kreisel und als nun die sängerin bis zu den stufen von ihrem gemahl begleitet und dann von weismann empfangen wieder in das künstlerzimmer zurückkam rief er ihr fröhlich entgegen sieh mama was ich kann die mutter beugte sich zu ihm und sagte gott lobt daß er vergnügt ist und ein dankbarer blick fiel auf wilhelm im saal erklang der konzertflügel nach papa kommst du an die reihe sagte die junge mutter und sich an das fräulein wenden fügte sie leise hinzu wie mir immer angst ist wenn das kind auftritt kann ich gar nicht sagen früher war es mir bange wenn ich vorsingen mußte aber seitdem das kind öffentlich spielt hat diese große angst jede andere vertrieben wir hätten es nie anfangen sollen trösten sprach das mädchen der mutter zu so sagen sie vor jedem konzert und nachher wenn alle welt begeistert ist von dem kleinen sind sie doch glücklich und stolz mehr als über ihre eigenen erfolge er ist nun schon fünfmal aufgetreten und hat seine sache immer gut gemacht aber heute wird es anders werden flüsterte die mutter hat er nicht auch trübe augen edmund gib mir deine hände sie sind heiß fühlen sie fräulein vom kreiseln sagte sie er sollte vielleicht die hände jetzt ruhen lassen ja ja wilhelm bitte fange ein anderes spiel an die hände dürfen nicht müde sein vor dem geigenspiel es war doch nicht leicht immer wieder eine beschäftigung zu wissen eine gelernte kindergärtnerin war unser wilhelm denn doch nicht aber ihm war als verlöre sein vater das recht auf den konzertbesuch von dem augenblick an wo er aufhören würde den jungen zu unterhalten also mussten ihm gedanken kommen einfälle um die zeit zu vertreiben und sie kamen auch und als der klavierkünstler mit einem lorbeerkranz in der hand unter lebhaftem beifall den saal verlassen hatte fand er edmund bei guter laune und bereit ihm mit der geige zu folgen nun wirst du hören ob sie mir ebenso klatschen wie papa und mama sagte er munter zu wilhelm er schien ihm gar nicht aufgeregt um so mehr war es seine mutter sie flüsterte wilhelm zu sieh ein wenig durch den tür spalt wie er seine sache macht wilhelm folgte den beiden künstlern leise die stufen hinauf sah wie der kleine der mit freundlichem beifall begrüßt worden war in kindlicher weise den gruß erwiderte und von seinem vater auf dem klavier begleitet das spiel begann wilhelm wurde durch den kleinen geigenspieler an frieda erinnert und deshalb kam ihm diese leistung nicht so wunderbar vor wie den zuhörern im saal mit denselben träumerischen augen wie edmund ganz in seine musik versenkt hatte frieda immer seine harmonika gespielt und strich er seine geige freilich war frieda erst ein anfänger und dieser kleine war ein meister die zuhörer lauschten in atemloser stille die geige war ja klein und der spieler hatte nicht den kräftigen strich eines mannes aber reine zarte tief empfundene töne wußte er zu wecken und eine staunenswerte gewandtheit zeigten die kleinen hände unter den zuhörerinnen war manche zu tränen gerührt und als der letzte ton sanft verklungen war rauschte ein beifallssturm durch den saal blumen flogen und eine junge dame trat auf das podium um dem kleinen künstler ein füllhorn zu überreichen das auf sein kindliches alter berechnet war denn während es mit rosen gefüllt schien waren unter den blumen süßigkeiten verborgen weiß mann kam dem kleinen zu hilfe die schätze zu sammeln man hörte die helle kinderstimme ein schlichtes freundliches danke rufen in das künstlerzimmer drangen einige bekannte ein den eltern glück zu wünschen und es kam so wie das junge mädchen vorausgesagt hatte die mutter war über die leistung ihres kindes und seinen erfolg glücklicher als über den eigenen auch war es ihr nun leichter um das herz edmund hatte ja nur noch einmal vor zu spielen freilich ein schwieriges und längeres musikstück und ganz ohne begleitung aber sie war nun wieder guter zuversicht und angeregt durch die begeisterten schilderungen einiger freunde die in das künstlerzimmer kamen und von dem bereits errungenen erfolg berichteten fröhlich und siegesgewiss trat das künstlerpaar aufs neue auf edmund blieb wieder allein bei dem fräulein und dem treuen kameraden aber sobald es stille um ihn wurde verfiel er wieder in seine weinerliche stimmung und war nicht mehr herauszureißen wilhelm mochte sich buchstäblich auf den kopf stellen es war alles umsonst da dachte er an seiner mutter rat setzte sich neben dem kleinen und fing an ihm zu erzählen der lehnte sich an das fräulein und es dauerte gar nicht lange so fielen ihm die augen zu und er schlief ein sie ließen ihn ruhen aber gegen den schluss des konzertabends während sein vater allein spielte und schon am ende des stückes war auf das edmunds auftreten folgen sollte mußte er doch geweckt werden die mutter tat es mit schwerem herzen und unter zärtlichen liebkosungen es kam ihr grausam vor und wieder versicherte sie es sei das letzte mal dass sie das kind vorspielen lasse sie bemühten sich zu dritt um das kind boten ihm erfrischungen an und hatten ihn bis sein vater erschien wohl aus dem schlaf gebracht aber mit allerlei guten worten nicht zu bestimmen vermocht dass er noch einmal vorspielte draußen im saal war nichts als wonne und begeisterung und ungeduldige erwartung des kleinen künstlers auf dessen wieder erscheinen die große menge sich mehr freute als über die großartigen kompositionen die der vater ihr soeben vorgetragen hatte innen im künstlerzimmer herrschten niedergeschlagenheit sorge und kampf lass nun einmal die zärtlichen worte sagte der künstler zu seiner frau sie helfen nichts mehr wie du siehst lass mich allein mit edmund reden er führte das kind beiseite und sah ihn fest und streng in die augen du bist heute abend krank edmund sagte er und möchtest lieber zu bette gehen als vorspielen ich war auch schon einmal krank und habe doch dabei ein ganzes langes konzert alleine gegeben und du musst nur ein einziges stück spielen fest habe ich mich hingestellt und gedacht die vielen menschen haben die teuren karten gekauft und ich habe ihnen dafür musik versprochen und muss mein versprechen halten du musst das deinige jetzt auch halten dann erst darfst du dich zu bett legen aber eines will ich für dich tun wenn du mir versprichst dass du dich tapfer hältst will ich dir erlauben dass du anstatt des schwierigen mendelssohn die leichte kleine romanze von beethoven spielst die du so gut kannst ich will es den zuhörern sagen wenn du das stück so recht schön vorträgst sind sie damit auch zufrieden nun komm in einer viertelstunde ist es überstanden sieh die menschen freundlich an dann verzeihen sie es dir daß du nur so ein kurzes stück spielst und er nahm das kind fest an der hand machte der mutter die sich von ihm verabschieden wollte ein abwehrendes zeichen gab dem kleinen die geige die erfolgsam nahm und führte ihn die stufen hinauf vater fragte leise der kleine haben vorhin bei dir die bretter der boden auf dem man steht auch so geschwankt ich habe gemeint ich falle um die bretter sind jetzt alle festgenagelt sagte ruhig und bestimmt der vater sie hatten schon den saal erreicht und traten miteinander vor als das klatschen sich gelegt hatte und edmund eben zum spiel ansetzte wandte sich der vater an die zuhörer ich bitte es dem zarten alter des künstlers zugute zu halten dass er sein programm nicht einhält er möchte ihnen lieber eine romanze von beethoven als das konzert von mendelssohn vorspielen ein freundliches klatschen bezeugte die zustimmung die wenigsten der anwesenden wußten daß ihnen damit die freude verkürzt wurde nun mach es umso besser flüsterte der vater noch seinem kind zu und stellte sich so daß sie einander im auge behielten ihm war es als müßte er unablässig durch seinen blick die selbstbeherrschung des kleinen aufrecht erhalten wie er das kind anschaut dachten manche der zuhörer aber die meisten hatten keinen blick für den vater sie waren wieder hingerissen von dem knaben und seinem einschmeichelnden spiel es ging vorüber dem vater war die viertelstunde wie eine ewigkeit erschienen und diesmal kamen beide wie träumen zurück zu der mutter die den kleinen in zärtlichen armen empfing fahren sie gleich mit dem jungen heim und bringen sie ihn zu bett sagte der vater zu dem fräulein wilhelm begleitet sie hinüber zum droschkenplatz nicht wahr am schluss des konzertes sammelten sich viele der begeisterten zuhörer vor dem künstlerzimmer sie hofften das künstlerkind noch einmal zu sehen umsonst es lag schon in dem bett das herr meyer vom zentralhotel sorgsam hatte erwärmen lassen am nächsten tag kam in den zeitungen eine begeisterte schilderung des konzerts und am übernächsten folgte eine kurze bemerkung der kleine geigenkünstler sei an den masern erkrankt acht tage später lag auch seine kleine tänzerin elschen masernkrankter nieder und wenn frau pfäffling an ihrem bettchen saß dachte sie manchmal mit teilnahme an das kleine menschenkind das schon öffentlich auftreten musste ehe es noch die kinderkrankheiten durchgemacht hatte über diesen erlebnissen war der kalte januar zu ende gegangen ende von kapitel 10 kapitel 11 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 11 geld und geigennot seit dem konzert waren mehrere tage verstrichen herr pfäffling hatte täglich und mit wachsender ungeduld auf den verheißenen abschiedsgruß des russischen generals gewartet dem das stundengeld beigelegt werden sollte aber es kam nichts so musste die russische familie doch wohl ihre abreise verschoben haben ja vielleicht dachte sie daran den winter noch hier zu bleiben und die musikstunden wieder aufzunehmen immerhin konnte auch ein brief verloren gegangen sein herr pfäffling wollte sich jetzt endlich gewißheit verschaffen und suchte herrn meyer im zentralhotel auf er erfuhr von diesem daß der general mit familie gleich am morgen nach dem konzert abgereist sei zunächst nach berlin wo er eine woche verweilen wolle herr pfäffling zögerte einen augenblick von dem ausgebliebenen stundengeld zu sprechen aber der geschäftsmann erriet sofort um was es sich handelte und sagte der general hat vor seiner abreise alle geschäftlichen angelegenheiten aufs pünktlichste geregelt und großmütig jede dienstleistung bezahlt er ist durch und durch ein ehrenmann so werden auch sie ihn kennen gelernt haben ja aber wie erklären sie sich das er hat mir beim abschied gesagt seine söhne würden mich noch besuchen und dabei angedeutet dass sie das stundengeld überbringen würden sie sind auch gekommen aber ohne geld und sagten die abreise sei verschoben worden die eltern würden deshalb noch schriftlich ihren dank machen glauben sie dass es von berlin aus geschehen werde nein 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 erwiderte lebhaft herr meyer man reist nicht ab ohne vorher seinen verbindlichkeiten nachzukommen da liegt etwas anderes vor von einer verschiebung der reise war auch gar nie die rede das haben die söhne ganz aus der luft gegriffen ich fürchte das geld ist in den händen der jungen herren hängen geblieben das geht aus allem hervor was sie mir erzählen sie sind etwas leichtsinnig die söhne und werden vom vater fast gar zu knapp und streng gehalten es scheint mir ganz klar was sie dachten sie wollten sich noch etwas reichlich mit taschengeld versehen bevor sie der berliner anstalt übergeben wurden und rechneten darauf dass sie in der meinung die abreise sei verschoben sich erst um ihr geld melden würden wenn die eltern schon über der russischen grenze wären es ist gut dass sie nicht noch ein paar tage gezögert haben diese woche ist die familie noch beisammen in berlin ich habe die adresse des gasthofs und will sie ihnen auch mitteilen herr pfäffling wenn ich ihnen raten darf schreiben sie unverzüglich sie brauchen ja durchaus keinen verdacht gegen die jungen herren auszusprechen es genügt wenn sie den hergang erzählen der general ergänzt sich das übrige und so wie ich ihn kenne wird er ihnen sofort das geld schicken es war dann ein versehen und alles ist gut in voller entrüstung erzählte unser musiklehrer daheim von dem offenen betrug seiner jungen schüler es ist ein glück sagte er dann dass mein brief die eltern noch in berlin erreichen kann ich schreibe gleich wir brauchen unser geld nötig brauchen es zu besserem und nötigerem als diese leichtsinnigen burschen aber nach geraumer weile kehrte herr pfäffling in ganz veränderter stimmung langsam und nachdenklich zu seiner frau zurück cäzilie sagte er was meinst du zu der sache meine feder sträubt sich ordentlich gegen das was sie schreiben soll was hilft es wenn ich auch nicht den geringsten verdacht ausspreche meine mitteilung bringt doch dem general die nachricht von der verbrecherischen handlung seiner söhne dass er ihnen so etwas nie zugetraut hätte sieht man ja er hätte ihnen sonst das geld nicht übergeben nun soll er das erfahren müssen unmittelbar vor dem abschied er wird seinen kindern die ehrlose handlung nicht verzeihen er wird sie nie vergessen können sich so von seinen kindern trennen müssen das ist ein namenloser schmerz für die eltern soll ich ihnen das leid antun um uns die 100 mark zu retten was sagst du cäzilie wenn ich auch ja sage so glaube ich doch nicht dass du es über dich bringst entgegnete frau pfäffling und du würdest du es über dich bringen würdest du schreiben trotz allem leid was daraus entstehen muss ich würde vielleicht denken früher oder später werden die eltern doch erfahren wie ihre söhne sind und für die jungen selbst wäre es heilsam wenn der betrug nicht ohne strafe für sie hinginge überdies ist ja immerhin die möglichkeit dass wir einen falschen verdacht haben und das geld vergessen oder verloren wurde obwohl ich mir dann die unwahre aussage der söhne über die verschobene reise nicht erklären könnte die 100 mark sind uns auch gar so nötig also du würdest schreiben cäzilie sie besann sich einen augenblick und sagte dann ich weiß nicht ich würde meinen mann fragen daraufhin ging herr pfäffling noch eine weile überlegen auf und ab die augen seiner großen kinder folgten ihm mit spannung sie waren alle empört über den betrug der an ihrem vater begangen war hatten alle den wunsch der vater möchte schreiben aber sie wagten nicht rein zu reden nun machte der vater halt blieb vor der mutter stehen und sagte bestimmt 100 mark lassen sich verschmerzen aber nicht die schande der kinder wir wollen das kleinere übel auf uns nehmen du machst dir auch sonst ernst mit dem wort den nächsten lieben wie dich selbst so blieb der brief an den russischen general ungeschrieben aber ein anderer brief wurde in dieser nacht abgefasst in ihrem kalten schlafzimmer bei schwachem kerzenlicht hockten karl wilhelm und otto beisammen und schrieben an die söhne des generals ihrer entrüstung über die schnöde handlungsweise gaben sie in kräftigen worten ausdruck den edelmut des vaters der aus rücksicht auf den general diesem die schandtat nicht verraten wollte priesen sie mit begeisterten worten schilderten dann die vielen entbehrungen die die eltern sich auflegen mussten wenn eine so große summe wegfiel und wandten sich am schluss mit volltönenden worten an das ehrgefühl der jungen leute mit der aufforderung das geld zurück zu erstatten otto musste mit seiner schönen schulgemäßen handschrift den brief ins reine schreiben dann setzten alle drei ihre unterschrift darunter sie überschrieben an feodor den älteren der beiden brüder die berliner adresse hatten sie gelesen es fehlte nichts mehr an dem brief morgen auf dem weg zur schule konnte er in den schalter geworfen werden mit großer innerer befriedigung legten sie sich nun zu bett auf diesen aufruf hin musste das geld zurückkommen an dem erfolg war gar nicht zu zweifeln und welche überraschung welche freude musste das geben es ist aber merkwürdig wie die dinge bei nüchternem tageslicht so ganz anders erscheinen als in der abend beleuchtung als die brüder am nächsten morgen auf dem schulweg waren warf karl die frage auf warum lassen wir eigentlich den vater unseren brief nicht vorher lesen wilhelm und otto wussten gründe genug weil sonst keine überraschung mehr dabei ist weil die eltern so ängstlich sind und keinen verdacht äußern wollen während doch alles so klar wie der tag ist weil der vater die schönsten sätze über seinen edelmut streichen würde weil dann wahrscheinlich aus dem ganzen einfall nichts würde nein wenn man wollte dass der brief abging so musste man ihn heimlich abschicken nicht lange vorher fragen aber das heimliche das eben war karl zuwider am ersten schalter warf er den brief nicht ein es kamen ja noch mehrere auf dem schulweg aber die brüder drangen in ihn jede überraschung muss heimlich gemacht werden sonst ist es ja keine du bist immer so bedenklich und ängstlich was kann denn der brief schaden gar nichts im schlimmsten falle nützt er nichts aber schaden kann er nichts das musst du selbst sagen karl wusste auch nicht was er schaden sollte und dennoch wollte er durchaus auch beim zweiten schalter den brief nicht herausgeben die eltern sind immer so sehr gegen das heimliche sagte er und es ist wahr dass schon oft etwas schlimm ausgegangen ist was wir heimlich getan haben ihr habt gut reden wenn die sache schief geht heißt es doch karl du bist der älteste du hättest es nicht erlauben sollen allmählich brachte er mit seinen bedenken otto auf seine seite nur wilhelm blieb dabei dass sie ganz übertrieben ängstlich seien und machte bei dem dritten und letzten schalter einen versuch karl den brief zu entreißen es gelang aber nicht und da nun schulkameraden sich anschlossen musste die schlussberatung auf den heimweg verschoben werden das ende derselben war sie wollten der mutter von dem brief erzählen wie wenn dieser schon abgeschickt wäre hatte sie dann nur freude darüber dann konnte man ihn ruhig einwerfen hatte sie bedenken so wollte man ihn vorzeigen so wurde frau pfäffling zugeflüstert sie möchte nach tisch einen augenblick in das bubenzimmer kommen dort fand sie ihre drei großen die ihr nun ziemlich erregt und meist gleichzeitig von dem brief erzählten den sie gestern noch bei nacht geschrieben an den jungen feodor überschrieben und heute morgen auf dem schulweg mitgenommen hätten die kräftigen ausdrücke der verachtung gegen die handlungsweise der jungen russen und die beschwörung das geld zurück zu erstatten wurden fast wörtlich angeführt im ersten augenblick hörte frau pfäffling gleichmütig zu aber dann veränderte sich plötzlich ihr ausdruck sie sah angstvoll ja fast entsetzt auf die drei jungen und wurde ganz blass sie erschraken über diese wirkung und verstummten Kinder was habt ihr getan rief die mutter schmerzlich wenn ihr auch an feodor überschrieben habt die briefe bekommen doch die eltern in die hand die söhne sind wohl gar nicht mehr bei ihnen im hotel sondern in der erziehungsanstalt und das könnt ihr glauben der general übergibt keinen brief mit fremder handschrift an seine söhne ohne ihn zu lesen nun erfährt er durch euch auf die schroffste weise eben das was der vater vor ihm verbergen wollte es ist unverantwortlich euch so einzumischen in das was euch nichts angeht die kinder hatten der mutter als sie ihren schrecken sahen schon ins wort fallen sie beruhigen wollen aber frau pfäffling war nicht begierig entschuldigungen zu hören und anderes glaubte sie nicht zu erwarten da drückte ihr karl den brief in die hand und rief fort ist der brief noch nicht mutter da hast du ihn erschrick doch nicht so gott lob und dank rief frau pfäffling habt ihr nicht gesagt er sei schon abgesandt o kinder wie bin ich froh es wäre mir schrecklich gewesen für den vater für den general und auch für euch denn wir hätten nie mehr in eurer gegenwart etwas besprochen hätten alles vertrauen in euch verloren wenn ihr euch heimlich in solche dinge mischt sie standen beschämt denn wie waren sie doch so nah daran gewesen das heimliche zu vollbringen später wenn ich zeit habe will ich den brief lesen sagte frau pfäffling ich kann mir ja denken dass ihr empört seid über die jungen leute aber was nur ein verdacht ist darf man nicht aussprechen wie wenn es gewissheit wäre wisst ihr nicht dass oft schon die klügsten richter einen menschen verurteilt haben weil der schwerste verdacht gegen ihn vorlag und später stellte sich doch heraus dass er unschuldig war man kann da gar nicht vorsichtig genug sein Herr pfäffling bekam den brief zu lesen er wurde nachdenklich darüber so wie die kinder gerne geschrieben hätten sagte er zu seiner frau so kann man freilich nicht schreiben aber der gedanke sich an die söhne zu wenden ist vielleicht nicht schlecht bisher waren sie noch unter der steten aufsicht der eltern ich wüsste nicht wie sie in dieser zeit das unterschlagene geld hätten verausgaben sollen ich müsste an sie schreiben sobald der general und seine frau abgereist sind der abschied wird den jungen leuten gewiss einen tiefen eindruck machen der general wird ernste worte mit ihnen reden wenn sie in dieser stimmung einen brief von mir erhalten und sehen wie ich ihre eltern gerne schonen möchte ist es nicht unmöglich dass sie ihr unrecht gut machen sie mögen ja schwach sein und leicht einer versuchung unterliegen aber sie sind auch weichen gemüts und zum guten zu bestimmen ich will wenigstens den versuch machen frau pfäffling saß in dieser zeit viel am bett der kleinen masern kranken ihr mann musste das krankenzimmer meiden um seiner schüler willen aber wie eine erscheinung stand er eines tages plötzlich vor ihr warf ihr eine hand voll geld in den schoß und rief vergnügt das russengeld und war in demselben augenblick schon wieder verschwunden seine drei großen jungen rief er zu sich las ihnen den reuevollen brief der jungen leute vor und gab in seiner freude jedem der drei ein kleines geldstück weil sie ihn durch ihren brief auf einen guten gedanken gebracht hatten aber wilhelm wollte es nicht annehmen war er es doch gewesen der darauf beharrte den brief ohne vorher zu fragen einzuwerfen vater sagte er du weißt nicht so genau wie die sache zugegangen ist ich bin schon froh dass nur kein unheil entstanden ist aus unserem brief eine belohnung will ich lieber nicht nehmen die hat nur karl verdient gib sie nur ihm noch am selben abend erhielt der ohrenarzt sein geld mit einer entschuldigung über die verzögerung und der aufrichtigen bemerkung dass es herrn pfäffling nicht früher möglich gewesen wäre die summe zusammenzubringen der arzt saß mit seiner gemahlin beim abendessen ist denn der pfäffling nicht der direktor der musikschule der neulich einen ball gegeben hat bewahre du bringst auch alles durcheinander sagte die gattin die sich nicht durch liebenswürdigkeit auszeichnete der pfäffling ist ja bloß musiklehrer es ist doch der von dem man einmal erzählt hat dass er seine zehn kinder ausschickte um wohnungen zu suchen weil niemand die große familie aufnehmen wollte o tausend rief der doktor wenn ich das gewusst hätte dem hätte ich keine so gesalzene rechnung geschickt du verwechselst auch alle menschen die menschen nicht bloß die namen der direktor heißt ganz ähnlich gar nicht ähnlich nicht meine ich doch wie hieß er noch mir fällt der name gerade nicht ein aber ähnlich ist er gar nicht doch nein nachdem sie noch eine weile über die ähnlichkeit eines namens gestritten hatten den sie beide nicht wußten schob der arzt das geld ein mit einem bedauernden ändern lässt sich da nichts mehr elschens krankheit war gnädig vorübergegangen sie war wieder außer bett hatte aber noch hausarrest und viel langeweile sie freute sich über den heutigen lichtmessfeiertag an dem die geschwister schulfrei waren am nachmittag machte sie sich an frieda heran der geigend in der küche stand und bat schmeichelnd dass er nun endlich aufhöre und mit ihr spiele er nickte nur und spielte weiter sie wartete geduldig endlich mahnte ihn walburg frieda hör auf du hast schon zu lange gespielt der vater wird zanken da gab er endlich nach und elschen folgte ihm fröhlich in das musikzimmer wo die geige ihren platz hatte als frieda aber sah dass der vater gar nicht zu hause war nahm er sie wieder schnell zur hand und spielte du böser rief die kleine schwester und tränen der enttäuschung traten ihr in die augen nach einer weile ertönte draußen die klingel der vater kommt rief else gespannt und sah nach der tür aber noch ehe diese aufging war frieda mit seiner geige durch die andere tür hinausgegangen er flüchtete sich in das bubenzimmer spielte und spielte endlich holte sich die kleine schwester den bruder zur hilfe frieda mahnte karl ich rate dir dass du jetzt augenblicklich aufhörst du hast gewiss schon drei stunden gespielt da machte der leidenschaftliche geiger ein finsteres gesicht wie es noch niemand an dem guten kleinen kerl gesehen hatte und sagte trotzig zu karl ich kann jetzt nicht aufhören ich spiele bis ich fertig bin in diesem augenblick kam frau pfäffling herein da stürzte elschen weinend auf sie zu und rief alle sagen ihm er soll aufhören und er tut's doch nicht vielleicht hört er gar nie mehr auf sie ihn nur an durch diesen verzweifelten ausruf der kleinen und vielleicht noch mehr durch den anblick der mutter kam frieda zu sich ließ die geige sinken legte den bogen aus der hand und senkte schuldbewusst den kopfen hast du gewusst dass es über die zeit ist und hast dennoch weiter gespielt fragte frau pfäffling das hätte ich nicht von dir gedacht frieda wenn du über deiner geige allen gehorsam vergisst dann ist's wohl besser das geigenspiel hört ganz auf bleib hier ich will hören was der vater meint frau pfäffling ging hinaus frieda blieb wie angewurzelt stehen die geschwister sammelten sich allmählich um ihn sie berieten was geschehen würde drangen in ihn er solle gleich um verzeihung bitten und als nun die eltern miteinander kamen war eine schwüle stimmung im zimmer frieda wagte kaum aufzusehen aber trotzig schien er nicht denn er sagte deutlich es tut mir leid das muss dir freilich leid sein frieda sagte der vater wenn du bloß im eifer vergessen hättest dass du über die zeit spielst dann könnte ich dir das leicht verzeihen aber wenn du erinnert wirst dass du aufhören solltest und magst nicht folgen wenn du mit aller absicht tust was ich dir schon oft streng verboten habe dann ist's aus mit dem geigenspiel was meinst du wenn ihr kinder alle nicht folgen wolltet wenn jeder täte was ihm gut dünkte das wäre gerade wie wenn bei dem orchester keiner den dirigenten sähe sondern jeder spielte wann und was er wollte nein frieda meine kinder müssen folgen mit deinem geigenspiel ist's vorbei ich will nicht sagen für immer aber für ja und tag gib sie her frieda der die geige leicht in der hand gehalten hatte drückte sie nun plötzlich an sich verschränkte beide arme darüber und wich einen schritt vom vater zurück sie waren alle über den widerstand so bestürzt dass es fast einstimmig über alle lippen kam aber frieda herr pfäffling sah mit maßlosem erstaunen den kleinen an der immer der gutmütigste von allen gewesen war und der jetzt was noch keiner gewagt hatte sich ihm widersetzte einen augenblick besann er sich und dann ohne nur dem zurückweichenden nachzugehen streckte er rasch seine langen arme aus hob den kleinen burschen samt seiner geige hoch in die luft und rief indem er ihn so schwebend hielt mit gewalt kommst du gegen mich nicht an merkst du das ernst fügte er hinzu als er ihn wieder auf den boden setzte nun gib du mir gutwillig die geige frieda aber die arme des kindes lösten sich nicht von allen seiten laut und leise wurde ihm von den geschwistern zugeredet gib sie her und als frau pfäffling sah wie er das instrument leidenschaftlich an sich presste fragte sie schmerzlich frieda ist dir deine geige lieber als vater und mutter der kleine beharrte in seiner stellung so behalte du deine geige rief nun lebhaft der vater hier hast du auch den bogen dazu dann kannst du spielen solange du magst aber unser kind bist du erst wieder wenn du sie uns gibst und indem er die tür zum vorplatz weit aufmachte rief er laut und drohend geh hinaus du fremdes kind da verließ frieda das zimmer draußen stand erregungslos in einer ecke des vorplatzes innen schluchzten die schwestern ergriffen waren alle von dem vorfall herr pfäffling ging erregt hin und her und dann hinaus in den vorplatz wo er wallbock mit so lauter stimme dass es bis ins zimmer drang zurief das kind da soll gehalten werden wie ein armes bettelkind es darf hier draußen im vorplatz bleiben da kann es auch essen und man kann ihm nachts ein kissen hinlegen zum schlafen geben sie ihm den küchenschemel dass er sich setzen kann es dauert mich weil es keinen vater und mutter mehr hat hierauf ging er hinüber in sein zimmer frau pfäffling zog elschen an sich die sich nicht zu fassen vermochte sei jetzt still kind sagte sie frieda wird bald einsehen dass er folgen muss wir lassen ihn jetzt ganz allein dass er sich besinnen kann er wird dem vater die geige bringen dann ist alles wieder gut als die zeit des nachtessens kam deckten die schwestern auch für frieda sie rechneten alle dass er kommen würde her pfäffling der zum essen gerufen war ging zögernd langsam an frieda vorbei der als ein jammervolles häufchen auf dem schemel saß und die gelegenheit die ihm der vater geben wollte vorüber gehen ließ er kam nicht zu tisch trag ihm zu essen hinaus so viel er sonst bekommt sagte herr pfäffling der hunger soll ihn nicht zu uns treiben die liebe soll es sein und das gewissen so aß der kleine draußen im vorplatz und so oft die zimmertür aufging kamen ihm die tränen denn er sah die seinen um die lampe am tisch sitzen und sein platz war leer aber er hatte ja seine geige und nach dem essen wollte er spielen immer zu spielen im zimmer horchten sie plötzlich auf er spielt flüsterte eines der kinder von draußen erklang ein leiser geigenton sie lauschten alle drei striche dann verstummte die musik die drei töne hatten frieda weh getan er wußte nicht warum der kleine geiger hatte früher noch nie mit traurigem herzen nach seiner geige gegriffen darum hatte er keine ahnung wie schmerzlich die musik das menschenherz bewegen kann nach einer weile begann er noch einmal zu spielen aber wieder brach er mitten darin ab denen die ihm zuhörten ging es nahe vor allem den schwestern die marianne möchte hinaus zu frieda sagte die mutter herr pfäffling verwehrte es nicht sie fanden ihn auf dem schemel kauernd wie er die auf seinen knien liegende geige mit schmerzlichem blick ansah sie setzten sich zu ihm und flüsterten mit ihm eine weile später als herr pfäffling in seinem musikzimmer war kam ein sonderbarer zug zu ihm herein voran kam frieda und trug mit beiden händen etwas das eingehüllt war in mariannes großen schwarzgrauen schal es war fast wie ein kleiner sarg anzusehen ernst genug sah auch der kleine träger aus die schwestern folgten als trauergeleite da drinnen ist die geige sagte frieda zu seinem vater der fragend auf die merkwürdige umhüllung sah dann nahm ihm herr pfäffling rasch den pack ab legte ihn beiseite ergriff seinen kleinen jungen zog ihn an sich und sagte in warmem ton nun ist alles gut frieda und du bist wieder unser kind frieda weinte in des vaters armen seinen schmerz aus später erst vertrauten die schwestern dem vater an solange frieda seine geige gesehen hat war es ihnen zu schwer sie herzugeben erst als wir sie zugedeckt haben und ganz eingewickelt da hat er sie nimmer mit so traurigen augen angesehen als frieda längst schlief sprachen seine eltern noch über ihn wie kann man nur eine so leidenschaftliche liebe für die musik haben sagte frau pfäffling mir ist das ganz unverständlich von dir hat er es wohl auch nicht entgegnete herr pfäffling und fügte nachdenklich hinzu ganz ohne musik kann ich ihn nicht lassen das wäre wie wenn ich einem hungrigen die speise versagen wollte ich denke am besten ist ich lehre ihn klavier spielen danach hat er bis jetzt kein verlangen und wird es leichter mit maßen betreiben ja und lernen muss er es doch denn daran wird man kaum zweifeln können dass er einmal ein musiker wird unser musiklehrer sagte schwermütig es wird wohl so kommen ende von kapitel 11 kapitel 12 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 12 ein haus ohne mutter so ganz allmählich und unmerklich war es gekommen dass von frau pfäfflings reise zur großmutter gesprochen wurde als von einer ausgemachten sache obwohl niemand hätte sagen können an welchem tag sie die ansicht aufgegeben hatte dass die reise ganz unmöglich sei nur auf alle fälle entschloss sie sich zum einkauf eines kleiderstoffes und als die geschneiderin das kleid anfertigte hörte man frau pfäffling sagen nicht zu lang damit es nötigenfalls auch als reisekleid praktisch ist auf alle fälle nahm sie eines tages das kursbuch zur hand um zu sehen wie sich die reise am besten machen ließe und was sie gesehen trug sie auf alle fälle in ihr merkbuch ein wer wird aber nicht reisen wenn das reisekleid fertig im schrank hängt und die besten zugverbindungen herausgefunden sind so war es nun wirklich doch so weit gekommen dass sich frau pfäffling anfang februar für einen bestimmten tag bei ihrer mutter ansagte darauf kam eine karte die mit herzlichem willkommensgruß begann und mit der anfrage schloß ob frau pfäffling nicht mit leichterem herzen reisen würde wenn sie ihr älschen mitnähme das kind zahle ja nur den halben fahrpreis diese karte die herr pfäffling im zimmer vorlas brachte große aufregung in die kinderschar und ungefragt gaben sie alle ihre gefühle und meinungen kund bis der vater die tür weit aufmachte und den ganzen aufgeregten schwarm hinaus scheuchte du hättest es gar nicht vor den kindern vorlesen sollen ehe wir entschlossen sind sagte frau pfäffling freilich aber ich kann dich auch nicht bei jeder gelegenheit zu mir herüber rufen und wo du bist sind ja immer ein paar kinder ja ja erwiderte frau pfäffling lächelnd und warten bis sie in der schule sind oder bis am abend warten kann man nicht wenn man pfäffling heißt sie berieten zusammen und waren sehr bald entschlossen und riefen die kinder zurück frau pfäffling sah den blick der kleinen gespannt auf sich gerichtet sie zog das kind an sich es kann nicht sein älschen sagte sie und ich will dir auch erklären warum bei einer so weiten reise ist auch der halbe fahrpreis schon teuer und selbst wenn ihn die gute großmutter für dich zahlen wollte könnte ich dich doch nicht mitnehmen denn wer sollte daheim die tür aufmachen wenn es klingelt während alle in der schule sind walburg hört das ja nicht und sie versteht nicht was die leute sagen die kommen du musst unsere pförtnerin sein solange ich fort bin wenn du nicht daheim wärst könnte ich gar nicht reisen das kleine jüngferchen war verständig es sah ein dass es zurückbleiben musste der traum hatte nur kurz gedauert und war undeutlich gewesen denn was wusste elschen von fremden ländern und menschen von reiselust und erlebnissen für sie war die heimat noch die welt die neues und merkwürdiges genug brachte so kam es zur verwunderung der großen geschwister nicht einmal zu ein paar tränen bei der kleinen schwester die doch heute nachtisch geweint hatte weil sie nicht mit hinunter gedurft hatte auf die balken in den nassen hof der letzte tag vor der abreise war gekommen frau pfäffling war es schwer ums herz gut das tag und stunde längst festgesetzt waren sonst hätte sie ihren koffer wohl wieder ausgepackt aber sie wusste wie sehnlich sie erwartet wurde es gab kein zurück mehr es musste jetzt sein geschäftig ging sie heute alles voraus bedenkend hin und her im haus aber überall wo sie auch war in küche keller und kammer folgte ihr frieda er störte sie nicht wenn sie räumte überlegte oder anordnete er verlangte nichts als bei ihr zu sein so nah wie möglich sie spürte sein heimweh es war ein langes stummes abschied nehmen einmal kam es auch zur aussprache in einem augenblick wo sie oben in der bodenkammer allein mit ihm war mutter geld du glaubst das nimmer was du neulich gesagt hast was denn kind es wollte nicht über seine lippen kommen was mein kind sag es mir dass ich die geige lieber habe als dich und den vater nein herz kind das glaube ich schon lange nicht mehr du hast ja dem vater deine geige gegeben ich weiß gut wie lieb du uns hast darum tut dir ja auch der abschied weh aber es muss doch auch einmal sein dass ich zu meinem eigenen mütterlein wieder gehe eben weil man seine mutter so lieb hat das verstehst du ja und denke nur das freuden fest wenn wir wieder zusammen kommen wie wird das köstlich werden so tröstete die mutter den kleinen und tröstete sich zugleich selbst dann nahm sie die gelegenheit war und sprach mit karl allein ein wort nimm dich ein wenig um friede an er ist immer noch traurig wegen seiner geige darum fällt ihm auch der abschied besonders schwer ja er geigt oft ohne geige ganz in der stille mutter hast du es schon gesehen er stellt sich hin wie wenn er seine geige hätte neigt den kopf nach links biegt den arm und streicht mit dem rechten wie wenn er den bogen führte und dann hört er die melodien das sieht man ihm gut an da tut er mir oft leid ja auch mir aber morgen wenn ich fort bin will ihm der vater die erste klavierstunde geben darüber wird er die geige vergessen und wenn nun der schnee vollends geschmolzen ist und ihr wieder im hof turnen könnt dann nimm nur auch frieda dazu und mache ihm lust und noch etwas ich meine deine mathematikstunden mit wilhelm werden nicht mehr regelmäßig eingehalten oh doch mutter oder sind sie so kurz dass man nicht viel davon bemerkt das kann sein auf die uhr schauen wir gewöhnlich nicht ich glaube eure stunde hat manchmal nur 15 minuten das ist aber nicht genug ihr müsst eure zeit einhalten denke nur wenn wilhelm wieder eine so schlechte note bekäme die bekommt er nicht noch einmal mutter du kannst dich darauf verlassen bald nachher rief frau pfäffling wilhelm und otto zu sich hinunter in die holzkammer ihr habt ja gar keinen vorrat gespaltenes holz mehr sagte sie daran dürft ihr es nicht fehlen lassen solange ich fort bin walburg muss in dieser zeit alle meine arbeit tun sie kann nicht auch noch für holz und kohlen sorgen und nun ging es an die mädchen marianne ihr müsst walburg so viel wie möglich alle gänge abnehmen solange ich fort bin ja ja mutter das tun wir doch immer manchmal sagt ihr doch wir haben zu viel aufgaben oder wir haben die stiefel schon ausgezogen ihr müsst lieber die stiefel dreimal an und ausziehen als es darauf ankommen lassen dass walburg mitten am vormittag vom kochen fortspringen muss so ging der letzte tag mit vorsorgen und ermahnungen aller art hin und am morgen der abreise schon im reisekleid nahm frau pfäffling noch einmal nadel und fingerhut zur hand um einen eben entdeckten schaden an einem kinderkleid auszubessern sie sorgte noch auf dem wege zur bahn ja aus dem wagenfenster kamen noch hausmütterliche ermahnungen bis endlich der zug durch eine kaum hörbare erste bewegung zur fertigen tatsache machte dass frau pfäffling verreist war sie konnte ihre gedanken nicht gleich los machen die gingen noch eine weile im alten geleise dann kam die einsicht dass all dies denken ihr selbst nur das herz schwer machen und den zurückgebliebenen nichts nützen konnte zugleich verschwanden auch die letzten häuser und anlagen der stadt freie noch mit schnee bedeckte ecke und felder tauchten auf eine stille einförmige natur da machte sie es sich bequem in dem wagen lehnte sich behaglich zurück ergab sich darein daß sie nichts sorgen und nichts leisten konnte und empfand eine wohltuende ruhe ein gefühl der erholung während sie der stätte ihrer tätigkeit mit gewaltiger eile immer weiter entführt wurde manches dorf war schon an frau pfäffling vorübergesaust bis ihr mann mit den kindern nur wieder in die frühlingsstraße zurückgekehrt war sie machten sich an ihre arbeit wie sonst und alles ging seinen geregelten gang nur elschen lief an diesem vormittag mit tränen durch die stillen zimmer die anderen empfanden die lücke erst so recht bei dem mittagessen es verlief auffallend still eigentlich war ja frau pfäffling keine sehr gesprächige frau ihr mann und ihre kinder waren lebhaftere naturen heute hätte man das gegenteil glauben können eine so schweigsame mahlzeit hatte es noch selten an diesem tisch gegeben freilich war der vater auch von der ihm ungewohnten beschäftigung hingenommen das essen auszuteilen er merkte erst jetzt wie viel das zu tun machte und es dauerte gar nicht lange so führte er den brauch ein dass karl für wilhelm die suppe ausschöpfen musste wilhelm für otto und so nacheinander herunter immer das ältere unter den geschwistern dem jüngeren anfangs machte es den kindern spaß aber es ging nicht immer so friedlich und so säuberlich zu wie bei der mutter und walburg wunderte sich dass sie bald noch eine fast gefüllte bald eine ganz leere suppenschüssel abzutragen hatte da war ja gar kein regelmäßiger verbrauch mehr wie bisher ganz sonderbar erschienen herrn pfäffling und karl die späten abendstunden wo sie allein beisammen saßen sie waren sich so nahe gerückt und wussten doch nicht viel miteinander anzufangen so glicht das zimmer oft einem lesesaal in dem die vorschrift befolgt wird man bittet nicht zu sprechen das wurde aber besser nach den ersten tagen es kamen ja auch briefe von der mutter über die vater und sohn sich gerne unterhielten die briefe brachten gute nachrichten es war ein beglückendes wiedersehen zwischen mutter tochter und geschwistern wenn auch nicht ganz ohne wehmut was war es für ein gealtertes pflegebedürftiges großmütterlein das da im lehnstuhl saß nicht mehr imstande ohne hilfe von einem zimmer in das andere zu gehen und wiederum wo war frau pfäfflings jugendblüte geblieben welch deutliche spuren hatten die mühsal des lebens auf ihren feinen zügen eingegraben aber dieser erste wehmütige eindruck verwischte sich bald schon nach einigen stunden hatten sie sich an die veränderung gewöhnt und fanden wieder die geliebten und vertrauten züge heraus es war auch kein grund zu trauriger empfindung da denn die alte frau hatte keine schmerzen zu leiden sie genoss dankbar ein friedliches alter unter der treuen pflege der unverheirateten tochter die bei ihr und für sie lebte und die junge frau wenn man frau pfäffling dennoch so nennen wollte sprach mit solcher liebe von ihrem großen familienkreis und schien so gereift durch reiche lebenserfahrung dass es allen deutlich zum bewusstsein kam das leben habe ihr mit all seiner mühe und arbeit köstliches gebracht am wenigsten verändert hatte sich frau pfäfflings schwester matilde die noch ebenso frisch und kräftig erschien wie vor jahren sie führte die schwester in das freundliche sonnig gelegene und wohl durchwärmte gastzimmer zog sie an sich küsste sie herzlich und sagte cäzilien nun soll es dir gut gehen du wirst sehen wie ich dich pflege ich bin gar nicht krank matilde nein das ist ja eben das gute dass du nur überanstrengt bist nichts tue ich lieber als solche abgearbeiteten menschenkinder zur ruhe bringen und herausfüttern es ist eine wahre lust zu sehen wie rasch das anschlägt da kann man viel erreichen in vier wochen frau pfäffling wurde nachdenklich matilde sagte sie kannst du das nicht in drei wochen erreichen warum nein das ist zu kurz du hast doch vier wochen urlaub ja mein mann und die kinder denken auch gar nicht anders als dass ich vier wochen wegbleibe aber ich selbst habe mir im stillen schon von anfang an vorgenommen nach drei wochen zurückzukommen und habe gehofft dass du mich darin unterstützt denn sie es ist zu lange einen solchen haushalt mann sieben kinder und ein fast taubes mädchen zu verlassen es kommt so oft etwas vor bei uns was soll denn vorkommen was fürchtest du fragte matilde das kann ich dir nicht sagen ich weiß es ja selbst nicht vorher aber es ist so bald schreiben die kinder einen brief der unangenehme folgen haben könnte bald hört einer nicht auf zu musizieren wenn er einmal anfängt und selbst wenn nichts besonderes vorkäme das alltägliche bringt schon schwierigkeiten genug elschen muss vormittags immer allein die tür aufmachen und bescheid geben das ist unheimlich in einer großen stadt und wenn du immer noch nicht überzeugt bist matilde dann will ich dir noch etwas sagen ich meine wenn mein mann 21 mal mit karl abends allein am tisch gesessen ist so ist das wirklich genug und es wäre an der zeit dass ich wieder käme so sollen wir dich ziehen lassen ehe nur dein urlaub abgelaufen ist ich habe mir das so nett ausgedacht und freue mich darauf matilde wenn ich etwa nach zwei wochen heim schreibe dass ich schon in der nächsten woche komme du kennst ja meinen mann er ist noch gerade so lebhaft wie früher und die meisten unserer kinder haben seine gemütsart da gibt es nun bei solch einer nachricht immer gleich einen jubel das solltest du einmal mit ansehen und hören können frau pfäffling sah im geist ihre fröhliche schar und ein glückliches leuchten ging über ihr gesicht in diesem augenblick sah sie ganz jugendlich und gar nicht pflegebedürftig aus als die schwestern das gastzimmer verließen hatten sie sich auf drei wochen geeinigt die ersten tage vergingen in stillem glücklichem beisammensein es war für frau pfäffling eine wonne so ganz ohne häusliche sorgen bei der mutter sitzen zu dürfen und zu erzählen teilnahme und volles verständnis war da zu finden für alles was ihr leben erfüllte und doch stand die mutter selbst schon fast über dem leben einen weiten weg hatte sie in 80 jahren zurückgelegt und nun nahe dem ziel überblickte sie das ganze wie aus der ferne da sieht sich manches anders an als wenn man mittendrin steht von der höhe herab erkennt man was irrwege sind oder richtige wege und wer hören will der konnte hier manch guten rat für den eigenen lebensweg bekommen frau pfäffling war von denen die hören wollten in die zweite woche ihres aufenthalts fiel der 80 geburtstag zu diesem familienfest fand sich unter anderen gästen auch frau pfäfflings einziger bruder ein mit einer frau und einer 15 jährigen tochter einem lieblichen fein erzogenen mädchen diesen bruder der professor an einer norddeutschen universität war hatte frau pfäffling auch seit vielen jahren nicht mehr gesehen aber aus der ferne hatte eines an des anderen schicksal und entwicklung stets anteil genommen und so war es beiden eine besondere freude sich einmal wieder ins auge zu sehen wir müssen auch ein stündchen herausfinden um allein miteinander zu plaudern sagte der bruder während des festlichen mittagsmahles zu seiner schwester und als nach tisch während die geburtstägerin ruhte eine schlittenfahrt unternommen wurde saßen bruder und schwester in einem kleinen schlitten allein hier im nördlichen deutschland lag in diesem februar noch überall schnee und die bahn war glatt die kälte nicht streng die fahrt eine lust frau pfäffling sah nach dem schlitten zurück indem mit anderen gästen ihre junge nichte saß wie reizend sie ist sagte frau pfäffling und so wohl erzogen wenn du meine kinder daneben sehen würdest sie kämen dir ein wenig ungehobelt vor zum abhobeln hast du wohl keine zeit meine frau hat es leichter als du sie gibt sich auch viel mühe mit der erziehung ja bei sieben geht es immer nur so aus dem gröbsten und man wird damit oft kaum fertig unsere drei haben trotzdem auch ihre fehler sie streiten viel miteinander wie ist das bei euch es kommt auch vor aber meistens sind sie doch vergnügt miteinander sie haben ihres vaters frohe natur und sind leicht zu erziehen nur sollte man sich eben mehr mit dem einzelnen abgeben können hat man für die deinigen zu wenig zeit so für die unsrigen zu viel ich fürchte dass sie gar zu sorgfältig beachtet werden jederzeit ist das fräulein zu ihrer verfügung außerdem haben wir noch zwei dienstmädchen und mit unserem jungen werden sie oft alle drei nicht fertig so besprachen die geschwister in aller vertraulichkeit miteinander die häuslichen verhältnisse und dann wollte frau pfäffling näheres hören über einen reiseplan den ihr bruder schon bei tisch erwähnt hatte er beabsichtigte in den osterferien eine reise nach italien zu machen dabei durch süddeutschland zu kommen und die familie pfäffling zu besuchen an diesen plan schloss sich noch ein weiterer an den der professor nach dieser schlittenfahrt fasste und zunächst mit seiner frau allein besprach wenn auf der einen seite viele kinder waren auf der anderen wenig auf der einen seite zeit bedienung und geld knapp auf der anderen alles reichlich warum sollte man nicht einen ausgleich versuchen bruder und schwägerin machten den vorschlag einen der jungen pfäfflinge auf jahr und tag zu sich zu nehmen die sache wurde überlegt es sprach viel für den plan frau pfäffling wollte mit ihrem mann darüber sprechen und wenn er einverstanden wäre sollte der bruder auf der osterreise sich selbst umsehen und wählen welches der kinder am besten zu den seinigen passen würde das auserlesene sollte er dann auf der heimreise gleich mit sich nehmen mit dieser aussicht auf ein baldiges wiedersehen reiste der bruder mit seiner familie wieder ab und in der umgebung der 80 jährigen mutter wurde es still wie vorher frau pfäffling erhielt treulich bericht von den ihrigen aber sie erfuhr doch nicht alles was daheim vor sich ging ihr mann hatte die losung ausgegeben nur was erfreulich ist wird brieflich berichtet sonst wird der mutter der aufenthalt verdorben alles andere wird erst mündlich erzählt so gingen der nachrichten ab über gelungene mathematik arbeiten und neue klavierschüler über einen maskenzug und faßnachtskrapfen über frieders regelmäßiges klavierspiel und über der hausfrau freundliche teilnahme aber worin sich zum beispiel diese teilnahme frau hartwigs gezeigt hatte das und noch manches andere blieb verschwiegen mit der hausfrau hatte sich das so verhalten eines mittags als herr pfäffling von der musikschule heimkam sprach ihn frau hartwig an haben sie denn heute nacht nichts gehört herr pfäffling nicht ein stöhnen oder dergleichen nein sagte herr pfäffling ich habe gar nichts auffallendes gehört aber es muss doch aus ihrer wohnung gekommen sein nun ist es schon die zweite nacht dass ich davon aufgewacht bin kann es sein dass eines der kinder so heimweh hat dass es bei nacht laut weint aus einem der schlafzimmer kommt der schmerzliche ton irgendetwas ist nicht in ordnung ich habe schon die kinder danach gefragt aber nichts erfahren können das will ich bald herausbringen sagte herr pfäffling und ging hinauf er fragte zunächst nicht sah sich aber bei tisch aufmerksam die tafelrunde an frische fröhliche gesichter waren es die nichts verrieten von nächtlichem kummer oder doch ja eines sah allerdings blass und überwacht aus ernst und fast wie von schmerz verzogen das war anne ihr mußte etwas fehlen er beobachtete sie eine weile und machte sich vorwürfe dass er das bisher übersehen hatte wenn die mutter da gewesen wäre die hätte es bemerkt auch ohne der hausfrau mitteilung nach tisch als die kinder sich zerstreut hatten hielt er die schwestern zurück ist dir nicht gut anne fragte er oh doch erwiderte sie rasch und wurde über und über rot du meinst wohl in dem punkt dürfe man lügen entgegnete herr pfäffling weil ich lieber höre dass du wohl bist aber ich möchte auch darüber gern die wahrheit hören da senkte sie schon mit tränen in den augen den kopf und herr pfäffling wußte woran er war warum hast du denn geweint heute nacht fragte er wenn die mutter nicht da ist müsst ihr mir euren kummer anvertrauen das geschah nun auch und er erfuhr daß anne wieder an ohrenschmerzen litt diese waren bei nacht heftig geworden marie hatte ihr ein mittel eingeträufelt das noch vom vergangenen jahr dastand und umschläge gemacht aber es hatte alles nichts geholfen und erst gegen morgen waren die schwestern eingeschlafen so war es nun schon zwei nächte gewesen sie hatten es dem vater verschweigen wollen denn anne mochte nicht zum ohrenarzt geschickt werden sie fürchtete die behandlung und fürchtete auch die große neujahrsrechnung am nachmittag aber saßen doch die zwei schwestern im wartezimmer des arztes der vater hatte der verzagten mut gemacht und den schwestern vorgehalten dass anne schwerhörig wie walburg werden könnte wenn etwas versäumt würde der arzt erkannte das zwillingspaar gleich wieder die zwei unzertrennlichen rührten ihn die gesunde schwester sah gerade so ängstlich aus wie die kranke sie zuckte wie diese beim schmerz und doch kam sie immer als treue begleiterin diesmal konnte er beide trösten es ist nichts schlimmes sagte er das gibt keine so böse geschichte wie voriges jahr aber das alte mittel schüttelt weg das macht die sache nur schlimmer ich gebe euch ein anderes wenn eure mutter verreist ist so kommt lieber alle tage zu mir ich will es selbst einträufeln und sagt nur eurem vater einen gruß und das gehe noch auf die rechnung vom vorigen jahr das ist nachbehandlung die dazu gehört darüber wurden die schwestern so vergnügt dass sie anfingen mit dem gefürchteten arzt vertraulich zu plaudern so erfuhr er denn auch dass anne nicht so taub werden wollte wie walburg hört die denn gar nichts mehr fragte er uns versteht sie schon noch wenn wir etwas recht laut ins ohr sagen aber es wird alle jahre schlimmer geht sie nie zum arzt davon hatten die schwestern nicht reden hören aber sie wussten ganz gewiss dass man ihr nicht helfen konnte manchmal kann man doch so ein übel zum stillstand bringen sagte der arzt schickt sie mir nur einmal her ich will danach sehen und sagt daheim das gehe auch noch auf die alte rechnung die schwestern konnten gar nicht schnell genug heimkommen so freuten sie sich den guten bescheid dem vater mitzuteilen unverdrossen riefen sie es auch walburg ins ohr bis diese endlich verstand dass es sich um sie handelte und ihnen den auftrag erteilte sagt nur dem arzt wenn eure mutter zurückkommt werde ich so frei sein das nächtliche stöhnen war bald nicht mehr zu hören die letzte woche von frau pfäfflings abwesenheit war angebrochen zum gestrigen sonntag hatte sie die fröhliche botschaft gesandt dass sie volle acht tage früher heimkommen würde als verabredet war in dieser zeit wurde nie wie sonst manchmal vergessen das blättchen vom kalender rechtzeitig abzureißen sie sollte nur recht schnell vergehen diese letzte februarwoche immer ist das blatt schon weg wenn ich zum frühstück komme sagte einmal karl das ist doch bisher mein geschäft gewesen wer tut es denn so zeitig der kalender gehört eigentlich mir ich sagte frieda ich habe es manchmal getan du bist doch gar nicht vor mir zum frühstück gekommen es wurde noch weiter nachgeforscht und da stellte sich heraus dass frieda immer schon abends den kalenderzettel abzog und mit ins bett nahm du meinst wohl es kommt dann schneller der erste märz und die mutter mit ihm sagte karl und wehrte dem kleinen bruder nicht dem war ja immer anzumerken dass er heimweh hatte aber an diesem montag morgen ging er vergnügt seinen schulweg mit den geschwistern die heimkehr der geliebten mutter war ja plötzlich so nahe gerückt nur elschen wurde heute die zeit besonders lang so allein mit walburg ja im augenblick war sie sogar ganz allein denn am samstag hatten die jungen kohlenträger und holzlieferanten nicht genügend für vorrat gesorgt und walburg musste hinunter gehen um das nötigste zu holen während dieser zeit wurde geklingelt und elschen lief dazu um aufzumachen ein herr fragte nach herrn pfäffling dann nach dessen frau und nach den geschwistern als er hörte dass sie alle fort seien bedauerte er das sehr und fragte ob er wohl ein kleines briefchen an herrn pfäffling schreiben könne er sei ein guter bekannter von ihm und er wolle schriftlich ausmachen wann er ihn wieder aufsuchen würde elschen führte den herrn freundlich in des vaters zimmer an den schreibtisch wo das tintenzeug stand es ist gut liebes kind sagte der herr du kannst nun hinausgehen dass ich ungestört schreiben kann den brief für den vater lasse ich hier liegen elschen verließ das zimmer nach ganz kurzer zeit kam der herr wieder heraus sind sie schon fertig fragte die kleine verwundert aber sie bekam keine antwort der herr schien große eile zu haben ging rasch die treppen hinunter und hielt sich auch gar nicht bei walburg auf die eben herauf kam wer war das fragte diese bloß ein herr der den vater sprechen wollte rief ihr elschen ins ohr weiteres von diesem besuch zu erzählen war dem kleinen persönchen zu unbequem walburg verstand doch immer nicht recht aber beim mittagessen fiel ihr die sache wieder ein und sie erzählte sie dem vater dem kam es verdächtig vor wo ist denn der brief fragte er ja wo war denn der brief nirgends war einer zu finden und wo war denn ja wo war denn das geld das in der kleinen schublade ja aus ja ein seinen platz hatte sie standen alle sieben um den vater herum und stierten mit entsetzen in den leeren raum oft schon war er dünn besetzt gewesen aber so öde hatte es noch nie in dieser schublade ausgesehen in die hinein und aus der heraus das kam was die familie pfäffling am leben erhielt ein dieb ein betrüger ein schändlicher mensch hatte sich eingeschlichen hatte alles geld genommen nichts zurückgelassen keinen pfennig fürs tägliche brot walburg wurde hereingeholt und über den herrn ausgefragt man brauchte ihr gar nichts ins ohr zu rufen die offenstehende leere schublade die bestürzten gesichter sprachen auch für sie deutlich genug sie wurde kreideweiß im gesicht und fragte bloß gestohlen und nun flogen vorwürfe hin und her du bist die rechte vörtnerin führst den dieb selbst an den schreibtisch warfen die brüder der kleinen schwester vor es war gar kein dieb es war ein freundlicher herr rief sie weinend marie nahm sie in schutz sie kann nichts dafür aber ihr weil ihr kein holz getragen habt wegen euch hat walburg hinunter gemußt hätte ich den schlüssel abgezogen o hätte ich ihn doch nicht stecken lassen rief herr pfäffling immer wieder die sich keinen vorwurf zu machen hatten waren am ruhigsten frieda wagte zuerst ein trostwort die mutter wird schon geld haben wir wollen ihr schreiben aber der gedanke an die mutter schien diesmal niemand zu beruhigen es war so traurig zu denken dass man sie mit solch einer botschaft empfangen sollte karl und marie hatten leise zusammen geredet vater sagten sie jetzt wir alle zusammen haben doch genug für eine woche und am ersten märz kommt ja wieder dein gehalt wir sparen recht ja ja sagte herr pfäffling verhungern müssen wir nicht ich habe auch noch etwas im beutel aber alles was für die miete und für die steuer zurückgelegt war ist weg und wenn ich meinen schlüssel abgezogen hätte wäre vielleicht alles noch da er rannte aufgeregt hin und her bis ihn ein wort von walburg stillstehen machte das wort polizei es war ja eine möglichkeit dass der dieb ausfindig gemacht und ihm das gestohlene geld wieder abgenommen würde ja sofort anzeige auf der polizei das war das einzig richtige elschen sollte mit um den eindringling zu beschreiben nur schnell nur schnell schon waren viele stunden verloren kaum wollte sich der vater gedulden bis die kleine gerichtet war sie setzten sie rasch auf den stuhl vor ihr knieten die schwestern jede knöpfte ihr einen stiefel zu walburg brachte mantel und häubchen die brüder wollten ihr die handschuhe anziehen machten es verkehrt erklärten dann handschuhe für ganz übertrieben und die kleine sprang ohne solche dem vater nach der schon an der treppe stand und nun mit so langen schritten die frühlingsstraße hinunter ging dass das kind an seiner hand immer halb springend neben ihm hertrippeln musste von der polizei brachten sie günstigen bescheid zurück ein junger musiker der angeblich arbeit suchte war am tag zuvor auf bettel angetroffen worden und mochte wohl der missetäter sein man hoffte ihn aufzufinden es war gut dass am gestrigen sonntag ein brief an frau pfäffling abgegangen war denn heute und in den folgenden tagen hätte niemand schreiben mögen so kam es dass sie gerade während ihre lieben in großer trübsal waren einen dicken brief von ihrem mann erhielt aus dem ihr eine ganze anzahl briefblättchen entgegen flatterten alle voll jubel über das unerwartet nahe wiedersehen jedes der kinder hatte seine freude selbst aussprechen wollen nicht die leiseste ahnung hatte frau pfäffling dass inzwischen die stimmung daheim vollkommen umgeschlagen war herr pfäffling ging gleich am nächsten morgen auf die polizei um sich zu erkundigen er erfuhr dass bisher vergeblich nach dem jungen musiker gefahndet worden war als er am nachmittag nochmal kam und ebenso am nächsten tag in frühester morgenstunde auf der polizei erschien wurde ihm bedeutet dass er sich nicht mehr bemühen möchte es würde ihm nachricht zukommen darüber verstrich die halbe woche und der gedanke dass man die mutter mit einer so unangenehmen botschaft empfangen sollte ließ gar nicht die rechte freude des wiedersehens aufkommen herr pfäffling war unschlüssig ob er die nachricht nicht doch vorher noch schriftlich mitteilen sollte zögerte aber noch immer in der hoffnung auf festnahme des diebes und fand endlich als er sich zum schreiben entschloss dass der zeitpunkt doch schon verpasst sei und der brief erst nach der abreise seiner frau ankommen würde so blieb der nichts übrig als der heimkehrenden schonend die hiobsbotschaft mitzuteilen für frau pfäffling war die abschiedsstunde gekommen ich wundere mich sagte sie zu mutter und schwester dass ich nicht noch einen letzten gruß von daheim bekommen habe es wird doch alles in ordnung sein alles ist nie in ordnung wenn die hausfrau fort war sagte die mutter auch dann nicht wenn die daheim es meinen lass dir nur das wiedersehen nicht verderben wenn du nun siehst dass manches in unordnung geraten ist während deiner abwesenheit unser zusammensein hier war so schön das ist doch eines solchen opfers wert ja sagte die schwester du hast ja selbst gesagt dass jeden tag irgendetwas ungeschicktes vorkommt bei deinen kindern auch wenn du daheim bist 21 tage warst du fort solange du also nicht mehr als 21 dummheiten entdeckst darfst du dich gar nicht beklagen darfst nicht behaupten dass dein weg sein daran schuld ist und nicht gleich erklären ich reise nie wieder frau pfäffling lag freilich in dieser abschiedsstunde der gedanke sehr fern nie mehr reisen zu wollen nie mehr hierher zu kommen sie riss sich mit schwerem herzen los von dem geliebten mütterlein von der schwester die sie so treulich gepflegt hatte und das wort auf wiedersehen war ihr letzter gruß aus dem abfahrenden zug als sie die weite heimreise nunmehr antrat noch immer war es draußen in der natur kahl und winterlich die drei wochen waren anscheinend spurlos vorübergegangen noch war nirgends ein keim und sprossen eine frühlingsandeutung zu bemerken und doch schien ihr die zeit so weit zurück zu liegen seitdem sie hierher gereist war jetzt war ihr herz noch vom abschiedsweh bewegt und doch rührte sich schon und drängte gewaltig in den vordergrund die freude auf das wiedersehen mit mann und kindern wohl dem der so von lieben zu lieben kommt der ungern entlassen und mit wonne empfangen wird wer kann sich reicher fühlen als so eine frau die von daheim nach daheim reist den kindern hatte der schrecken wegen des abhandengekommenen geldes doch nicht lange die freude auf das heimkommen der mutter verderben können die kleinen hatten das traurige ereignis ohne dies von montag bis samstag schon halb vergessen die großen dachten ja wohl noch daran aber doch mit dem unbestimmten gefühl dass die mutter umso mehr her gehöre je schwieriger die lage im hause war herr pfäffling sah auch nicht aus wie einer der sich nicht freut als er am samstagmittag gleich von der musikschule aus an den bahnhof eilte er kam dort fast eine viertelstunde zu früh an lief in ungeduldiger erwartung der kinder die von der schule aus kommen sollten vor dem bahnhofsgebäude hin und her und winkte mit seinen langen armen als er in der ferne zuerst wilhelm dann karl und otto auftauchen sah er hatte angeordnet dass nicht alle kinder die mutter am bahnhof begrüßen sollten sie ist den tumult nicht mehr gewöhnt sagte er und soll nicht gleich so überfallen werden marianne kann uns bis an den marktplatz entgegen kommen frieda bis an die ecke der frühlingsstraße und elschen soll die mutter auf der treppe empfangen denn etwas liebes muss doch auch noch zu hause sein so war es denn festgesetzt worden dass bloß die drei großen mit dem vater an die bahn kommen sollten aber bis zum zug selbst durften auch sie nicht vordringen das warte sich herr pfäffling als alleiniges vorrecht sie standen alle drei spähend hinter dem eisernen gitter während der zug einfuhr entdeckten die mutter schon als sie noch aus dem wagenfenster forschend nach ihren lieben aussah und bemerkten wie sich dann plötzlich ihre züge verklärten als sie den vater erblickte der dem schaffner zuvorkommend die tür aufriss und mit froher begrüßung seiner frau aus dem wagen half mitten im menschengewühl und gedränge gab es ein glückliches wiedersehen und willkommen heißen und der kleine trupp schob sich durch die menge hinaus auf den bahnhofsplatz schwester matilde hätte zufrieden sein können mit ihrem erfolg denn die verwunderung über der mutter frisches rundliches aussehen kam zu einstimmigem ausdruck und hätte noch nicht so schnell ein ende gefunden wenn nicht frau pfäfflings ängstlich klingende frage dazwischen gekommen wäre ob die kinder alle und auch wallburg gesund seien als sie die versicherung erhielt dass sich alle frisch und wohl befänden wie bei ihrer abreise da kam aus erleichtertem herzen ein dankbares gottlob ich habe schon befürchtet da keine karte kam es möchte eines von euch krank sein sagte sie nein das war nicht der grund warum ich nicht mehr geschrieben habe entgegnete herr pfäffling und seine antwort lautete ein wenig bedrückt sie bemerkte es alles andere was etwa vorgekommen ist bekümmert mich gar nicht sagte sie und drückte die hand ihres mannes das freute ihn hört nur kinder sagte er lachend die mutter ist ordentlich leichtsinnig auf der reise geworden so kamen sie fröhlich plaudernd bis zum marktplatz wo ganz brav der verabredung gemäß die zwei schwestern gewartet hatten und jetzt der überraschten mutter jubelnd in die arme flogen nun nahmen diese beiden der mutter hände in beschlag bis sie an der ecke der frühlingsstraße von einem anderen verdrängt wurden dort hatte frieda gewartet und ausgeschaut schon eine gute weile aber in dem augenblick als die familie um die ecke bog sah er doch gerade in anderer richtung frieda rief ihn die mutter an da wandte er sich um mutter o mutter rief er drückte sich an sie und schluchzte sie küßte ihn zärtlich und sagte freundlich warum weinst du denn mein kleines dummerle wir sind ja jetzt wieder zusammen o du bist so lang so furchtbar lang fortgeblieben aber die tränen versiegten schon verklärt sah er mit noch nassen augen zu der mutter auf ging dicht neben ihr her ließ ihre hand nicht mehr los bis sie im hausflur angekommen wieder beide arme frei haben musste um darin die jüngste aufzufangen die ihr mit lauter freude entgegensprang und schon auf der treppe mit fröhlichen plappermäulchen erzählte dass soeben zum empfang eine torte geschickt worden sei von fräulein vernagelding und dass frau hartwig einen großen großen kaffeekuchen gebacken habe unter ihrer küchentür stand walburg und sah noch ernster aus als sonst sie hatte die ganze woche bei tag und nacht den verlust nicht vergessen können an dem nach ihrer überzeugung nur sie allein schuld war was konnte man von den kindern erwarten auf sie hatte sich frau pfäffling verlassen ihr hatte sie das haus übergeben und wenn sie nicht die kleine allein im stockwerk gelassen hätte so wäre kein unglück geschehen walburg hatte nicht an die möglichkeit gedacht dass frau pfäffling auf dem langen weg von der bahn bis zum haus noch nichts von dem ereignis erfahren hätte sie erwartete dass frau pfäfflings erstes wort ein vorwurf sein würde den wollte sie hinnehmen aber ein anderes wort fürchtete sie zu hören dass sie schon einmal schwer getroffen hatte das wort ich will lieber eine die hört darum stand sie so starr und stumm dass frau pfäffling fast erschrak als sie nun an der küchentür vorüberkam einen augenblick durchzuckte sie der gedanke es ist doch etwas schlimmes vorgefallen aber im nächsten augenblick sagte sie zu sich selbst nein du hast es nur vergessen wie groß wie ernst und wie stumm sie ist und sie reichte dem mädchen mit herzlichem gruß die hand walburg hörte den gruß nicht aber den warmen händedruck den freundlichen blick deutete sie sich als verzeihung es wurde ihr leicht ums herz die dankbarkeit löste ihr die zunge und ihr gegengruß schloss mit den worten einen lohn nehme ich nicht für das vierteljahr das waren freilich unverständliche worte für frau pfäffling aber ehe sie noch nach einer erklärung fragen konnte wurde sie von den kindern angerufen dein koffer kommt wohin soll er gestellt werden sie ließ ihn in das schlafzimmer bringen und nahm aus ihrem täschchen ein geldstück für den dienstmann frieda der neben ihr stand sah begierig in den offenen geldbeutel die mutter hat noch viel geld rief er freudig den geschwistern zu seit wann fragt denn mein frieda nach geld sagte frau pfäffling und bemerkte als sie aufsah dass die großen ihm ein zeichen machten still zu sein einen augenblick blieb sie nachdenklich dann war es ihr klar an geld fehlte es man hatte zu viel verbraucht in ihrer abwesenheit und walburg machte sich darüber vorwürfe aber viel konnte das in drei wochen nicht ausgemacht haben dadurch sollte doch kein schatten auf das wiedersehen fallen ja ich habe noch geld sagte sie heiter zu den kindern aber nun kommt nur der vater wartet ja schon und der tisch ist schon so schön gedeckt walburg hat gewiss etwas gutes gekocht nun standen sie alle um den großen esstisch heute betet die mutter wieder sagte der vater wir wollen hören was ihr erstes tischgebet ist ich habe mich schon unterwegs auf diese stunde gefreut sagte frau pfäffling und sie sprach mit innerer bewegung von dank bewegt o gott wir heute hier vor dir stehen du schenkest uns die schönste freude das wiedersehen nun gehen wir wieder eng verbunden durch lust und leid in guten und in bösen stunden gib uns geleid zur feier des tages hatte walburg nach tisch für die eltern kaffee machen müssen im musikzimmer hatten die kinder ein tischchen dazu gedeckt sollen wir den kaffee gleich bringen fragte marie ja sagte die mutter nein erst wenn ich rufe fiel herr pfäffling ins wort und schickte die kinder hinaus zuerst kommt etwas anderes sagte er zu seiner frau zuerst kommt meine beichte und er führte sie an den schreibtisch und zog die kleine leere schublade auf deckte auch das leere kässchen auf in dem sonst das ersparte lag dieser stand der dinge war schlimmer als frau pfäffling gefürchtet hatte ich habe schon geahnt dass mit dem geld etwas nicht die richtigkeit hat sagte sie aber dass gar nichts mehr da ist hätte ich doch nicht für möglich gehalten wie kann man denn nur so viel verbrauchen das brächte ich ja gar nicht zustande verbrauchen nein verbraucht es das geld nicht wir haben redlich gespart gestohlen worden ist es gestohlen herr pfäffling erzählte den hergang und auch dass er gestern die nachricht erhalten habe der dieb sei wegen mehrerer schwindeleien festgenommen aber das geld habe er verspielt es war keine hoffnung mehr es zurückzuerhalten aber unentbehrlich war es und musste auf irgendeine weise wieder hergebracht werden eine lange beratung folgte zwischen den beiden gatten der schluss derselben war dass herr pfäffling lebhaft rief ja so kann es gelingen das ist ein guter plan und fröhlich klang sein ruf hinaus jetzt kinder den kaffee ende von kapitel 12 kapitel 13 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 13 ein fremdes element der gute plan den die eltern ausgesonnen hatten sollte am nächsten tag auch den kindern mitgeteilt werden marianne wird keine freude daran haben meinte frau pfäffling nein entgegnete herr pfäffling aber man muß ihnen die sache nur gleich im rechten licht darstellen er rief die kinder alle zusammen hört einmal sagte er wir haben ein mittel ausfindig gemacht durch das sich der geldverlust wieder hereinbringen läßt zwei von euch können uns allen helfen wer sind wohl die zwei glücklichen ratet einmal wenn es gerade zwei sind wird es marianne sein schlug karl vor richtig erraten aber wie wenn sie nicht immer so schöne kleider und seidene kopfbänder tragen meinte wilhelm die zwillinge musterten sich gegenseitig und auch die blicke aller anderen ruhten auf ihnen die beiden mädchen standen da in ihren vertragenen schottischen kleidern mit grauen schürzen und ihre blonden zöpfe waren mit schmalen blauen bändchen gebunden da werden wir keine großen summen heraussparen können meinte herr pfäffling eher könntet ihr buben in der kleidung etwas sparen wenn ihr eure anzüge besser schonen würdet nein das ist's nicht wir wissen etwas anderes etwas setzte frau pfäffling hinzu das jeden monat zwanzig mark und noch mehr einbringt nun waren sie alle aufs äußerste gespannt ihr erratet es nicht ich will es euch sagen und herr pfäffling wandte sich an die mädchen ihr beide zieht in die bodenkammer hinauf dann können wir euer zimmer an einen zimmerherrn vermieten und schweres geld dafür einnehmen ist das nicht ein feiner plan das muss euch doch freuen die mutter will alles gerümpel aus der kammer herausräumen und eure betten hineinstellen und im übrigen dürft ihr alles ganz nach eurem belieben einrichten in eurem reich da oben redet euch niemand da rein aus den alten kisten könnt ihr tische machen und stühle und was ihr wollt die zwillinge hatten zuerst ein wenig bedenkliche gesichter gemacht aber zusehends hältten sich diese auf sie nickten einander zu und bestätigten ja es wird fein gleich darauf erbaten sie sich den kammerschlüssel der sollte in zukunft auch ihr eigentum sein und nun sprangen sie die treppe hinauf in großer begleitung auch der vater ging mit aber sie waren doch die hauptpersonen sie schlossen ihr zukünftiges reich auf es war ein kämmerchen mit schrägen wänden und einem dachfenster kalt ist da oben meinte einer der brüder aber im sommer ist immer ganz warm das weiß ich noch vom vorigen jahr entgegnete marie da hast du recht bestätigte lächelnd der vater und seht nur durch das fenster wenn man den kopf weit hinaus streckt so hat man die schönste aussicht vom ganzen haus und so gut vermacht ist die kammer nirgends kann schnee oder regen durch ihr wisst doch wie frau von falkenhausen in ihrer lebensgeschichte erzählt dass ihr in afrika der regen in ihr häuschen gedrungen und die betten wie in einem teich standen und wie eine dicke schlange durch ein loch am fenster herein gekrochen ist wie wäre sie glücklich gewesen über ein so gut verwahrtes kämmerlein ja kinder da habt ihr es schon besser als sie herunter kamen waren alle ganz von den guten eigenschaften der kammer erfüllt es galt nun einen zimmerherrn zu suchen und sich der hausleute erlaubnis zu sichern frau pfäffling besprach die angelegenheit mit der hausfrau und diese wiederum mit ihrem mann da stieß die sache auf widerstand herr hartwig wollte durchaus nichts davon wissen er meinte es sei schon reichlich genug wenn zehn personen den oberen stock bewohnten und zimmerherren seien ihm ganz besonders zuwider er habe nie welche gehabt und geduldet frau hartwig legte viele gute worte ein für die familie pfäffling und schilderte ganz musterhafte zimmerherren aber ihr mann blieb bei seinem entschiedenen nein und sie konnte nicht anders als dies frau pfäffling mitzuteilen es tut mir so leid sagte sie aber ich kann nichts machen mein mann sagt ja selten nein aber wenn er es einmal gesagt hat dann bleibt er dabei er meint wenn ein mann nein gesagt hat dürfe er nachher nicht mehr ja sagen sogar wenn er es möchte dieser bescheid war eine große enttäuschung für die familie herr pfäffling konnte wieder einmal den hausherrn nicht begreifen wenn ich sehe dass jemand nicht auskommt lasse ich ihn doch lieber sechs zimmerherren aufnehmen als in geldnot stecken rief er indem er lebhaft den tisch umkreiste nicht mehr ja sagen dürfen weil man vorher nein gesagt hat soll sich darin die männlichkeit zeigen dann wäre jedes eigensinnige kind männlich glaubt das nicht ihr buben sagte er vor kahl stehen bleibend ich will euch sagen was männlich ist nicht nachgeben wenn es gegen besseres wissen und gewissen geht aber nachgeben wenn man einsieht dass man falsch oder unrecht geurteilt hat als zwei tage über die sache hingegangen waren ohne dass mit den hausleuten weiter darüber gesprochen worden wäre traf rauf häftling zufällig oder vielleicht absichtlich mit herrn hartwig im hausflur zusammen es tut uns so leid sagte sie zu ihm dass wir keinen zimmerherrn aufnehmen durften denn wir sind durch den diebstahl ein wenig in die enge geraten aber da sie nun einmal nein gesagt haben möchte ich sie nicht plagen und es ist ja wahr dass manche zimmerherren spät in der nacht heimkommen lärm machen und dergleichen so müssen wir uns eben jetzt entschließen eine ältere dame als zimmermieterin aufzunehmen da fallen ja alle diese schattenseiten weg es ist nur für uns unbequemer und auch schwerer zu finden als ein zimmerherr wenn sie uns ein wenig behilflich sein möchten eine passende hausgenossin zu finden wären wir ihnen recht dankbar meinen sie wir sollten es in die zeitung setzen ja sagte herr hartwig das wird am schnellsten zum ziel führen sie besprachen noch ein wenig die näheren bedingungen und ohne recht zu wissen wie war herr hartwig dazu gekommen sich selbst um eine elfte hausbewohnerin für den oberen stock zu bemühen das seitherige zimmer der beiden mädchen wurde hübsch eingerichtet und sie bezogen ihre bodenkammer eine anzeige in der zeitung erschien und nun kamen immer einmal tage an denen sich die kinder darum stritten wer die tür aufmachen durfte um etwaigen liebhaberinnen das zimmer zu zeigen allzu viele erschienen nicht und frau pfäffling musste erfahren dass die frühlingsstraße keine gute lage sei ihr selbst war auch nicht jede von den wenigen die sich meldeten erwünscht sie wollte nur das zimmer vermieten nicht eine kostgängerin an ihrem einfachen mittagstisch haben kein fremdes element in den vertrauten familienkreis aufnehmen aber als auf wiederholte ankündigung die rechte sich nicht finden wollte wurde frau pfäffling kleinmütig und sagte zu ihrem mann mir scheint wir müssen doch froh sein wenn überhaupt irgendjemand das zimmer mietet ich muss mich entschließen auch die kost zu geben aber niemand begnügt sich heutzutage mit so einfachen mittagstisch wie wir ihn haben so machst du eben immer besondere leckerbissen für solch eine anspruchsvolle dame und deckst für sie in ihrem eigenen zimmer dann stört sie uns nicht lautete herr pfäfflings rat drei tage später bezog fräulein bergmann das zimmer pfäfflings durften sich glücklich schätzen über diese mieterin sie war eine fein gebildete dame etwa mitte der 40er erzieherin war sie gewesen meist im ausland hatte vorzügliche stellen inne gehabt und so viel zurückgelegt dass sie sich jetzt nach etwa 25 jahren fleißiger arbeit zur ruhe setzen und von ihrer rente leben konnte sie war gesund und frisch und wollte nun ihre freiheit genießen sich privat studien und liebhabereien widmen zu denen ihr das leben bis jetzt wenig muße gelassen hatte was andere mieter abschreckte der kinderreichtum der familie pfäffling das war für sie ein anziehungspunkt denn in der wohnung die sie zuerst nach dem austritt aus ihrer letzten stelle bezogen hatte war es ihr zu einsam gewesen sie hatte es nur kurze zeit dort ausgehalten und suchte jetzt eine familie in der sie mehr anschluss fände mit schwerem herzen machte ihr frau pfäffling das zugeständnis dass sie am mittagstisch teilnehmen dürfe ich konnte es ihr nicht verweigern sagte sie zu ihrem mann und fügte seufzend hinzu ursprünglich wollten wir freilich einen herrn der den ganzen tag fort wäre und nun haben wir eine dame die den ganzen tag da ist aber ich glaube dass sie keine unangenehme hausgenossin sein wird nach den ersten gemeinsamen mahlzeiten war die ganze familie für fräulein bergmann eingenommen sie war viel in der welt herumgekommen wusste in anregender weise davon zu erzählen und zeigte auch teilnahme für den familienkreis in den sie nun eingetreten war deutlich war zu bemerken dass sie sich von frau pfäfflings sinnigem wesen angezogen fühlte dass sie verständnis hatte für des hausherrn muntere lebhaftigkeit und anerkennung für der kinder bescheidenheit freilich waren auch alle sieben voll zu vorkommenheit gegen die neue hausgenossin hatte diese doch das zimmer gemietet trotz der vielen kinder und obwohl die frühlingsstraße keine lage war überdies flößten ihnen die feinen umgangsformen und das sichere auftreten der ehemaligen erzieherin achtung ein so ging anfangs alles aufs beste und wäre auch wohl so weitergegangen wenn fräulein bergmann nicht das wort ehemalig vergessen hätte aber es dauerte gar nicht lange so gewann es den anschein als ob sie die erzieherin der kinder wäre sie ermahnte und tagelte sie fragte nach den schularbeiten rief die schwestern zu sich in ihr zimmer und ließ sie unter ihrer anleitung die aufgaben machen die mädchen fanden das vorteilhaft und kamen gerne auch frau pfäffling war anfangs dankbar dafür aber diese neue einrichtung passte doch nicht zum ganzen so waren auch eines nachmittags die beiden schwestern schon geraume zeit in fräulein bergmanns zimmer als elschen bescheiden anklopfte marianne soll herüberkommen richtete sie aus es gibt ausgänge zu machen die mädchen standen augenblicklich auf aber fräulein bergmann hielt sie zurück das eilt doch nicht so sagte sie die schularbeit geht allem vor das habe ich allen meinen zöglingen eingeprägt die ausgänge können doch auch von dem dienstmädchen gemacht werden walburg hat keine zeit entgegnete elschen altklug und hört auch nicht genug für manche besorgung dieses taube mädchen ist in jeder hinsicht eine ungenügende hilfe sagte fräulein bergmann nun geh nur elschen und bitte deine mama sie möchte den schwestern doch noch ein halbes stündchen zeit gönnen es dauerte aber noch eine ganze stunde bis die kinder herüberkamen ihr braucht länger zu den aufgaben als wenn ihr allein arbeitet sagte frau pfäffling ärgerlich woher kommt denn das weil fräulein bergmann immer zuerst das alte wiederholt und das neue voraus erklärt sie sagt so könnten wir bald alle mitschülerinnen überflügeln und in der schule würde jedermann staunen über unsere fortschritte das kann sein entgegnete frau pfäffling aber dann hätte ich gar keine hilfe von euch und das geht nicht an auch ist die schule zum lernen da und nicht zum prahlen nun eilt euch nur dass ihr nicht in die dunkelheit kommt mit den ausgängen sie kamen aber doch erst heim als es finster war finden sie das passend fragte fräulein bergmann die mutter sollten sie nicht das dienstmädchen schicken walburg kann nicht alles besorgen nun ja mit dieser walburg kann es nicht mehr lange gut tun wenn sie vollends taub ist muss sie doch fort diese worte hörte auch frieder und sie gingen ihm zu herzen er suchte walburg in der küche auf und wollte sie sich daraufhin ansehen ob sie wohl bald ganz taub würde sie bemerkte seinen forschenden blick willst du von mir was fragte sie und beugte sich zu ihm er zog ihren kopf ganz zu sich und sagte ihr ins ohr ich mag fräulein bergmann nicht magst du sie walburg antwortete ausweichend man muss froh sein dass man sie hat ja man war froh dass man sie hatte und nahm geduldig manche einmischung hin da und dort zeigte sich bald eine kleine veränderung im pfäfflingschen haushalt so am mittagstisch dieser war bisher immer mit einem hellen wachstuch bedeckt worden ich habe noch überall wo ich war weiße tischtücher getroffen bemerkte fräulein bergmann vielleicht waren sie noch nie in einem so einfachen und kinderreichen haus entgegnete frau pfäffling wir müssen jede unnötige arbeit vermeiden und die großen tischtücher machen viel arbeit in der wäsche aber das essen mundet besser auf solchen dann will ich ein tischtuch ausbreiten es soll ihnen gut schmecken an unserem tisch kurz darauf beanstandete fräulein bergmann dass die tür zum nebenzimmer regelmäßig offen stand wir können dadurch beide zimmer mit einem ofen heizen erklärte frau pfäffling aber dann sollten sie die tür aushängen und eine portiere anbringen das würde sehr fein sein ja gewiss aber ich habe keine portiere und auf solche einkäufe kann ich mich nicht einlassen sie müssen bedenken dass sie nun nicht mehr bei reichen leuten leben sondern bei solchen die recht dankbar sind wenn es nur immer zum täglichen brot reicht sie haben recht ich merke jetzt selbst erst wie verwöhnt ich bin und ich habe mich schon oft gewundert dass sie so heiteren sinnes auf vieles verzichten woran sie gewiss von zu hause gewöhnt waren ich weiß dass sie aus fein gebildeter familie stammen vielleicht kann ich mich gerade deshalb leicht in andere verhältnisse schicken die äußere einfachheit macht mir wirklich nichts aus mein glück ruht auf ganz anderem grund portieren und dergleichen haben damit gar nichts zu tun ein paar tage später brachte fräulein bergmann als geschenk den stoff zu einem tür behang auch den tapezierer hatte sie bestellt die türöffnung wurde nun hübsch verkleidet und sah in der tat fein aus die kinder standen voll bewunderung aber der schöne stoff passte nicht so recht zum ganzen fräulein bergmann selbst war die erste die das bemerkte es sähe nun allerdings die möbelbezüge verblichen aus sagte sie aber über kurz oder lang müssten diese doch erneuert werden herr pfäffling war sehr überrascht als er zum ersten mal durch den tür behang schritt er streifte dem großen mann das haar mißliebig sah er ihn an es ist ein geschenk von fräulein bergmann sagte frau pfäffling du solltest dir auch ein wort des dankes sagen wenn sie zu tisch kommt auch noch danken entgegnete herr pfäffling ich habe ja gar keinen sinn für so etwas es fängt nur den staub auf und passt auch nicht zu unserer übrigen einfachheit fräulein bergmann mag sich portieren in ihr zimmer hängen so viele sie will aber unsere zimmer müssen ihr schön genug sein so wie sie sind bei tisch saß er gerade dem türvorhang gegenüber er kam ihm wie etwas zudringliches fremdes vor er wollte aber die höflichkeit wahren und sich nichts anmerken lassen da kam noch ein kleiner ärger zum ersten hinzu walburg hatte eben die suppe abgetragen und drei teller gewechselt die kinder bekamen immer nur einen teller finden sie nicht dass es gegen den schönheitssinn verstößt wenn die kinder alles auf einem teller essen wandte sich fräulein bergmann fragend an frau pfäffling es geschieht eben um arbeit zu sparen antwortete sie sieben teller mehr aufzudecken abzuwaschen und aufzuräumen ist schon ein geschäft so viel könnte diese walburg doch wohl leisten entgegnete das fräulein das ist doch eine kleinigkeit da fiel ihr herr pfäffling ungeduldig in die rede aber ich bitte sie geehrtes fräulein meine frau als hausfrau muss doch am besten wissen was in unserer haushaltung passt oder nicht und wenn sie bei uns sind müssen sie mit unserer art vorlieb nehmen gewiss das tue ich ja auch es ist mir nur wegen der kinderleid zu sehen wie der schönheitssinn so ganz vernachlässigt wird aber ich werde gewiss nicht mehr da reinreden kein wort mehr ja darum möchte ich sie recht freundlich bitten sagte herr pfäffling und übrigens ist an meiner frau und ihrem tun alles ordentlich schön und rein und ich möchte durchaus nicht dass sie sich noch mehr arbeit macht und wenn meine kinder ihr nachschlagen wird man sie überall gern sehen aber bitte wer bestreitet denn das sagte das fräulein und fügte gekränkt hinzu ich schweige ja schon der schluss der mahlzeit verlief in unbehaglicher stille und sobald das essen vorüber war zog sich fräulein bergmann zurück sie ist beleidigt flüsterte bekümmert eines der mädchen dem anderen zu das ist nur ihre eigene schuld behaupteten die brüder warum mischt sie sich ein aber es ist doch wahr dass teller schnell abgewaschen sind nein es ist nicht wahr ihr glaubt alles was fräulein bergmann sagt und haltet gar nicht zur mutter dieser vorwurf kränkte die schwestern tief sie weinten beide herr pfäffling bemerkte es sie macht uns auch noch die kinder uneins sagte er zu seiner frau die beruhigte ihn fräulein bergmann wird sich jetzt schon besser in acht nehmen wenigstens in deiner gegenwart und mir ist ihr da reinreden nicht so unangenehm man macht doch seine sache nicht vollkommen und da ist es gar nicht übel einmal zu erfahren wie andere darüber urteilen sie hat auch viel mehr von der welt gesehen als ich mit frau pfäffling verstand sich fräulein bergmann am besten die beiden frauen standen eines morgens vor dem bücherschrank fräulein bergmann machte von der erlaubnis gebrauch sich ein buch auszuwählen es ist merkwürdig sagte sie wie langsam der tag vergeht wenn man keinen eigentlichen beruf hat seit jahren habe ich mich gefreut auf diese zeit der freiheit habe mich in meinen stellen gesehnt so recht nach herzenslust lesen zeichnen studieren zu können und nun seitdem ich die muße dazu habe so viel ich nur will hat es seinen reiz verloren frau pfäffling sagte nach einigem besinnen ob es sie wohl befriedigen würde wenn sie sich an gemeinnütziger arbeit beteiligten es gibt hier manche wirklich nützliche vereine nein nein werte fräulein bergmann lebhaft ab dazu passe ich gar nicht ich werde mich schon allmählich zurecht finden in meiner veränderten lebenslage haben sie ein wenig geduld mit mir ich fühle selbst dass ich unausstehlich bin frau pfäffling übte geduld aber manchmal hatte sie den eindruck dass fräulein bergmann im vertrauen auf diese nachsicht sich immer mehr tadel und einmischung gestattete es war kein schöner monat dieser märz draußen in der natur wollte sich kein frühlingslüftchen regen ein kalter ostwind hielt alles zurück und brachte erkältungen mancherlei art in die familie nach fräulein bergmanns ansicht waren alle diese kleinen übel befinden selbst verschuldet sie behauptete solches bei ihren zöglingen stets verhütet zu haben heute steht frühlingsanfang im kalender sagte karl am 21 märz weißt du noch vater heute vor einem jahr bist du mit uns allen sieben ausgezogen pfeilchen zu suchen und palmkätzchen heim zu bringen aber dieses jahr ist es so kalt ja voriges jahr war es viel schöner darin stimmten alle überein schöner war es draußen gewesen schöner auch im friedlich geschlossenen familienkreis sie saßen wieder einmal an dem weiß gedeckten mittagstisch nachdem herr pfäffling sich die fransen des behangs durch die haare hatte streichen lassen und seine frau ein tischgebet gesprochen hatte wie wunderlich begann fräulein bergmann dass sie kein feststehendes tischgebet haben das ist mir noch in keinem haus vorgekommen das heutige hat kein gutes versmaß wie vielerlei haben sie eigentlich eine ganze sammlung sagte frau pfäffling ich denke dass man leichter mit dem herzen und den gedanken bei dem tischgebet ist wenn es nicht jeden tag das gleiche ist und mir tut es immer leid wenn ein gebet gedankenlos gesprochen wird ach das können sie doch nicht ändern ich bin nicht für solche neuerungen das tischgebet ist eben eine form weiter nichts nun war es mit herr pfäfflings geduld schon wieder zu ende aber meiner frau liegt daran in diese form einen inhalt zu gießen sagte er lebhaft und wenn sie lieber die leere form haben so brauchen sie ja auf den inhalt nicht zu horchen aber lieber mann sagte frau pfäffling und legte beschwichtigend ihre hand auf seine trommelnde fräulein bergmann hat das gar nicht schlimm gemeint dann meine ich es auch nicht schlimm sagte herr pfäffling begütigend im weiteren verlief die mahlzeit friedlich wenn auch einsilbig aber nach tisch rief herr pfäffling seine frau zu sich in das musikzimmer das ist ein unleidlicher zustand begann er dieses frauenzimmer ist der verkörperte missklang und stört jegliche harmonie im hause so etwas kann ich nicht vertragen tu mir es zu liebe und mache der sache ein ende wir finden auch wohl wieder eine andere mieterin aber nach so kurzer zeit ihr schon die tür weisen das tut mir doch leid für sie wie soll ich denn das machen ganz wie du willst du bringst das schon zustande ohne sie zu kränken aber je eher je lieber nicht wahr kannst du nicht gleich hinüber und mit ihr reden vielleicht ginge sie dann schon morgen nein so plötzlich lässt sich das doch nicht machen bis zum ersten april musst du dich schon noch gedulden sagte frau pfäffling und während sie ihrer arbeit nachging überlegte sie wie sie die kündigung schonend begründen könnte fräulein bergmann tat ihr leid aber die rücksicht auf ihren mann auf einigkeit und frieden im hause musste doch vorgehen noch am selben nachmittag kam ihr ein umstand zur hilfe fräulein bergmann suchte sie auf und bat sie in ihr zimmer zu kommen auf dem tisch lagen papiere ausgebreitet ich möchte ihnen etwas zeigen sagte das fräulein hier habe ich die zeugnisse von meinen letzten stellen hervor gesucht möchten sie diese nicht lesen ich muss ihnen sagen dass ich mich ordentlich schäme über die zurechtweisung die ich heute mittag erfahren habe so etwas ist mir nicht vorgekommen in den vielen jahren die ich in stellung war aber ich fühle ja selbst dass ich unleidlich bin was ist es nur ich war doch sonst nicht so bitte lesen sie fräulein bergmann hatte als stellvertretende hausfrau und mutter viele jahre in ein und demselben hause zugebracht und neben ihrer tüchtigkeit war in den zeugnissen ausdrücklich ihre liebenswürdigkeit und ihr takt hervorgehoben indem frau pfäffling dieses las kam ihr plötzlich die erklärung dieses widerspruchs und der gedanke wie fräulein bergmann wieder in das richtige gleis zu bringen wäre ich glaube sie haben sich viel zu früh in den ruhestand begeben und das ist wohl der grund für ihre unausstehlichkeit wie sie es nennen sie stehen im gleichen alter wie mein mann wie käme es ihnen vor wenn er schon aufhören wollte in seinem beruf zu wirken er will erst noch sein bestes leisten und so stehen auch sie noch in voller kraft und haben eine reiche lebenserfahrung dazu sie könnten ein ganzes hauswesen leiten eine schar kinder erziehen und wollen hier in einem stübchen hinter den büchern sitzen das ertragen sie einfach nicht und das wird wohl der grund sein warum sie nun in unser hauswesen unberufen eingreifen ihre besten kräfte liegen brach wenn ich ihnen einen rat geben darf so ist es der suchen sie wieder eine stelle die sie vollauf in anspruch nimmt fräulein bergmann hatte nachdenklich zugehört ja sagte sie jetzt so wird es wohl sein ich kann die untätigkeit nicht ertragen dass sie mir noch eine solche leistungsfähigkeit zutrauen das freut mich nun schäme ich mich vor allen meinen bekannten denen ich mit stolz meinen entschluss mitgeteilt habe mich zur ruhe zu setzen es war mir damals eine gute stelle als hausdame angetragen ich habe sie abgelehnt ist sie schon besetzt vielleicht nicht es hieß der eintritt könnte auch später erfolgen wollen sie sich nicht danach erkundigen nachdem ich die stelle so stolz abgewiesen habe allerdings hätte ich keine passendere finden können meinen sie ich soll schreiben überlegen sie es noch lassen sie eine nacht darüber hingehen eine halbe stunde später hörte man fräulein bergmann mit leichten schritten eilig die treppe hinunter gehen nach der post ich bin fräulein bergmann begegnet sagte wilhelm der eben heim kam sie ist gesprungen wie ein wiesel und hat mir ganz fidel zugewinkt warum ist sie gerade heute so vergnügt mit der stelle kam es nach einigem hin und her schreiben in richtigkeit schon zum ersten april sollte fräulein bergmann sie antreten das letzte gemeinsame mittagsmahl war vorüber die kinder freuten sich im freien der lang ersehnten warmen frühlingsluft frau pfäffling war mit der sorge um das gepäck der reisenden beschäftigt und diese saß noch allein mit herrn pfäffling am esstisch wenn ich einmal alt und pflegebedürftig bin begann fräulein bergmann dann frage ich wieder an ob sie mich aufnehmen möchten in ihr haus ich kenne niemanden dem ich mich in hilfloser lage so gern anvertrauen möchte als ihrer lieben frau und den seelen guten zwillingsschwestern dann dürften sie ja keine angst mehr haben vor meiner tadelsüchtigen art Herr pfäffling der nach seiner gewohnheit um den tisch gewandelt war machte jetzt halt und sagte Tadel ist ja sehr viel wert wenn er nicht bloß aus schlechter laune entspringt solange sie alles tadelten wehrte ich mich dagegen aber jetzt wo wir in friedlicher stimmung auseinander gehen jetzt würde ich auf ihr urteil viel geben sie sagten neulich es sei alles unschön und unfein bei uns nein fiel sie ihm ins wort so sagte ich doch nicht und überdies wissen sie wohl dass alles nur aus einer gewissen streitlust gesprochen war ja etwas wahres lag aber doch wohl ihren äußerungen zugrunde möchten sie mir nicht sagen was ihnen unschön erscheint in unserem hauswesen unseren gewohnheiten fräulein bergmann überlegte ich kann meine behauptung wirklich nicht aufrechterhalten sagte sie und mit einem gutmütigen aber doch ein wenig spöttischen lächeln fügte sie hinzu unschön ist eigentlich nur eines und zwar darf ich es sagen nun denn unschön kommt mir vor wenn sie so wie jetzt eben im laufschritt den tisch umkreisen an dem man sitzt herr pfäffling hielt betroffen in seinem lauf inne ihr sohn wilhelm fängt das nämlich auch schon an fuhr sie fort haben sie es noch nicht bemerkt neulich lief er ganz in ihrem schritt hinter ihnen immer die gleiche entfernung einhaltend wahrscheinlich um einen zusammenstoß zu vermeiden da sie oft mit einem plötzlichen ruck stehen bleiben es war sehr drollig anzusehen nur wurde mir schwindelig dabei das begreife ich sagte herr pfäffling und wenn mir schließlich alle kinder folgen würden wie ein kometenschweif so ginge das zu weit ich werde es mir abgewöhnen sofort und mit allem eifer wie man nur zu einer solch üblen gewohnheit kommt er versank in gedanken darüber und nahm seinen lauf um den tisch wieder auf fräulein bergmann verließ lächelnd das zimmer im vorplatz übergab frau pfäffling den vollgepackten handkoffer an wallburg ist er nicht zu schwer fragte sie oh nein entgegnete wallburg in ungewöhnlich lebhaftem ton ich trage ihn gern fort hatte sie auch nie die unfreundlichen äußerungen gehört die fräulein bergmann über sie tat so hatte sie in ihr doch eine feindin gewittert und war froh dass diese so unerwartet schnell abzog warum wusste sie nicht fragte auch nicht danach es genügte ihr dass offenbar niemand unglücklich darüber war marianne vielleicht ausgenommen aber die würden sich bald trösten und eine neue mieterin konnte sich nach ostern finden frau pfäffling begleitete die reisende und elschen durfte diesmal mit zur bahn die kleine reisegesellschaft war kaum zur haustür hinaus als herr pfäffling seine drei großen herbeirief nun helft mir die portiere abnehmen dass man wieder luft und licht hat und frei durch die tür kann aber vorsichtig die mutter sagt sie könne den schönen stoff verwenden so standen sie bald zu viert auf tischen und stühlen und arbeiteten lustig darauf los als heftig geklingelt wurde und gleichzeitig durch das offene fenster von der straße herauf elschens stimme ertönte die nach den brüdern rief otto sah durchs fenster und fuhr blitzschnell herein fräulein bergmann hat ihren schirm vergessen sie kommt selbst wieder herauf geht hinaus laßt sie nicht herein rief herr pfäffling den schmerzlichen anblick soll sie nicht erleben draußen hörte man schon ihre stimme ich muß den schirm im esszimmer abgestellt haben richtig da stand er in der ecke wilhelm erfasste ihn hastig rannte er durch die tür und konnte diese gerade noch hinter sich schließen und fräulein bergmann den schirm hinreichen sie hatte nichts gesehen und ging wenn sie nun zu spät zum zug kommt und wieder umkehrt sagte herr pfäffling überlegend und sah nach dem behang der halb oben halb unten einen traurigen anblick bot wir hätten eigentlich warten können bis morgen nun blieb keine wahl mehr das werk musste vollendet werden bald sah alles im hause pfäffling aus wie vorher fräulein bergmann kam nicht wieder das fremde element war ausgeschieden frau pfäffling kehrte mit elschen allein zurück sie lässt euch alle grüßen berichtete sie ihr letztes wort war vielleicht kann ich ihnen einmal ein schönes tischgebet schicken herr pfäffling war in sehr fröhlicher stimmung kommt kinder rief er wir singen einmal wieder zusammen so lange sind wir nicht mehr dazu gekommen er stimmte ein frühlingslied an und dass es so besonders frisch und fröhlich klang das war fräulein bergmann zu danken ende von kapitel 13 kapitel 14 von die familie pfäffling diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die familie pfäffling von agnes sapper kapitel 14 wir nehmen abschied frau pfäfflings bruder wurde noch vor beginn der osterferien erwartet und das leere zimmer war für ihn als gastzimmer gerichtet keines der kinder ahnte etwas davon dass der onkel bei seinem besuch sie kennenlernen und danach beschließen wollte welches von ihnen er heimwärts mit sich nehmen würde sie wussten nur dass die mutter ihren einzigen innig geliebten bruder erwartete und freuten sich alle auf den seltenen gast die drei großen hatten auch noch aus ihrer frühsten kindheit eine gute erinnerung daran wie onkel und tante einst gekommen waren und durch schöne geschenke ihre herzen gewonnen hatten herr pfäffling billigte den plan der am achtzigsten geburtstag gefasst worden war er kannte die verwandten seiner frau und schätzte sie hoch auch war es ihm klar dass in dem haushalt seines schwagers dem einzelnen kind mehr aufmerksamkeit zuteil werden konnte als in der eigenen familie doch wollte er den aufenthalt nur für ein höchstens zwei jahre festsetzen damit keines der kinder dem geist des eltern hauses entfremdet würde einstweilen war das wintersemester zu ende gegangen und was während desselben geleistet worden war sollte sich heute in den osterzeugnissen zeigen in einem der großen gänge des gymnasiums wartete karl auf seinen bruder wilhelm dessen zeugnis war ihm diesmal so wichtig wie sein eigenes doch nur auf die mathematik note kam es ihm an wenn diese nicht besser ausfiel als das letzte mal dann stand es schlimm um wilhelm und die ferienfreude nachhilfestunden zu geben war nicht karls liebhaberei der junge lehrer und der schüler hätten sie gleich gerne los gehabt darum strebten die brüder gleich aufeinander zu als die klassentür sich auftat und die schüler herausdrängten über der anderen köpfe hinweg reichte wilhelm schon von der ferne karl sein zeugnis hin und dieser las mathematik drei über diese note die wohl schon manchem schüler kummer bereitet hat waren unsere beiden hoch zufrieden und beschlossen rasch nach der musikschule zu rennen um den vater noch zu erreichen und mit ihm heim zu gehen das gelang ihnen auch als er die beiden mit den bekannten blauen heftchen auf sich zuspringen sah wusste er schon dass es gutes bedeutete diesmal ist wohl keine durchschnittsnote nötig fragte er überblickte das zeugnis und war zufrieden aber eben nur zufrieden die brüder waren enttäuscht nach ihrer meinung hätte der vater viel vergnügter sein müssen hast du noch etwas besseres erwartet vater fragten sie nein aber ich traue noch nicht recht nach drei kommt vier da sind wir noch in gefährlicher nachbarschaft ich weiß wohl warum ihr so vergnügt seid ihr meint die nachhilfestunden seien nun überflüssig aber ganz kann ich euch noch nicht davon entbinden wilhelm könnte sonst gleich wieder einmal rückfällig werden sagen wir einmal statt zweimal in der woche sie machten lange gesichter und in den osterferien gar keine zum lohn für den erfolg fügte der vater hinzu da heiterten sich die gesichter auf wenn man nur wenigstens in den ferien frei war im schuljahr wurde doch immer gelernt da ging das mehr in einem hin und übermorgen war ja der erste ferientag sie waren schon wieder vergnügt und kamen in glücklicher ferienstimmung nach hause wo die schwestern begierig auf die zeugnisse warteten und diesmal mit lust sämtliche heftchen auf des vaters tisch ausbreiteten was wohl unsere kleine einmal bringt sagte karl als er sah wie elschen die zeugnisse betrachtete und sich bemühte die ihr geheimnisvollen ziffern zu deuten ich bringe lauter einsa antwortete sie zuversichtlich aber diesen übermut hatte sie zu bereuen so rief otto so sage einmal was a plus b ist das weißt du nicht einmal da bekommst du nicht einmal einen vierer von allen seiten kamen nun solch verfängliche fragen und es wurden ihr lauter vierer vorhergesagt bis ihr angst und bange wurde sie sich zu frida flüchtete und sagte du gibst mir dann jeden tag mathematikstunden die noten der schwestern waren gut ausgefallen drei wochen lang hatten sie eine richtige hauslehrerin gehabt dadurch waren sie in guten zug gekommen sie schrieben an fräulein bergmann eine karte herr pfäffling unterschrieb die zeugnisse und als er das von frida in händen hatte und sah dass es besser war als die früheren trat ihm wieder das bild vor die seele wie der kleine ihm die verhüllte geige mit dem ausdruck tiefsten schmerzes übergeben hatte er war seitdem ein gewissenhafter und geschickter klavierspieler geworden aber die liebe die er zu seiner geige und auch zu der harmonika gehabt hatte die brachte er dem klavier nicht entgegen mit dem herzen war er nicht dabei mit keinem wort hatte das kind je wieder die geige erwähnt ob sie ihm wohl noch immer so ein schmerzliches entbehren war der vater hätte es gerne gewusst und als am abend nach der klavierstunde der kleine spieler seine musikhefte beiseite räumte redete er ihn daraufhin an frida macht dir das klavierspielen jetzt auch freude tut es dir nicht mehr so leid daß du deine geige nicht mehr hast ein tief ernstes gesicht machte das kind als diese wunde berührt wurde dann antwortete es leise ich möchte sie gar nicht mehr haben warum nicht frida komm sage mir das weil ich nicht aufhören kann wenn ich angefangen habe zu spielen du kannst nicht frida du willst nur nicht weil es dir schwer fällt aber siehst du nicht dass wir alle aufhören wenn wir müssen meinst du ich möchte nicht lieber selbst weiterspielen als fräulein vernagelding stunde geben wenn sie jetzt kommt meinst du die mutter möchte wenn sie nach tisch in ihren schönen büchern liest nicht lieber weiter lesen als schon nach einer halben stunde wieder das buch aus der hand legen und die strümpfe stopfen und die großen brüder möchten nicht auch lieber auf dem balken turnen als ihre aufgaben machen und die schwalben unter unserem dach möchten sie nicht lieber für sich selbst futter aufpicken als auffliegen und ihre jungen füttern wie es der liebe gott angeordnet hat und der frida pfäffling will allein dastehen auf der welt und sagen ich kann nicht aufhören nein der müsste sich ja schämen vor den tierlein und vor den menschen vor dem lieben gott müsste er sich schämen ich kann nicht aufhören sagte frida bei allem anderen nur beim geigen nicht da gibt es keine ausnahmen frida wer einen festen willen hat kann mitten im geigenstrich aufhören und das musst du auch lernen gib dir mühe und wenn du dann fühlst dass du einen festen willen hast so sage es mir und dann will ich dir jeden sonntag für eine stunde deine geige geben da leuchtete es in frieders gesicht und nach dem schrank deutend der in der ecke des musikzimmers stand sagte er in zärtlichem ton da innen ist sie ja da ist sie und wartet ob ihr kleiner freund bald einen festen willen bekommt und sie erlöst aus der einsamkeit aber nun geh kind fräulein vernagelding ist im vorplatz ich höre sie schon plaudern mit marianne ich weiß nicht warum sie nicht hereinkommt unser musiklehrer öffnete die tür nach dem vorplatz die drei plaudernden mädchen fuhren auseinander fräulein vernagelding kam zur stunde noch rosiger und lächelnder erschien sie als sonst und hatte solch eine wichtige neuigkeit unter vielem erröten mitzuteilen die karten waren ja schon in der druckerei auf denen zu lesen stand dass fräulein vernagelding braut war solch einen schönen jungen reichen blonden bankier hatte sie zum bräutigern aber unmusikalisch war er leider sehr denn obwohl sie ihm vorgespielt hatte war er doch der meinung sie solle nicht mehr spielen grämen sie sich nicht sagte herr pfäffling zu seiner schülerin vielleicht ist er sogar sehr musikalisch meinen sie fragte fräulein vernagelding das wäre schön und nicht wahr wenn ich auch nicht mehr zur stunde komme so bleiben wir doch gute freunde und ihre fräulein töchter müssen zu meiner hochzeit kommen das gibt zwei süße brautfräulein meine töchter fragte herr pfäffling verwundert meinen sie marianne das sind doch keine brautfräulein da müssen sie mit meiner frau sprechen der tag war gekommen an dem frau pfäfflings bruder eintreffen sollte alle hände hatten sich fleißig gerührt um für das osterfest und zugleich für den gast das haus festlich zu bereiten die letzten spuren des langen winters waren mit den trüben doppelfenstern mit kohleneimern und ofenruß aus den zimmern verschwunden die frühlingssonne durfte die hintersten winkel bestrahlen walburg brauchte die prüfung nicht zu fürchten alles war blank und rein eine mühevolle zeit war das gewesen aber nun war sie glücklich überstanden feststimmung breitete sich schon über das haus und heute sollte der gast ankommen die mutter sieht aus wie am heiligen abend vor der bescherung sagte karl als die beiden eltern miteinander zum bahnhof gingen ja frau pfäffling freute sich innig war das zusammen sein mit dem bruder in der alten heimat schön gewesen so musste es doch noch viel beglückender sein ihn im eigenen familienkreis zu haben die kinder berieten daheim wie sie den onkel empfangen ob sie ihm alle miteinander entgegen kommen sollten sie entschieden sich aber dagegen er war nicht an so viele kinder gewöhnt sie wollten sich verteilen und nur allmählich erscheinen damit es keinen lärm und kein gedränge gäbe als es zeit war standen sie alle an den fenstern des wohnzimmers und sahen begierig die straße hinunter da tauchten schon die drei gestalten auf und jetzt waren sie deutlich zu erkennen der onkel fast einen kopf kleiner als der vater ganz ähnlich der mutter nur nicht so schmal fein sah er aus im vornehmen reiseanzug und dass er eine vollbepackte ledertasche in der hand hatte wurde von elschen besonders hervorgehoben nun mussten auch die kinder bemerkt worden sein denn der onkel winkte mit der hand herauf ja er schwenkte sogar den hut als gruß das machte einen gewinnenden eindruck wir springen doch entgegen der ist gar nicht so sagte wilhelm nein der ist nicht so entschied der ganze chor die sieben kinderköpfe verschwanden vom fenster und vierzehn füße trabten die treppe hinunter die treppe ist frisch geölt rief marie geht an der seite daß sie in der mitte schön bleibt nun kam die begrüßung man war sich unbekannt und doch nicht fremd die kinder berührte es merkwürdig daß der onkel der mutter so ähnlich war in den zügen in der stimme und der aussprache zutraulich begrüßten sie ihn und auch er fand in ihnen lauter verwandte gesichter die einen seiner schwester die anderen seinem schwager ähnlich nun gebt die treppe frei kinder drängte herr pfäffling wir wollen den onkel doch auch hinauf lassen sie machten platz und ließen den gast vorangehen auf halber treppe sah er zurück nach dem jungen gefolge wie eigentümlich sie alle an der seite gehen bemerkte er zu der mutter damit die treppe in der mitte geschont wird ach so sagte der professor und sah sichtlich belustig zurück cäzilie nun kenne ich deine kinder schon die heißt du ungehobelt droben im wohnzimmer war der mittagstisch gedeckt was für eine stattliche tafel rief der gast und sah dann erstaunt auf die ungewöhnlich große gestalt walburgs die stumm die suppe auftrug ihr habt euch wohl eine besonders kräftige markt ausgesucht für eure großen schüsseln sagte er spaßend zu den kindern ist das die treue stumme dienerin wie schade um das mädchen es wird aber nicht mehr schlimmer bei ihr onkel versicherte marie ich war mit ihr beim arzt und er sagt es kann sogar eher ein wenig besser werden sie sammelten sich um den tisch mutter bat wilhelm du hast einmal ein tischgebet gewusst das müsste heute gut passen und dem onkel gefallen es kommt etwas vom viel verheißenden tisch vor weißt du nicht welches ich meine frau pfäffling wusste es wohl und sprach es in größerem kreise stehen wir heute am gutes verheißenden festlichen tisch aber die richtige fröhliche stimmung die musst auch heute du herr uns geben nahe dich freundlich jedem von uns drei tage blieb der onkel im haus und beobachtete oft im stillen seine neffen und nichten er hatte ihnen ein spiel mitgebracht an dem sich alle beteiligen konnten ich will es die kinder lehren sagte er die meinigen haben es auch es ist ein tisch krockett ein nettes spiel bei dem es nur leider gar zu leicht streit gibt unter den spielern sie machten sich mit eifer daran und trieben es täglich fast mit leidenschaft sie achteten dabei nicht auf den onkel der seine beobachtungen machte wir müssen die zwei parteien so einteilen dass die guten und schlechten spieler gleichmäßig verteilt sind sagte karl nimm du frieda auf deine seite wilhelm der ist am ungeschicktesten und ich will anne auf meine partei nehmen sonst können die nie gewinnen so war es allen recht und das spiel auf seinem höhepunkt als frau pfäffling hereinkam kinder sagte sie walburg hat wieder kein holz lasst euch doch nicht immer mahnen schuldbewusst legten zwei der spieler ihre schläger aus der hand und gingen hinaus der onkel sah aufmerksam hinter seiner zeitung hervor das wort lasst euch doch nicht mahnen schien doch weiter zu wirken hat jemand des vaters brief auf die post getragen fragte marie niemand meldete sich das könntest du besorgen frieda sagte die schwester elschen geht mit dir so entfernten sich auch diese beiden die anderen spielten weiter frau pfäffling setzte sich ein wenig zu ihrem bruder sie sprachen halblaut zusammen es ist rührend sagte der bruder wie sich diese latein schüler so selbstverständlich zum holztragen verpflichtet fühlen und ohne widerspruch das spiel aufgeben das täte meiner nie wie hast du ihnen das beigebracht das bringen die einfachen verhältnisse ganz von selbst mit sich die kinder sehen wie walburg und ich uns plagen und nicht fertig werden und so helfen sie mit mir als dem juristen ist wirklich euer kleiner staat anziehend denn ich sehe ordentlich wie aus solcher familie heraus tüchtige staatsbürger hervorgehen wie die starken sich da um die schwachen annehmen wie sie ihr eigenes ich dem allgemeinen ganzen unterordnen und welche liebe und welchen gehorsam sie den eltern entgegenbringen wohl in dem gefühl dass sonst das ganze gefüge in unordnung geriete dazu kommt auch noch dass dein mann ein so leutseliger herrscher ist und du bist sein verantwortlicher minister das muss ich dir sagen wenn ich nun eines eurer kinder zu mir nehme in so ein geordnetes staatswesen kann ich es nicht versetzen die kinder hatten nicht auf das leise geführte gespräch gehorcht was kümmerte sie wenn vom staat die rede war aber die letzte bemerkung des onkels die traf maries ohr die erfasste sie wenn ich eines eurer kinder zu mir nehme hatte er gesagt sie hätte es offenbar nicht hören sollen es war nur halblaut gesprochen zunächst ließ sie sich nichts merken aber lange konnte sie die neuigkeit nicht bei sich behalten nach tisch fanden sich die geschwister alle unten am balkenplatz zusammen dort konnte man sich aussprechen und marie vertraute ihnen an was sie gehört hatte das ganze trüppchen stand dicht zusammengedrängt und besprach in lebhafter erregung die möglichkeit fortzukommen verlockend war das neue lieb war das alte wer ginge gern wer ungern sie waren im zweifel wen würde der onkel wählen ein jedes meinte sicherlich nicht gerade mich das war die bescheidenheit aber einer der doch auch nicht unbescheiden war der frieder sagte ganz gewiss will er mich mitnehmen das war die angst denn der frieder wollte nicht fort für ihn gab es da nichts zweifelhaftes er wollte daheim bleiben er fürchtete die fremde welt und da er so bestimmt aussprach mich will er mitnehmen so glaubten ihm die geschwister schon einmal war er das fremde kind gewesen vor die tür gewiesen mit der geige von jeher war er ein wenig allein gestanden nun schauten ihn alle daraufhin an dass er fort von ihnen sollte sie sahen das gute gesichtchen die seelenvollen augen die angst erfüllt von einem zum anderen blicken und da wurden sich alle bewusst dass sie doch den frieder nicht missen mochten karl war es der aussprach was sie alle empfanden unser dummerle geben wir nicht her im musikzimmer stand der professor im gespräch mit Herrn pfäffling und seiner frau nun trat er an das fenster und sah hinunter dort steht ja das ganze trüppchen beisammen sagte er eines dicht beim anderen keinen stecken könnte man dazwischen schieben es ist köstlich anzusehen und wie sie eifrig sprechen ja sagte frau pfäffling irgendetwas muss sie sehr beschäftigen das haben eure kinder doch anderen voraus dass jeder sechs treue freunde mit fürs leben bekommt denn die einmal so warm beieinander im nest gesessen waren die fühlen sich für immer zusammengehörig dass ich nun aber die hand ausstrecken soll und ein vögelchen aus diesem nest herausnehmen dazu kann ich mich immer schwerer entschließen geben wir den plan auf lassen wir das fröhliche völkchen beisammen es kann nirgends besser gedeihen als daheim ich glaube du siehst bei uns alles in zu günstigem licht wir sind oft unbefriedigt und haben den grund dazu das mag sein an unvollkommenheiten fehlt es gewiss auch bei euch nicht aber den guten grund fühle ich heraus auf dem alles aufgebaut ist die wahrhaftigkeit die religion die bei euch herzenssache ist das hast du doch kaum in so kurzer zeit beobachten können meinte frau pfäffling aber doch habe ich diesen eindruck gewonnen so zum beispiel von wilhelm du kannst weit suchen bis du wieder einen solch lustigen latein schüler findest der um ein bestimmtes tischgebet bittet wie er neulich tat bei unserem ersten mittagessen ich wollte es wäre bei meinen kindern auch etwas von diesem geist zu spüren kehren wir doch die sache um ich schicke euch lieber meinen jungen einmal in euren einfachen verhältnissen würde er ganz von selbst seine ansprüche fallen lassen er wäre zufrieden und glücklich mit euren kindern es blieb bei dieser verabredung draußen im freien hatte sich inzwischen alles verändert die sonne war von schweren wolken verdeckt in echter aprillaune wirbelten plötzlich schneeflocken herunter und die jungen pfäfflinge flüchteten herauf da kommen sie ja wieder alle miteinander sagte der onkel wisst ihr auch liebe kinder mit was für gedanken ich hierher gekommen bin eines von euch wollte ich mir rauben weil bei mir noch so schön platz wäre für ein viertes und eure eltern hätten es dann leichter gehabt aber ich tue es nicht wollt ihr hören warum weil ihr es so schön und so gut habt daß ihr es nirgends auf der ganzen welt besser haben könntet ihr lacht es ist mein ernst nun glaubten sie es ihm der onkel der weitgereiste mußte es ja wissen elzchen drückte sich schmeichelnd an den onkel wen von uns hättest du denn mitgenommen fragte sie musst du das wissen kleine neugier vielleicht den da sagte er und deutete auf frieda der nickte zustimmend er hatte es ja gewusst einige tage später war frau pfäfflings bruder wieder abgereist sie stand mit wehmütigem gefühl im gastzimmer und war beschäftigt es wieder für eine fremde mieterin zu richten nach der man sich nun bald umsehen mußte in ihren gedanken verloren hörte sie doch mit halbem ohr einen mann die treppe herauf kommen hörte klingeln öffnen wieder schließen hörte marie zum vater hinüber gehen an all dem war nichts besonderes es brachte sie auch nicht aus ihrem gedankengang aber jetzt sie horchte zezilie zezilie tönte es durch die ganze wohnung sie wollte dem ruf folgen aber da kam schon ihr mann zu ihr herein da stand er vor ihr mit glückstrahlendem angesicht und rief frohlockend zezilie ich bin musikdirektor in marstadt und als sie es nicht fassen und glauben wollte da reichte er ihr einen brief und sie las es selbst schwarz auf weiß dass die marstatter vorläufig in einem gemieteten haus die musikschule eröffneten wollten und den musiklehrer pfäffling zum direktor ernannt hatten es fehlte nichts mehr als seine einwilligung und auf diese brauchten die marstatter nicht lange zu warten der jubelnde ruf zezilie hatte die kinder aus allen zimmern herbeigelockt zu verschweigen war da nichts mehr vom vater hörten sie die gute kunde sie sahen wie die mutter bewegt am vater lehnte und immer wieder sagte wie mag ich dir das gönnen und das glück wurde immer größer weil es von so vielen gesichtern widerstrahlte nur einer war davon ausgeschlossen einer hatte alles überhört weil er mit seinen eigenen gedanken vollauf beschäftigt war wo ist denn der frieda fragte elschen dem muss man es doch auch sagen man suchte nach ihm und fand ihn ganz allein im musikzimmer vor dem schrank stehend in dem seine geige aufbewahrt war was tust du denn da fragte herr pfäffling ich warte auf dich vater schon so lange dabei drängte er sich dicht an den vater und fragte schüchtern gibst du mir am sonntag meine geige auf eine stunde ich kann jetzt mitten darin aufhören ich habe es versucht wie hast du das versucht frieda beim essen dreimal aufgehört habe ich mitten im ärgsten hunger auch bei den pfannkuchen ja es ist wahr bestätigten ihm die geschwister die als seine tischnachbarn vorteil aus diesen proben gezogen hatten Herr pfäffling schloss den schrank auf wenn es so steht frieda rief er fröhlich dann warten wir gar nicht bis zum sonntag denn heute ist ohne dies festtag bei uns du weißt wohl noch gar nichts davon da hast du deine geige kleiner direktors sohn ja das war ein seliger tag frau pfäffling suchte wallbock auf diese hatte von den kindern schon die neuigkeit gehört und da sie dem leben nicht viel gutes zutraute so fürchtete sie auch diese veränderung aber da kam auch ihre frau selbst sah sie mit herzlicher freundlichkeit an und rief ihr ins ohr der herr direktor will auch deinen lohn erhöhen nun war wallbock getrost ihr bleiben war besiegelt und als sie wieder allein in ihrer küche stand da legte sie einen augenblick die fleißigen hände ineinander und sagte lobet den herrn frau pfäffling ging hinunter zur hausfrau diese sollte nicht durch fremde die nachricht erfahren lange sprachen die beiden frauen zusammen und während sie sprachen tönten von oben klavier und gesang herunter und frau pfäffling erkannte die frohlockende melodie ihr mann übte mit den kindern den chor mit dem endreim drum rufen wir mit frohem sinn es lebe die direktorin als frau hartwig wieder allein war musste ihr mann sie trösten leicht bekommen wir eine bessere mietpartie sie haben doch recht viel unruhe ins haus gebracht und bedenke nur die abnützung der treppe dabei suchte er eine kleine tafel hervor und gab sie seiner frau sie ging hinaus und befestigte an der haustür die aufschrift wohnung zu vermieten und als sie die tür wieder hinter sich verschloss fiel ihr eine träne auf die hand und sie sagte vor sich hin das weiß gar niemand wie lieb mir die familie pfäffling war ende von kapitel 14 ende von die familie pfäffling von agnes sapper